Andy Wilson. Das Geheimnis der hundert Pforten. Gelesen von Martin Baldscheid. Erstes Kapitel. Die Stadt Henry in Kansas ist eine heiße Stadt. Und sie ist eine kalte Stadt. Sie ist eine so stille Stadt, dass man von Zeit zu Zeit hören kann, wie eine Fliege versucht, durch das Fenster des geschlossenen Antiquitätenladens auf der Hauptstraße zu fliegen. Niemand weiß heute mehr, wem dieser Antiquitätenladen gehört. Wenn man aber seine Nase an die Scheibe drückt, sieht man, dass der Besitzer außer einer großen Auswahl an Wagenrädern nicht viel zu bieten hat. Ja, Henry ist eine stille Stadt. Allerdings gibt es ab und zu Tornados. Es gibt einen Busbahnhof in Henry. Der Busbahnhof hat bei einem Tornado vor 15 Jahren ein Drittel seines Dachs eingebüßt. Im selben Sommer hat ein Feuerwerkskörper in den Toiletten ein Feuer verursacht. Der Schaden ist zwar niemals behoben worden, aber der Stadtrat achtet darauf, dass das Gebäude jedes Jahr frisch gestrichen wird und zwar immer in grellen Swimmingpoolfarben. Graffiti gibt es überhaupt keine. Die Sprayer müssten auch erst mehr als 20 Meilen weit fahren, um überhaupt an Farbdosen heranzukommen. Hier und da verirrt sich ein Bus in die Stadt. In Henry freut man sich immer, wenn der Bus kommt. An jenem Tag, dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, gab es berechtigte Hoffnungen darauf, dass ein Bus halten würde. Familie Willis bekam Besuch von ihrem Neffen und Mr. und Mrs. Willis standen am Bordstein und erwarteten seine Ankunft. Mrs. Willis war furchtbar nervös und stieg in einem Ford vom Bordstein herunter und wieder hinauf, als wenn sie darauf wartete, dass dieser Bus sie zurück in ein Leben voll Grundschule und Gummitwist bringen würde. Eigentlich hatte sie ihr bestes Kleid anziehen wollen, so wie ihre Mutter es auch getan hätte, aber sie wusste nicht, welches ihrer Kleider ihr bestes war oder wonach sie es hätte auswählen sollen. Darum hatte sie es bei Jogginghose und T-Shirt belassen. Sie war in der Küche beim Einmachen gewesen und trotz ihrer nachlässigen Kleidung sah sie nett aus. Ihr Gesicht war vom Dampf gerötet und fröhlich und ihr braunes Haar, das normalerweise nach hinten gekämmt und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war, trug sie nun offen. Wenn man heute nah genug an sie herankam, roch sie recht intensiv nach Pfirsich. Sie war von mittlerer Statur in jeder Hinsicht und wurde von ihren Freunden Dottie genannt, Dott von ihrem Ehemann und Mrs. Willis von allen anderen. Dottie war bei den Leuten beliebt. Es hieß, sie sei interessant. Das sagte man von ihrem Ehemann eher selten. Man fand, Mr. Willis sei mickrig und das meinten die Leute nicht nur körperlich. Dottie aber sah an ihrem Mann mehr als nur das mickrige und sie liebte ihn. Der Henry, der im Bus saß, war ein ganz normaler zwölfjähriger Junge, der in einem langsamen Bus aus Boston saß und sich darauf vorbereitete, eine Tante und einen Onkel wiederzusehen, denen er das letzte Mal im Alter von vier Jahren begegnet war. Er freute sich nicht gerade auf das Wiedersehen mit Tante Dottie und Onkel Frank. Bislang hatte er ein Leben geführt, in dem er gelernt hatte, sich auf gar nichts zu freuen. Der Bus hielt mit einem Schwall metallischer Grunzlaute. Henry ging nach vorn und verabschiedete sich von einer redseligen Mitreisenden. Plötzlich fühlte er, wie er heftig von jemandem umarmt wurde, der ziemlich weich war und dabei nicht allzu groß, und er roch, dass der Dieselgeruch einem Pfirsichduft gewichen war. Das mit deinen Eltern tut uns beiden furchtbar leid, sagte sie. Dabei blickte sie ihn so intensiv an, dass Henry fast nicht mehr wegsehen konnte. Aber wir freuen uns, dass du zu uns kommst. Deine Cousinen sind schon ganz aufgeregt. Jemand schlug Henry auf die Schulter. Jawohl, sagte Onkel Frank. Der Truck steht da drüben. Onkel Frank trug Henrys Seesack, während Tante Dottie, einen Arm fest um Henrys Schulter gestungen, mit ihm zum Truck ging. Vor Jahrzehnten mochte er mal ein Ford gewesen sein. Dann hatte man ihn als Handwerksprojekt einer Highschool-Klasse in Henry überlassen. Und schließlich hatte Onkel Frank ihn einem Spendensammler für das Schuljahresabschlussfest abgekauft. Der Truck hatte die Farbe von schmutzigem Braun wie Schlamm, der nur von Blutegeln und anspruchslosen Fröschen als attraktiv empfunden wird. Es war der Schulklasse nicht gelungen, die großen Räder anzuschaffen, von denen sie eigentlich geträumt hatte. Daher hatten sie einfach nur die Karosserie des Trucks so weit angehoben, wie der Hersteller es erlaubte. Henrys Seesack wurde auf die Ladefläche des Trucks geworfen. Du musst draufklettern, sagte Onkel Frank. Die Ladeklappe lässt sich nicht herunterklappen, also steig auf den Reifen hier und zieh dich hoch. Henry stand auf dem Reifen und wippte einen Moment lang im Versuch, ein Bein über die Ladeklappe zu schwingen. Dafür setzte dem Onkel Frank von hinten einen Schubs und er fiel vornüber. Henry war noch nie auf der Ladefläche eines Lasters gefahren und er war immer davon ausgegangen, dass es verboten sei. Obwohl er bei der einzigen Reise, auf die seine Eltern ihn je mitgenommen hatten, eine Reise zu frühen Siedlungen im Südwesten, einen ganzen Laster voller Feldarbeiter vorbeifahren gesehen hatte. Da er selbst zu dieser Zeit in einem Kindersitz auf der Rückbank eines Volvos angeschnallt war, war er äußerst neidisch gewesen. Und nur ein paar Meilen weiter hatte er zu seinem Erstaunen feststellen müssen, dass Neunjährige üblicherweise gar nicht in Kindersitzen fahren. Ein Schulbus voller Kinder, die sich an einer Ampel vor Lachen über ihn ausschütten wollten, hatte ihn diese Lektion gelehrt. Henry hockte sich auf einen Radkasten. Der Motor erwachte zum Leben. Frank zwang die widerstrebenden Metallteile des Getriebes zusammen und Henry purzelte vom Radkasten herunter und auf die Ladefläche, während die Stadt Henry in Kansas an ihm vorbeirauschte. Der Truck brettete rechts um eine Kurve herum, Henry fiel auf den Rücken und breitete die Arme wie Adlerflügel aus. Er versuchte, sich nicht in einem Ford den Kopf zu stoßen, wenn der Laster wieder mal durch ein Schlagloch fuhr. Schließlich hielt Onkel Frank mit einem energischen Zug der Handbremse an und Henry schlitterte mit dem Kopf voran gegen die Fahrerkabine. Er rappelte sich vorsichtig auf die Knie und erspärte ein hellblaues Haus, an das er sich vage erinnerte. Das Haus war ziemlich groß und dahinter ragte eine noch größere Scheune auf. Eine überwiegend weiße Katze räkelte sich im Hof und blickte jetzt entsetzt auf. Im Eingang standen drei Mädchen und starrten Henry entgegen. Henry saß auf dem Holzfußboden und lehnte sich an die Wand. Die drei Mädchen saßen ihm im Schneidersitz gegenüber und starrten ihn an. Sie befanden sich auf dem Dachboden, einem großen, offenen Raum. Rechts von Henry, auf der anderen Seite des Dachbodens, führte eine schmale Doppeltür in einen Raum, der jetzt keine Dachkammer mehr war, sondern Henrys Zimmer. Onkel Frank hatte sich wegen der Größe entschuldigt und angemerkt, dass sie, falls man von seinen Eltern nichts mehr hörte und er für immer bei ihnen bleiben müsste, hingehen und die Wand einreißen würden, damit sein Zimmer sich etwas vergrößerte. »Ich heiße Anastasia«, sagte das kleinste Mädchen. »Ich weiß«, antwortete Henry. Sie war die Jüngste, klein und kräftig für eine Neunjährige, und sie hatte Sommersprossen. Ihr Haar war braun, aber Henry fand es sah so aus, als wäre es lieber rot gewesen. »Und warum hast du da nicht gleich »Hallo, Anastasia« gesagt? »Sei still«, sagte das älteste Mädchen. Anastasia verzog schmollend die Lippen. »Wenn du gewusst hast, dass ich Anastasia heiße, wie heißen dann die anderen?« Henry sah zum ältesten Mädchen hinüber. Ihr glattes, beinahe schwarzes Haar hing offen über ihre Schultern. Sie lächelte ihn an. »Penny«, antwortete Henry. Dann wandte er sich an das dritte Mädchen, das dicke, braune Locken und grüne Augen hatte. »Und Henrietta«. Henrietta starrte ihn an. Henry senkte den Blick. Er hatte die vage Erinnerung, dass er bei seinem letzten Besuch Henriettas Kater etwas ziemlich Schlimmes angetan haben musste. Er wurde rot und Anastasia setzte ihre Befragung fort. »Und wofür steht Penny?« hakte sie nach und verengte ihre Augen zu schmalen Schlitzen. Penelope grinste. »Es steht für gar nichts, Anastasia.« »Es steht für Penelope«, beharrte Anastasia. »Stimmt's, Henry?« Henry zuckte die Schultern, aber Anastasia sah ihn gar nicht an. Sie sah Henrietta an. »Nein«, sagte Penelope. »Es steht nicht für Penelope. Es ist die Abkürzung davon. Wenn man nur die Initialen schreibt, dann stehen sie für etwas.« Henry versuchte, Henriettas Blick aufzufangen. »Und du wirst Henry genannt?« »Ja«, antwortete Henriette, »aber es gefällt mir nicht.« »Henrietta ist einfach zu lang«, meinte Anastasia. Henry dachte nach. »Es ist auch nicht länger als Anastasia.« »Eine Zeit lang wollte ich Josefine genannt werden, aber dann haben sie einfach »jo« zu mir gesagt.« »Du kannst Beatrice zu mir sagen.« »Ah, gut«, antwortete Henry. »Wir können auch Beatrice zu dir sagen«, meinte Anastasia grinsend. »Nicht, wenn ihr eure Zähne im Mund behalten wollt.« »Hör doch auf«, sagte Penny, »warum können wir nicht einfach Henrietta zu dir sagen. Nachdem er nun hier ist, können wir dich ja nicht Henry nennen.« Henrietta erwog diese Möglichkeit. Dann guckte sie zu Henry. »Okay«, meinte Henry. Dann schwiegen sie wieder und Henrys Gedanken wanderten zurück. Der entsetzte Kater, eines der Mädchen, hatte ihn Blake genannt, hatte sich schleunigst aus dem Staub gemacht. Während Tante Dottie mit Henry auf das Haus zuging und freundlich sagte, »Henry, du erinnerst dich doch an die Mädchen?« Dann war Henry an einen menschlichen Zug angekoppelt worden, gleich hinter der Lokomotive und mit Hochgeschwindigkeit durchs Haus gelotst worden. Er hatte Sofas gesehen, Geschenke verstorbener Großtanten, Lampen, die nicht funktionierten, Schätze, die Onkel Frank über das Internet erworben hatte. Henry hatte die Krimskramms-Schublade zu sehen bekommen, er hatte das Klo besichtigt, den Pümpel betrachtet und von den Problemen mit dem Abfluss erfahren. Man hatte ihn aufgefordert, still zu sein und zu horchen, ob der Kühlschrank wieder seine merkwürdigen Geräusche von sich gab. Tat er nicht, aber Henry war gewarnt worden, dass er es schon mitbekommen würde. Und auf dem breiten Flur im ersten Stockwerk befand sich die Tür zum Zimmer an der Vorderseite des Hauses. Henrietta hatte es »Großvaters Zimmer« genannt, aber niemand hatte sich ihm genähert. Jede andere Tür im Haus, jede Schublade und jeder Schrank, alles war geöffnet worden. Nur diese Tür nicht. »Henry«, fragte Anastasia, »glaubst du, dass deine Eltern sterben werden?« Penelope warf einen vernichtenden Blick in Richtung ihrer Schwestern. Henrietta und Anastasia starrten Henry an. Anastasia beugte sich vor. »Zacky Johnsons Vater ist durch einen Mähdrescher ums Leben gekommen.« »Halt den Mund«, sagte Penelope. »Henry, du willst vielleicht nicht drüber sprechen.« »Penelope mag Zacky«, sagte Anastasia. Henrietta lachte. Penelopes Gesicht verdüsterte sich. »Alle mögen Zacky«. Anastasia sah Henry geradewegs in die Augen. Er geht ganz allein auf den Friedhof und er wirft immer wieder einen Baseball gegen den Grabstein seines Vaters. »Ich habe keine Lust, mich über Zacky zu unterhalten«, sagte Henrietta. »Ich will etwas von Onkel Phil und Tante Ursula hören.« »Glaubst du, sie müssen sterben?« schaltete Anastasia sich wieder ein. Penelope zog die Nase hoch. »Du musst nicht antworten, Henry.« Henry seufzte. »Nein, ist schon gut. Ich weiß ohnehin nicht viel. Sie sind entführt worden, während sie in Kolumbien mit dem Fahrrad unterwegs waren.« »Was haben sie denn überhaupt in Kolumbien gemacht?« wollte Henrietta wissen. »Sie sind Reisebuchautoren und wollten ein Buch über Fahrradreisen durch Südamerika schreiben. Seitdem ich zur Schule gehe, machen sie ständig solche Sachen.« »Dann bist du also schon viel herumgekommen?«, meinte Henrietta. »Sie nehme ich ja nie mit. Ich war einmal in Disney World, aber nur mit einem Kindermädchen. Und einmal in Kalifornien.« Zweites Kapitel Henry konnte nicht einschlafen. Sein Zimmer bestand aus einem Bett, auf dem er lag, einem kleinen Gestell, auf dem eine Leselampe stand, und aus einer Kommode mit drei Schubladen. Die beiden Zimmertüren standen offen. Das Licht war ausgeschaltet. Wozu sollte es auch brennen? Das Einzige, was es in seinem kleinen Zimmer zu betrachten gab, war ein Poster an der Decke. Und das hatte Henry schon vor einer Weile zur Genüge betrachtet. Onkel Frank hatte erzählt, es habe ihm gehört, als er jung war. Es war ein Foto des Basketballteams der Universität Kansas. Das Licht des Mondes erleuchtete Henrys Zimmer, fast heller als die Lampe. Er fragte sich, ob es für ihn in diesem Sommer wohl eine Möglichkeit geben würde, Baseball zu spielen. Wobei er allerdings zunächst erst einmal werfen lernen müsste. Henry hoffte, dass es seinen Eltern gut ging. Aber er dachte auch, dass es angenehm wäre, wenn sie erst gegen Ende des Sommers zurückkämen, kurz bevor er wieder zur Schule musste, oder wann immer die Baseball-Saison endet. Henry dachte gerade an Baseball und daran, wonach genau seine Tante bei der Begrüßung gerochen hatte, als über seinem Kopf etwas gegen die Wand schlug. Ein Vogel, sagte er laut. Eine Eule vielleicht, oder eine Fledermaus. Was immer es gewesen sein mochte, jetzt kratzte es. Oder er bildete sich ein, dass es das tat. Ganz sicher weiß ich nicht. Doch, wieder ein Schlag. Henry setzte sich auf und versuchte, normal zu atmen. Er stellte sich vor, wie riesige Fledermäuse gegen das Haus flogen und Ratten im Innern der Wände umherhuschten. Tausende von Geräuschen, in tausenden von Nächten, sagte er sich. Achte nicht darauf. Stattdessen stand er auf und ging die Treppe hinab. Er wollte ins Bad. Er wollte Wasser aufdrehen und die Toilettenspülung ziehen. Er wollte seine Gedanken mit normalen Geräuschen durchspülen. Im Bad hatte jemand das Licht angelassen. Ein heller Streifen am unteren Türrand leuchtete auf den Flurteppich. Als er die Tür erreichte, legte Henry die Hand auf die Klinke. Im Bad war bestimmt jemand. Er hasste Unterhaltungen durch Badezimmertüren. Daher ließ er seine Hand sinken. Er wollte sich umdrehen, auf die Treppe setzen und warten. Er war noch keinen Schritt gegangen, als die Klinke gedrückt wurde. Henry sprang zur Treppe und kauerte sich in die Dunkelheit. Ein alter Mann trat auf den Flur hinaus. Er war klein, hatte eine schimmernde Glatze und an den Seiten schütteres weißes Haar. Eine lange Tweed-Hose war bis zu den Knöcheln hochgekrempelt und ein Bademantel aus violettem Satin schlabberte um ein schmutziges weißes T-Shirt. Der Saum des Bademantels schleppte auf den Boden und um die nackten Füße des Alten. Der Mann wischte sich mit einem Handtuch Rasierschaum vom Hals, während er auf die Tür zu Großvaters Zimmer am Ende des Flurs zuging. Bevor er die Tür berührte, sah er sich um. Seine tiefschwarzen Augen hefteten sich auf den in der Dunkelheit kauenden Henry. Henry blinzelte ein paar Mal heftig, dann gähnte er und reckte die Arme über seinen Kopf. Jemand hatte das Licht im Bad angelassen, aber warum saß er auf der Treppe? Nachdem er fertig war, eilte er die Treppe hinauf, zurück auf seinen Dachboden. Henry schlüpfte ins Bett, während seine Gedanken unablässig umherwanderten und nach etwas suchten, das ihm abhandengekommen war. Er träumte von einem Spielfeld, auf dem er stand und wo er genau wusste, wie er den Ball zu werfen hatte. Und aus irgendeinem Grund sah ihm ein Mann in einem violetten Mantel dabei zu. Drittes Kapitel Henry schlief sehr lange. Irgendwann wachte er aber doch auf. Seine Tante war in der Küche. Henry rief sie und lächelte ihn an. Offenbar war sie noch immer beim Einmachen. Ein riesiger schwarzer Topf kochte auf dem Herd. Wir wollten schon einen Such- und Hilfstrupp losschicken. Sie lachte und setzte eine Maschine in Gang, die verschrumpelte Äpfel zerkleinerte. Sieh bloß nicht so auf meine Äpfel herab, Henry York. Hinter dir im Regal stehen Cornflakes, wenn du willst. Müsli-Schalen stehen auf der Anrichte. Milch ist im Kühlschrank. Wenn du fertig bist, wasch deine Müsli-Schale ab. Dann kannst du, sofern du dich nicht wieder hinlegen und die nächste Mahlzeit verschlafen möchtest, zur Scheune hinübergehen, dein Onkel will mit dir reden. Die Mädchen sind bei einer Geburtstagsfeier in der Stadt. Henry verließ die Küche, in sich versunken ging er zur Scheune hinunter. Henry, bist du das da unten? Onkel Franks Stimme schien vom Zwischenboden über seinem Kopf zu kommen. Beweg dich hier rauf! Gegenüber ist eine Leiter. Henry lief zu einer Leiter, die an der Wand befestigt war und kerzengerade nach oben führte. Er setzte seinen Fuß auf die unterste Sprosse, ein morsches, verdrecktes Stück Holz, und folgte dem Lauf der Leiter mit den Augen. An zwei Heuböden vorbei, bis unter die Balkendecke der Scheune. An Henrys Etagenbett hat es auch eine Leiter gegeben, und die war das Höchste, was er je erklommen hatte. Henry, ja, ich komme, Onkel Frank. Henry begann zu klettern und streckte schließlich seinen Kopf durch die Bodenluke. Holla, Henry, sagt Onkel Frank. Er saß an einem Schreibtisch, der mit allerlei Krempel zugemüllt war. Henry, ich muss mit dir reden. Deine Tante weiß nichts davon, und ich will ihr vorerst auch nichts erzählen. Aber irgendjemandem muss ich mich ja anvertrauen. Und da kommst du mir gerade recht. Worum geht es denn? Ich betreibe einen Internetladen und verkaufe Ware an Leute in der ganzen Welt. Das mache ich seit etwa zwei Monaten, und heute habe ich das Geschäft meines Lebens abgeschlossen. Er lachte auf. Ich habe gerade zwei Steppenläufer für 1500 Dollar verkauft. Aber wer kauft denn Steppenläufer? Und noch dazu für so viel Geld? Steppenläufer waren die vertrockneten Wüsche, die in so gut wie jedem Westernfilm irgendwann als trockene Kugeln durch die Wüste rollten. Frank grinste und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Haha, ich wäre schon mit 10 Dollar für beide zufrieden gewesen, aber ein paar japanische Geschäftsleute haben ihre Leidenschaft für Unkraut entdeckt und sich gegenseitig überboten. Und nun sitze ich als reicher Mann vor dir. 750 Dollar das Stück. Meinst du denn, dass die Typen wirklich bezahlen? Natürlich bezahlen sie. Was hältst du davon, wenn wir in die Stadt fahren, ein Eis essen und dann Geld pflücken gehen? Nach dem Eis bekam Frank Hunger. Darum fuhr er mit Henry zu einem Laden, der Lennys hieß und von einem Typen namens Kyle geführt wurde. Dort aßen sie platte Cheeseburger und dicke Fretten. Sie schafften es tatsächlich, den gesamten Nachmittag zu vertrödeln, indem sie von einem Ort zum anderen zogen, aus dem ein oder anderen Grund oder auch ganz ohne Grund. Bis sie schließlich zum Stadtpark kamen, wo ältere Leute einen Flohmarkt veranstalteten. Hey, Henry, schrie Frank über drei Reihen Tische hinweg. Hast du einen Handschuh? Einen Handschuh? Einen Baseball-Handschuh. Hast du einen? Ach, vergiss es. Er ist ein Linker. Ich bin Linkshänder, aber ich glaube, ich will ihn nicht. Ich mag Baseball nicht so richtig. So drückt man sich aus, wenn man eigentlich meint, ich kann es nicht. Ach, komm schon, probier ihn an. Ein Junge braucht doch einen Handschuh. Henry hatte keine Lust. Wenn er einen Handschuh hätte, würde sicher jemand Fänger spielen wollen und dann hätte er werfen müssen. Das Leder war dunkel und alt. Haarfeine Risse liefen über die dicken Finger. Aber die Handfläche schimmerte sanft. Henry schob seine Hand hinein. Der Handschuh passte gut. Wenn wir nach Hause kommen, musst du ihn einfetten. Ein alter Handschuh ist das Beste überhaupt. Geschichte kann man nicht neu kaufen. Als sie den Flohmarkt verließen, verstaute Frank eine bauchige Lampe und ein unvollständiges, mehrbändiges Lexikon auf der Ladefläche des Trucks. Und Henry war nicht nur der stolze Besitzer eines Baseballhandschuhs, sondern auch eines Messers. Es war ein Klappmesser und es fühlte sich fremd an in seiner Hand. Seine Eltern hatten ihm nie verboten, ein eigenes Messer zu besitzen, vermutlich, weil sie nie damit gerechnet hatten, dass er mal eines in die Finger bekommen könnte. Henry hielt die Klinge geöffnet und fuhr mit dem Finger über die Schneide. Ziemlich stumpf im Moment, meinte Frank. Aber ich kann es dir schleifen. Dottie hat die schärfsten Messer, die man sich vorstellen kann. Schneidet sie sich denn nicht? Frank versetzte Henry einen Klaps aufs Knie. Mit einem scharfen Messer rutscht man nicht ab und schneidet sich nicht. Und falls es doch mal passiert, wird der Schnitt glatter und heilt besser. Ich möchte dir also empfehlen, nicht mit irgendwelchen Schnitzereien anzufangen, bis ich mein Schleifwerkzeug rausgeholt und die Klinge geschliffen habe. Ist gut, Onkel Frank. Henry ließ die Klinge los und sie rutschte sofort zurück in den Griff. Wieso bleibt es nicht offen? Naja, weil innen drin irgendwas kaputt ist. Ich habe viele solche Messer gehabt. Eigentlich ist es auch egal, solange es nicht in deiner Tasche aufspringt. Ich habe noch immer eine Narbe, weil mir sowas mal passiert ist. Wenn es offen ist, musst du einfach deinen Daumen seitlich an die Klinge drücken. Dann ist alles okay. Außerdem hast du das Messer dann viel besser im Griff. Onkel Frank fuhr den Wagen auf ein kahles Stück Erde, das zu beiden Seiten eines Grabens lag und dann in ein Feld überging. Da sind wir, Henry. Steppenläufer sind wie Menschen. Sie siedeln sich gern dort an, wo der Wind nicht hinkommt. Frank stieg schon aus dem Wagen und kletterte in den Graben hinab. Dort unten lief ein Rinnsaal in eine Röhre hinein. Dicht ineinander verwoben und dreckig hing das Unkraut an der Rohröffnung und raschelte Frank bei seinen Bewegungen um die Beine. Er fasste das verfilzte Kraut, zog es heraus und warf eine ordentliche Handvoll auf die Grabenböschung. Aus dem unteren Ende des Haufens tropfte braunes Wasser heraus. Frank schob die restlichen Steppenläufer mit dem Fuß zusammen. Henry sah zu, wie Frank aus dem Graben kletterte und die Steppenläufer auf die Ladefläche warf. Er versuchte, das Unkraut mit einem Seil zusammenzubinden. Wenn wir Menschen irgendwie den Halt verlieren, wir uns verlaufen oder sozusagen verloren gehen, werden wir herumgewirbelt, bis wir irgendwo einen Unterschlupf finden oder ein Loch oder eine Röhre. Er kappte das Ende des Seils und stieg zurück in den Wagen. In Städten gibt es solche Löcher, sagte er. In Häusern, eigentlich überall. Und wie sehen diese Löcher genau aus, fragte Henry. Henry. Frank lachte und warf den Truck an. Wie Bauchnabel zum Beispiel. Oder wie die Gegend hier. Henry sah zu, wie Onkel Frank den Gang einlegte. Ich bin auch mal verloren gegangen, sagte Frank. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich sitze im selben Rohr wie du. Allerdings glaube ich, dass es dich noch eine Weile herumwirbeln wird. Trotz des Seils fielen während der Rückfahrt alle paar hundert Meter Büschel der Steppenläufer herunter. Da sieht man mal, wie reich ich bin, sagte Frank. Tausende von Dollar fliegen von meiner Ladefläche und ich fahre trotzdem nicht einen Deut langsamer. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich ein Netz mitgebracht. Bin gespannt, ob ich alles verloren habe, bis wir wieder zu Hause sind. Als sie ankamen, fuhr Frank den Truck auf die Wiese, um das Haus herum und hinunter bis zur Scheune. Vier Steppenläufer hatten sich im Seil verfangen und baumelten am hinteren Ende des Trucks herunter. Nach dem Abendessen gingen Dottie und Frank vor die Haustür für die einzige Zigarette, die Frank täglich rauchen durfte. Henry ging mit den Mädchen in ihr Zimmer hinauf. Warum wohnt ihr alle drei zusammen in einem Zimmer? fragte er. Das Haus ist doch riesig groß. Er unterbrach damit eine Auseinandersetzung über die Frage, ob man zusammen Piraten oder Monopoly spielen sollte. Die Vertreterin des Brettspiels war Henrietta, Anastasia war für die Piraten. Penelope lag vollkommen gleichgültig auf dem oberen Bett. Sie wusste genau, dass sie das Zünglein an der Waage war. Sie las. Weil es nun mal so ist, antwortete sie auf Henrys Frage und legte ihr Buch weg. Im Erdgeschoss gibt es noch einen Raum, aber das ist Moms Nähzimmer und Dads Zimmer für den Fernseher. Ob er uns heute Abend wohl fernsehen lässt? Auf dieser Etage gibt es drei Schlafzimmer, sagte Anastasia. Das von Mom und Dad, das hier und … Das von Großvater, beendete Henrietta den Satz. Sie sah Henry in die Augen. Er ist tot. Henry wusste, dass sein Großvater gestorben war. Er erinnerte sich noch daran, wie seine Mutter ihn damals in der Schule angerufen hatte. Aber er erinnerte sich auch noch an etwas anderes. Allerdings nicht genau, nicht richtig. Er wusste nur, dass er etwas vergessen hatte. Seine Cousinen starrten ihn an. Er blinzelte. Ja, sagte er dann. Sein Gesicht glühte. Das weiß ich. Großvaters Zimmer ist das schönste von all, fuhr Penelope fort. Es hat ein riesiges Bett, weil er so groß war, und zwei Fenster zur Vorderseite des Hauses. Mom und Dad werden es irgendwann übernehmen, wenn sie es aufbekommen. Aber Dad kann den Schlüssel nicht mehr finden. Er meint, er muss irgendwo auf seinem Schreibtisch liegen. Die Fenster lassen sich auch nicht öffnen, sagte Penelope. Wer hat Großvaters Zimmer denn abgeschlossen? Wollte Henry wissen. Mom meint, das Schloss ist gar nicht abgeschlossen, sondern nur kaputt, sagte Penelope. Dad sagt, alte Türen haben ihren eigenen Willen. Wie lange ist das Schloss denn schon kaputt? Seit Großvater gestorben ist. Das Zimmer ist seit zwei Jahren abgeschlossen? Henry rappelte sich auf und trat auf den Flur hinaus. Es ist die da drüben, nicht wahr? Ja, antwortete Henrietta. Die Tür von Großvaters Zimmer sah alt aus, aber ansonsten völlig normal. Die angelaufene Messingklinke hing schief herab. Henry streckte die Hand aus, doch dann hielt er inne. Seine Augen waren nicht auf das gerichtet, was vor ihm lag. Er konzentrierte sich auf ein Bild in seinem Kopf. Ein kleiner alter Mann. War er violett? Oder violett gekleidet? In einen violetten Mantel. Ein kleiner Mann in einem violetten Mantel, der ihm beim Baseballspielen zusah. Siehst du? Henry fuhr zusammen, als Henriettas Stimme dicht neben ihm ertönte. Sie rüttelte an der Klinke. Jetzt komm, lass uns was machen. Ich will aber nicht Monopoly oder Piraten spielen, sagte Anastasia. Na gut, sagte Penelope. Daneben Menschenfresser-Hüpfekästchen. Die drei Mädchen verschwanden die Treppe hinunter. Henry folgte ihnen. Obwohl es Henry eigentlich Spaß machte, oben in der Scheune herumzuspringen und zu sehen, wie der Staub aufwirbelte, war ihm das Spiel ein wenig peinlich. Schließlich ließ er die Mädchen allein, ließ sich von Onkel Frank ein zerfleddertes altes Buch mit dem Titel »Unterseeboot-Periskop« geben und stieg damit die Treppen hinauf. Die Sonne war noch nicht lange untergegangen und er saß auf seinem Bett und sah durch die Türen über den gesamten Dachboden und aus dem runden Fenster hinaus auf die Straßenlaternen der Stadt Henry in Kansas. Nach einer Weile schloss er die Türen, streckte sich auf dem Bett aus und schlief bei eingeschalteter Lampe ein. Mit einem Ruck wachte Henry auf. Zuerst wusste er nicht, warum er aufgewacht war. Er musste nicht aufs Klo, seine Arme waren nicht eingeschlafen und er hatte auch keinen Hunger. Er setzte sich auf. Ein Stückchen Putz rutschte von seiner Stirn. Er strich sich mit der Hand durch das Haar und noch mehr Wandputz fiel in seinen Schoß. Henry sah auf. Über ihm ragten zwei kleine Knöpfe aus der Wand. Einer der Knöpfe drehte sich kaum merklich. Ein feines, kratzendes Geräusch war zu hören, das sich schließlich zu einem Schlag steigerte, der feinen Mörtelstaub auf Henry und sein Bett herabriesen ließ. Die Knöpfe standen so still, dass er sich fragte, ob sich der eine tatsächlich bewegt hatte. Henry wusste, was sich auf der anderen Seite der Wand befand. Absolut gar nichts. Ein Stockwerk tiefer lag an dieser Stelle das Fenster der Mädchen, das über die Felder blickte. Und darunter befand sich die Küchenwand, die Tür der Abstellkammer und die Wiese. Henry drehte sich herum und betastete die Knöpfe vorsichtig. Dann begann er, den Putz in kleinen Stückchen von der Wand zu pulen. Während er die Umgebung um die beiden Knöpfe herum freilegte und dabei einen Berg Mörtelstaub auf die Decke krümmelte, stellte er fest, dass sich unter ihnen eine quadratische Metalltür befand, die nicht breiter als 20 Zentimeter war und die unter der Staubschicht zerkratzt und grün und braun angelaufen war. Sein Schatten war ihm im Weg, darum holte er seine Lampe und stellte sie neben sich aufs Bett. Die Knöpfe befanden sich in der Mitte der Tür. Sie bestanden aus Messing, das angelaufen war und sehr alt aussah, waren klein und hatten riesig breite Umrandungen. Henry umfasste mit jeder Hand einen und drehte. Sie ließen sich geräusch- und widerstandslos bewegen. Aber es geschah nichts. Über jede Umrandung ragte ein langer Pfeil hinaus. Um den Knopf auf der linken Seite waren rundherum Schriftzeichen in die Tür geschnitzt und um den Knopf auf der rechten Seite herum Ziffern. Die Zeichen auf der linken Seite begannen mit einem A und endeten mit etwas, das wie ein G aussah. Die anderen Zeichen sagten Henry überhaupt nichts. Mit dem Knopf auf der rechten Seite war es einfacher. Eins bis zweiundzwanzig in römischen Ziffern. Er zählte das merkwürdige Alphabet auf der linken Seite durch und stellte fest, dass es neunzehn Schriftzeichen enthielt. Henry war in Mathe nie besonders gut gewesen. Er wusste aber, dass er neunzehn mit zweiundzwanzig multiplizieren musste, um herauszufinden, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gab, um die Tür zu öffnen. Nach mehreren Versuchen, die Rechenaufgabe im Kopf zu lösen, verließ er sein Zimmer und schlich so leise er konnte die Treppe hinunter. Als er endlich im Erdgeschoss angekommen war, eilte er in die Küche, wo er in der Krimskramms-Schublade nach einem Stift zu suchen begann. Dort fand er einen Bleistift und eine kleine Gebrauchsanweisung für einen Mixer. Er riss die Rückseite ab und kehrte schnell wieder um nach oben. Zweiundzwanzig mal neunzehn war vierhundertachtzehn. »Was machst du da?« fragte eine Stimme hinter ihm. Henrietta stand in der Tür. »Ich hab dich auf der Treppe gehört. Was hast denn du mit der Wand gemacht?« »Ich hab überhaupt nichts gemacht. Sie ist einfach kaputt gegangen, und ich wollte nachsehen, was unter dem Putz ist.« »Ich bin auf diese kleine Tür gestoßen.« »Aber sie lässt sich nicht öffnen, wenn man die Kombination nicht kennt. Ich hab herausgefunden, dass es vierhundertachtzehn mögliche Kombinationen gibt. Ich will sie alle ausprobieren, bis ich die Tür öffnen kann.« »Und was meinst du, was dahinter ist?« »Vielleicht die alten Sachen von jemandem«, sagte er. »Socken oder ein paar Schuhe. Ein paar alte Füllfederhalter. Wären auch cool.« »Oh«, sagte Henrietta. »Ich dachte, es könnte vielleicht eine Landkarte sein oder ein Buch, in dem steht, wie man in eine geheime Stadt kommt, und die Schlüssel zu einer vergessenen Tür. Oder auch Diamanten?« »Jedenfalls finde ich, ich sollte versuchen, sie zu öffnen. Ich werde von hinten anfangen. Ich werde den Pfeil auf das letzte Schriftzeichen stellen und dann alle römischen Ziffern der Reihe nach durchprobieren. Danach werde ich das nächste Schriftzeichen mit allen römischen Ziffern ausprobieren, bis ich alle vierhundertachtzehn durchhabe.« »Gut«, sagte Henrietta. Sie ließ sich auf das Bett zurücksinken. Henri hatte dreieinhalb Schriftzeichen durchprobiert, bevor sie ihn das erste Mal unterbrach. »Wie viele sind sie noch, Henri?« »76 habe ich schon.« Als sie ihn erneut unterbrach, war er fünf Buchstaben weitergekommen. »Henri? Was bedeuten denn die anderen Zeichen auf dem Knopf?« »Was für Zeichen?« Sie kniete sich hin und leckte an ihren Daumen. Henri ging ihr ein wenig aus dem Weg und sah zu, wie sie die Knöpfe blank rieb. Die großen Pfeile, an denen er gedreht hatte, ragten weit aus den Knöpfen hinaus. Als Henrietta fertig war, konnte Henri sehen, dass sich auf jedem Knopf noch drei weitere Pfeile befanden. »Die sehen aus wie zwei Kompasse«, meinte Henrietta. »Stimmt was nicht?« Henri ließ sich mit dem Rücken auf das Bett fallen und knirschte mit den Zähnen. »Wir werden nie dahinter kommen.« »Hör auf, mit den Zähnen zu knirschen. So schwierig kann das ja wohl nicht sein.« »Es ist noch viel schwieriger. Mit vier Zeigern auf jedem Knopf, das können tausende Kombinationen sein.« »Dann sollten wir jetzt vielleicht besser schlafen gehen. Wir können es morgen herausfinden.« »Ja, aber erst mal sollte ich das hier sauber machen.« Henrietta stand auf und regte sich. »Nimm Sie mit nach unten und schüttle Sie draußen aus.« Henri nahm die Decke an ihren vier Ecken und warf sie sich wie einen Sack über die Schulter. Dann verließen die beiden leise sein Zimmer und schlichen vorsichtig die Treppe hinunter. Sie kamen am Mädchenzimmer vorbei, flüsterten sich eine gute Nacht zu, und Henrietta kroch schnell in ihr Etagenbett. Während er hinaustrat, überlegte er, dass er ein paar Schritte vom Haus weggehen sollte. Seine nackten Füße versanken im kühlen Gras. Er sah zu einem wunderbaren Himmel hinauf, der über und über mit Sternen bedeckt war. Ein schimmernder Zweidrittelmond hing tief über dem Horizont. Henri lief zur Scheune, schlich seitlich an ihr vorbei, schüttelte seine Decke aus und setzte sich. Er fühlte sich genau wie damals, als er herausgefunden hatte, dass Jungs im Stehen pinkeln. Er erinnerte sich, wie er im Internat seine Tasche ausgepackt und ihm sein Zimmergenosse dabei zugesehen hatte. Sein Zimmergenosse hatte ihn gefragt, wozu der Helm sei, und mit einem Mal hatte Henri das dumpfe Gefühl gehabt, dass man ihn im Dunkeln gelassen hatte. Er hatte es gerade noch unterdrücken können, seinem Zimmergenossen wahrheitsgemäß zu antworten. Die Worte »Das ist ein Helm, den mir meine Mutter für den Sportunterricht gekauft hat« wurden ersetzt durch »Das ist ein Helm für Autorennen, aber ich werde ihn hier wohl nicht brauchen.« Er sah sich auf der hochstehenden, taufeuchten Wiese um und für einen kurzen Moment nahm er kein Gras wahr. Stattdessen sah er Millionen schmaler grüner Halme. Jeder Halm war ein Kind ohne Helm, ein Kind, das wusste, wie die Dinge liefen. Über ihm blinkten lachende Sterne. »Er wusste nichts von geheimen Städten«, sagte Orion. »Seine Mutter hat ihm nie davon erzählt.« Der große Bär grinste. »Hat sein Vater ihm denn etwas von vergessenen Türen gesagt?« »Kein Wort. Er hat einen verborgenen Schrank mit Kompassschlössern entdeckt. Und wisst ihr, was er geglaubt hat, was darin sein könnte?« »Das Horn eines Einhorns?« »Socken.« »Oder auch Stifte.« »Stifte?« Henry seufzte. Er stand auf und ging mit einem vertrauten Gefühl zurück zum Haus. Dem Gefühl von »Jetzt weiß ich es«. Das Gefühl, das bedeutet, dass du in dieser Nacht mit deinem Helm, einem Stapel Nachthemden und deinem Trostbären zum Mülleimer deines Schlafsaales schleichen wirst. Henry ging in die Küche und sah sein Messer auf der Anrichte liegen. Die frisch geschliffene Schneide grenzte ihn an. Oben in seinem Zimmer kniete Henry auf seinem Bett und kratzte mit seinem Messer den Putz von der Wand. Viertes Kapitel Wieder einmal war Henry bei eingeschaltetem Licht eingeschlafen, wobei es dieses Mal weniger ein Einschlafen gewesen war, als eher ein Zusammenbrechen auf dem Bett. Henry schielte ins Tageslicht und sah dann auf die Wand hinter sich. Sie bestand von oben bis unten aus kleinen Türen und Fächern. Henry stand auf und eilte zur Treppe. So wie es aussah, hatte er ein Problem. Und es war bereits Morgen. Vielleicht waren schon alle auf und wenn er die Treppe herunterkam, würde er wohl nicht verbergen können, was er getan hatte. Henry stand am Kopf der Treppe und hörte das Ticken der Esszimmeruhr. Er betrat die erste Stufe. Sie knarzte. Er schließt die Luft aus und trat auf die nächste Stufe. Womit er nicht rechnete, war ein spitzer Putzkrümel. Als Henry zurücksprang, knallte er mit der Ferse gegen die Stufe. Mit dem anderen Fuß glitt er aus. Er landete auf den Schulterblättern, schlug sich den Kopf an und rutschte in einer Wolke aus grauem Staub die Treppe herunter. Er rang nach Luft, war fest überzeugt, tot zu sein oder mindestens gelähmt. Er sprang auf und rannte schnurstracks ins Bad. Henrietta und Tante Dottie traten aus ihren Zimmern und in die dünne Staubwolke, die noch immer die Dachbodentreppe herunterwaberte und sich auf den grünen Teppich legte. Die Dusche wurde aufgedreht. »Geh wieder ins Bett, Henrietta«, sagte Dottie. »Dein Cousin braucht eine Uhr.« Als Henry fertig war, huschte er mit einem um den Körper geschlungenen Handtuch zurück auf den Dachboden. In der Zimmertür blieb er stehen und musterte den Raum. Sein Bett war unter den Brocken von Putz fast nicht mehr zu erkennen, während der Boden aussah wie eine Kreuzung zwischen einem Strand und einer Schotterpiste. Als er die zweite Tür entdeckt hatte, hatte er gedacht, dass es sich bei der Wand um eine Art Einbauschrank handelte. Aber die zweite Tür bestand aus einem sehr hellen Holz, fast weiß, ganz anders als die erste Tür. Henry hatte so lange den Putz abgekratzt und Türen freigelegt, bis er auf insgesamt 35 gekommen war. Und er war sicher, dass es noch mehr gab. Die meisten bestanden aus Holz, in allen möglichen Größen, Maserungen und Farben. Die Formen waren ebenso unterschiedlich wie die Dekore. Manche waren ganz glatt und andere hatten kunstvoll geschnitzte Oberflächen. Manche hatten Knäufe, andere kleine Griffe, manche Schlaufen und Vorrichtungen, die Henry noch nie begegnet waren. Und eine Tür besaß nichts von alledem. Er hatte an jedem einzelnen Fach gezogen und gedrückt und vorsichtig mit der Faust dagegen geschlagen, aber ohne Erfolg. Eine große Blase krönte seinen Daumen und an den Fingerknöcheln beider Hände war die Haut abgeschürft. Auf Zehenspitzen tappte Henry durch den Schutt und wühlte ein paar Klamotten aus den vollgestopften Schubladen seiner Kommode. Er zog sie an und ging dann in die Küche hinunter, um einen Besen und eine Kehrschaufel zu holen. Dabei fiel sein Blick auf die Uhr im Esszimmer und ihm wurde klar, warum noch niemand wach war. Er kehrte den Schutt von seinem Fußboden und kippte alles auf seine Bettdecke. Er fegte die Wände ab, seine Lampe, seine Kommode und seinen Nachttisch. Aber es blieb noch immer Staub übrig, der so fein war, dass er einfach nur vom Besen aufgewirbelt wurde. Schließlich gab Henry die Feinarbeiten auf. Er hängte sein vorsinnflutliches Kansas-Basketballposter um, damit es einen Teil dessen verdeckte, was er der Wand angetan hatte, überlegte, wo er noch mehr Poster herbekommen konnte und packte seine Decke an den Ecken, um sie hinaus neben die Scheune zu tragen. Er zerrte den provisorischen Sack zur Treppe und begann ihn Stufe um Stufe herab zu hieven. Als Henry endlich an der Scheune ankam, drehte er sich um und sah zurück zum Haus. Er hatte mit seinem Sack voller Putz eine verräterische Spur durch das hohe Gras gezogen. Dann betrachtete er den kleinen Haufen Putz, den er in der vergangenen Nacht hier abgeladen hatte, und verglich ihn mit der Größe des neuen Sacks. Unmittelbar vor seinen Füßen verlief ein alter Bewässerungsgraben. Henry warf die Decke ab, fasste sie an zwei Ecken und sah zu, wie das Werk seiner Zerstörung, die Böschung des Grabens hinab, bis in das unten stehende Wasser rutschte. Dann legte er sich in den Windschatten, den das hohe Gras bot, und schlief ein. Frank saß neben Henry und streckte seine Beine die Böschung des Bewässerungsgrabens hinab. In seiner rechten Hand hielt er einen Baseballschläger. Mit seiner linken Hand suchte er die Böschung nach Putzkrümeln ab. Wenn er wieder mal einen gefunden hatte, warf er ihn locker in die Luft und schlug ihn mit dem Schläger über den Graben oder auch nicht, wenn er nicht traf. Von Zeit zu Zeit sah er in Henrys Gesicht. Dottie hatte ihm erzählt, wie früh Henry an diesem Tag aufgestanden war und wie der Tag für ihn auf der Treppe begonnen hatte. Franks Aufgabe war es gewesen, Henry zu finden. Die meisten Leute aus Henry in Kansas hätten Frank unterstellt, dass sich seine Gedanken nur auf das unmittelbar vor ihm Liegende beschränkten. Sie wären davon ausgegangen, dass er über seine Neffen nachdachte, über eine verdreckte Decke und über Mörtelstückchen. Frank hatte diese Dinge durchaus bemerkt, aber sie lenkten seine Gedanken nur auf einen anderen Sommer, den Sommer, als es ihn nach Henry in Kansas verschlagen hatte. Er war nur ein oder zwei Jahre älter gewesen, als sein Neffe es jetzt war, und er hatte sich an demselben Bewässerungsgraben neben derselben Scheune auf die Ellenbogen gestützt. Er hatte sich gefragt, wo genau er eigentlich hingehörte. Henry wälzte sich im Schlaf herum und sein Fuß näherte sich dem im Graben stehenden Wasser. »Junge, wach auf!« Er schüttelte ihn. Henry schlug die Augen auf. »Schlecht geträumt, Henry?« »Na ja«, meinte Henry, »ehr merkwürdig.« »Gefällt es dir hier draußen in den Feldern?« Henry nickte. »Mir auch«, sagte Frank. »Ich kann hier gut nachdenken.« Er räusperte sich. »Weißt du, Henry, seit unserem letzten Gespräch über Steppenläufer habe ich ein bisschen Lebensweisheit hinzugewonnen. Ich habe immer gedacht, man kann einen japanischen Geschäftsmann und sein Geld leicht voneinander trennen. Aber jetzt weiß ich es besser.« »Wie meinst du das?« »Nur eine oder zwei Stunden, nachdem die Auktion für meine Steppenläufer beendet war, hat ein Typ ein Verkaufsangebot für echtexanische Steppenläufer ins Netz gestellt. Er hat noch ein Echtheitszertifikat dazugeschmissen und ein kleines gerahmtes Foto von dem Ort, wo er die Steppenläufer gefunden hat. Daraufhin haben meine Käufer einen Rückzieher gemacht und sein Zeug gekauft.« »Oh, das tut mir leid, Onkel Frank. Aber was machst du denn jetzt mit dem ganzen Unkraut in der Scheune?« »Es wieder freilassen«, seufzte Frank. »Ist ja ohnehin wildes Zeug und für ein Leben in der Gefangenschaft nicht geschaffen. Aber wir haben einen anstrengenden Tag vor uns. Also, machen wir uns auf und gehen zurück.« »Was haben wir denn vor?«, fragte Henry. »Gestern Abend habe ich dein Messer schon ein bisschen geschärft, aber ich möchte die Klinge noch etwas feiner schleifen.« Frank hielt den Baseballschläger in die Höhe. »Und ich habe das hier aus der Scheune ausgegraben.« Er stapfte durch das hohe Gras davon. »Vergiss deine Decke nicht, aber du solltest sie besser nochmal ausschütteln.« Henry folgte Onkel Frank. »Stimmt es, Henry, dass du heute Morgen die Treppe runtergefallen bist?«, sagt Onkel Frank. »Dafür siehst du eigentlich noch ganz gut aus. Ich bin diese Treppe auch schon mal runtergefallen, aber ich habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen.« »Onkel Frank, hast du noch mehr alte Poster?«, fragte Henry. »Ich werde mal nachsehen. Fangen wir erst mal mit deinem Messer an. Nach dem Essen üben wir dann ein bisschen Baseball. Wo ist denn dein Messer eigentlich? Ich hatte es auf der Anrichte liegen gelassen.« Onkel Frank saß am Esszimmertisch. »Um ehrlich zu sein, Henry«, sagte er, »ich weiß gar nicht, warum ich dir dieses Messer überhaupt gekauft habe. Es ist absolut wertlos. Die Klinge ist schon total abgenutzt und die Spitze ist abgebrochen. Ich kann es dir zwar immer noch schleifen, aber eigentlich brauchst du ein neues. Du kannst ruhig gehen und ein bisschen tun, was du willst. Hierfür werde ich eine Weile brauchen. Ich rufe dich dann, wenn ich fertig bin.« Henry lief nach oben in sein Zimmer. Als er dort ankam, traf er Henrietta, die auf seinem Bett kniete. »Ich habe das Poster schon abgenommen. Hoffentlich macht es dir nichts aus. Was meinst du, wie viel es noch gibt?« »Ich wette, die ganze Wand ist voll davon. Hast du bei allen versucht, sie aufzumachen?« »Hab ich. Ich habe letzte Nacht mein Messer ruiniert, um den Putz abzukratzen. Und heute Nacht kann ich nicht weitermachen, weil dein Vater es mir gerade wieder schärft.« Henrietta dachte nach. »Im Keller gibt es ein paar alte Werkzeuge. Soll ich mal nachsehen?« »Das wäre gut.« »Die Weiße gefällt mir am besten,« sagte Henrietta. »Die sieht am fröhlichsten aus. Von den anderen wären wohl ein paar lieber gar nicht da.« »Ich finde nicht, dass man Türen fröhlich nennen kann.« »Wie wäre es dann mit traurig?« »Die kleine da aus Metall, die sieht traurig aus.« Sie war die kleinste, die Henry freigelegt hatte, nicht höher als zehn Zentimeter und vielleicht zwölf Zentimeter breit, mit einem Schlüsselloch auf der linken Seite. Ihre Metalloberfläche war angelaufen und an einigen Stellen noch mit Gips bedeckt. Am unteren Ende befand sich ein kleines schwarzes Feld. Bestimmte sie froh, wieder frei zu sein. »Was meinst du? Woraus besteht das Schwarze?« Sie lehnte sich vor und tippte mit ihrem Fingernagel darauf. »Ich glaube, das ist Plastik.« Er kratzte darüber und fühlte, wie sich an seiner Fingerspitze etwas ansammelte. »Es scheint glas zu sein, das jemand überstrichen hat.« »Vielleicht können wir mit einer Taschenlampe hineinleuchten.« »Henry?« Tante Dottis Stimme klang über zwei Stockwerke hinauf. »Das Mittagessen ist fertig. Komm runter. Du auch, Henrietta, wenn du da oben bist.« »Können wir nicht einfach so tun, als hätten wir sie nicht gehört,« schlug Henry vor. »Nein, dann kommt sie bloß rauf. Lass uns lieber runtergehen. Wir können später weitermachen.« Als sie nach unten kamen, saßen Anastasia und Penelope bereits beim Essen. Onkel Frank zog Henrys Messer über einen Stein. Auf der gegenüberliegenden Seite standen zwei Teller mit überbackenen Käsebroten und zwei Gläser Milch. »Was hast du da gemacht, Henrietta?« fragte Anastasia kauend. »Du hast doch gesagt, du wolltest wieder rauskommen und mitspielen.« »Ich habe Henry getroffen und wir haben angefangen zu reden.« »Was, Säcki Johnson?« »Du bist unhöflich,« sagte Penelope. »Bin ich nicht,« antwortete Anastasia. »Mädchen,« schaltete sich Onkel Frank ein. »Das ist doch nicht so wichtig.« »Wir haben über vergessene Türen und geheime Städte gesprochen und darüber, wie man sie entdeckt,« sagte Henry. Dotti meldete sich zu Wort. »Frank, ich habe gestern beim Einkaufen Gladys und Billy getroffen. Weißt du, was sie zu mir gesagt haben?« »Guten Tag,« fragte Frank. Dotti warf das Geschirrtuch nach ihm. »Das hat er gesagt und sie auch, aber interessant wurde es, als er meinte, ob Frank diese Tür jemals aufbekommen wird. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, nein.« »Na, so kenne ich meine brave Frau. Ich liebe es, wenn du meine Ehre verteidigst.« Frank legte Henrys Messer beiseite, aß ein Sandwich mit zwei Bissen und trank seine Milch in einem Zug aus. Er stand auf und stützte die Hände in die Hüften. »Kinder und Frauen hinter die Linien,« schrie er und die Mädchen sprangen gleichzeitig auf. »Zwei Jahre lang haben meine schwarzen Schiffe vor Troja gelegen und heute sollen sich seine Tore öffnen durch die Kraft meines Armes.« Dotti lachte. »Henry, wir spielen morgen Baseball. Heute erobern wir Städte. Dots, hol mir mein Werkzeug.« Frank ließ zuerst seine Faust auf den Tisch donnern, sodass er Anastasias Milch verschüttete. Dann stellte er sich in Positur, hob beide Arme über den Kopf und drückte das Kinn auf die Brust. Die Mädchen jubelten und applaudierten. Tante Dotti kam mit einer roten Werkzeugkiste zurück ins Esszimmer. »Was habt ihr denn vor?«, fragte Henry. »Wir werden ein hölzernes Pferd bauen, dich hineinstecken und es als Geschenk anbieten,« antwortete Frank. Dotti lächelte. »Können wir zusehen?«, fragte Henrietta. »Ihr könnt in der Scheune spielen oder auf dem Hof, in den Feldern und den Wassergräben, solange ihr dem Zentrum des Geschehens nicht zu nahe kommt. Los, Henry!« Die Mädchen maulten, während Henry seinem Onkel nach oben folgte. »Heute ist der Tag, Henry, ich fühle es. Ich habe es seiner Tante nie gesagt, aber in diesem Zimmer. Befindet sich mein Lieblingsbuch. Ich habe deinem Großvater fast bis zum Schluss daraus vorgelesen. Eigentlich müsste es schon seit einer ganzen Weile zurück in die Bibliothek gebracht werden.« Fünftes Kapitel. Henry saß auf dem Boden des Flurs und sah zu, wie sein Onkel an der Türklinke herumfummelte. »Jetzt pass auf!«, sagte Onkel Frank. Mit einem Ratschgeräusch hielt er die Klinke in der Hand. »Jetzt werden wir ein bisschen mehr wagen!«, sie hat zwei Jahre lang gewartet, und ich denke, sie hatte lange genug Geduld gehabt. Frank legte seinen Daumen auf das Ende des hervorblickenden Stifts und drückte. Der Stift verschwand schließlich komplett in der Tür. Als er sich hinter dem alten Messingbeschlag befand, nahm Onkel Frank einen Schraubenzieher und stieß ihn ganz hindurch. Auf der anderen Seite der Tür hörte Henry etwas plumpsen. »Das ist die Klinke, die auf der anderen Seite heruntergefallen ist. Ich verrate dir was, Henry. Heute werde ich etwas tun, wovor ich mich zwei Jahre lang gedrückt habe. Wenn sich die Tür so nicht öffnen lässt, werden wir sie aufbrechen.« »Glaubst du denn, dass er aufgehen wird?« »Nein, aber ich will nicht einfach unverrichteter Dinger wieder nach unten gehen.« Alles, was Frank bearbeitete, ging ab. »Na gut, dann ist es jetzt soweit. Herr, vergib mir.« Frank hob seinen rechten Fuß und trat mit voller Wucht gegen die Tür, genau an die Stelle, wo die Klinke gesessen hatte. Von unten ertönte ein Schrei. »Ist sie offen?«, rief Dottie. »Steh, Frau!«, schrie Frank zurück. »Vermutlich gleich!« Er trat noch mal an. Die Tür rührte sich nicht. Frank ging so weit zurück, wie es auf dem Flur möglich war, nahm mit fünf schnellen Schritten Anlauf und warf sich gegen die Tür. Sein Körper krachte gegen das Holz. Dann krachte er zu Boden. Der Kater, der aus sicherer Entfernung zugesehen hatte, schlenderte davon. Henry sagte nichts, aber dann musste er lachen. Frank begann ebenfalls zu lachen. »Ich muss das Ding einfach aufbekommen«, sagte er. »Pass auf, Henry. Ich versuche mir noch mal wehzutun. Und danach machen wir ernst.« Henry zog sich ein Stück zurück. »Das habe ich mal im Kino gesehen«, sagte Onkel Frank. Er stellte sich in Position, nahm dann vier Schritte Anlauf und sprang. Er schleuderte die Füße nach vorn und lehnte den Oberkörper zurück. Als seine Füße gegen die Tür donnerten, fiel er hinten über und landete unsanft auf dem Rücken. »Ist alles in Ordnung, Onkel Frank?«, fragte Henry. »Soll ich Tante Dottie holen?« »Nein«, jabste Onkel Frank. »Warte her. Ich bin gleich wieder da. Wir wollen die Sache nicht an die große Glocke hängen.« Er legte die Finger auf die Lippen, dann schlich er die Treppe hinunter. Henry hörte die Hintertür zuschlagen. Der Kater saß am anderen Ende des Flurs und putzte sich. »Es tut mir leid. Diese Sache war im letzten Mal«, sagte Henry. Der Kater musterte ihn von unten bis oben, dann fuhr er sich weiter mit der Zunge über das Fell. Schließlich tauchte Onkel Frank mit einer Axt in der Hand auf der Treppe auf. »Jetzt geht's los, Henry. Jetzt machen wir ernst.« Frank griff sich an den Hals und fischte eine schwarze Schnur unter seinem T-Shirt hervor. Ein silberner Ring baumelte daran. Frank drückte rasch einen Kuss darauf, dann stopfte er den Ring zurück unter sein Shirt. Während er sich in der Hüfte wiegte, rutschte seine rechte Hand an das obere Ende des Schaftes und seine linke an das untere. Er verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen und neigte den Kopf von einer Seite zur anderen. Für Henry war offensichtlich, dass Frank, auch wenn er vielleicht etwas aus der Übung war, früher viel mit der Axt gearbeitet haben musste. Großvaters Tür bestand aus vier Kassetten. Oben zwei große horizontale Rechtecke und unten zwei kleinere. Sie war dunkel gebeizt in der Farbe von Walnussholz. Es gibt Orte, an denen ganze Wälder versteinert sind. Üblicherweise findet man sie auf dem Grund von Seen, die nach Vulkanausbrüchen entstehen. Großvaters Tür bestand nicht aus versteinertem Holz und erst recht nicht aus Fels. Aber sie war beidem sehr ähnlich. Ihr Herz war härter als Stein, denn es war weniger spröde. Eine versteinerte Tür hätte Franks Axt vielleicht durchschlagen, nicht aber Großvaters Tür. Das Blatt der Axt donnerte gegen das Holz und federte zurück. Frank untersuchte die Kerbe, die er hinterlassen hatte. Er hatte rechts in die Fuge neben der obersten Kassette getroffen. Die Axt hätte ohne Probleme hindurchgehen müssen. Stattdessen war die Scharte seines Schlags höchstens drei Millimeter tief. Henry sah zu, wie Schlag um Schlag von der Tür abprallt. Links und rechts schlug Frank zu, immer am Rand der Kassetten entlang. Schließlich hielt Frank schwer atmend inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Teppich war übersät von kleinen Holzsplittern. Henry, stieß er zwischen zwei Japsern hervor. Ich weiß nicht, ob das klappt. Geben wir auf? fragte Henry. Nein, wir sind heute Abend zum Grillen eingeladen. Ich habe Dotz versprochen, dass ich die Tür bis dahin irgendwie aufbekommen habe. Lauf und tu, was dir Spaß macht. Ich muss mir die Sache ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Bist du sicher? Brauchst du mich nicht irgendwie? Nein, zisch ab. Ich bin in der Scheune, wenn du meinen nächsten Versuch mitbekommen willst. Du wirst es schon hören. Henry stieg die Treppe zum Dachboden hinauf und begann augenblicklich, mit dem Fingernagel an der Farbe der kleinen Tür zu kratzen. Im nächsten Moment sprang er vom Bett und lief beide Treppen hinab, um dann langsam zum Esszimmertisch zu schlendern und sein frisch geschärftes Messer zu holen. Dann drehte er um und rannte zurück in sein Zimmer. Als er auf seinem Bett saß, betrachtete er die glänzende Schneide seiner nun ziemlich geschrumpften Messerklinge. Frank hatte mindestens ein Drittel abgeschliffen. Dafür war es jetzt aber richtig scharf. Henry hatte ein bisschen Angst, es anzufassen. Trotzdem befühlte er mit dem Daumen die Klinge und stellte fest, dass er da etwas wirklich Gefährliches in der Hand hielt. Das Messer schien seine Finger herausfordernd anzublicken, als wenn es sagen wollte, ihr werdet nicht die Ersten sein. Henry beugte sich vor und kratzte mit dem Messer über die Farbe. Sie löste sich leicht, allerdings nur in sehr schmalen Streifen. Die Fläche war nicht allzu groß, vielleicht gut zwei Zentimeter hoch und etwas mehr als sieben Zentimeter breit. Als er die Farbe endlich abgekratzt hatte, schien es trotzdem nicht so, als könne man durch das Glas hindurchsehen. Henry hatte seine Hände wie ein Fernglas um die Scheibe gelegt und starrte in tiefster Dunkelheit, als er auf der Dachbodentreppe Schritte hörte. Er wusste, dass das nur Henrietta sein konnte. Trotzdem sprang er auf und stand, als sie oben ankam vor seinem Zimmer und hatte die Türen geschlossen. Henrietta hielt einen Pappkarton unter dem Arm. Sie lächelte. Ich habe ein paar Poster aus der Scheune geholt. Dad hatte eine Schachtel, die er schon ganz vergessen hatte. Auf den Postern ist immer ein und derselbe Basketballspieler drauf und darunter steht Universität Kansas, Sieger der Nationalliga, obwohl Dad sagt, dass sie in diesem Jahr gar nicht gewonnen hätten. Er dachte, er könne die Poster an Leute in England verkaufen, die das nicht wüssten. Aber dort will sie niemand. Darum sagt er, du kannst sie alle haben. Ich habe auch Klebstreifen mitgebracht und einen Meißel. Hast du die Farbe abkratzen können? Die Farbe habe ich abbekommen, aber ich kann trotzdem noch nichts erkennen. Das Glas ist total verschmiert. Sie ging in Henrys Zimmer und Henrietta sah sich die kleine Tür an. Ich glaube, das ist ein Briefkasten, sagte sie. Henry strich mit dem Finger über die Rillen in der kleinen Tür. Nach einem Briefkasten sieht das doch wirklich nicht aus. Solche wie in Postämtern, sagte Henrietta. Früher bin ich manchmal mit Mom zur Post gegangen und dort gibt es kleine Briefkästen wie diesen da. Du meinst Postfächer. Henry klopfte mit seinem Messer auf das Glas. Warum sollte sich in meinem Zimmer ein Postfach befinden? Henrietta lachte. Was sollen denn überhaupt all diese Türen in deinem Zimmer? Vielleicht hat sie ja jemand irgendwie gesammelt. Kleine Türen und Schubladen, meine ich. Irgendjemand, der gerne Fächer hat. Nein, sagte Henrietta. Jemand hat sie versteckt. Sie sollen geheim bleiben. Wir müssen sie öffnen und herausfinden, weswegen. Henrietta befreuchtete eine Fingerspitze nach der anderen mit Spurzüchern. Und rieb damit über das Glas. Dann zog sie ihren Ärmel über ihre Hand und wischte die Scheibe sauber. Henrietta sah wieder hindurch. Jetzt ist alles klar, sagte er. Aber ich kann immer noch nichts sehen. Wir brauchen eine Taschenlampe. Ich habe eine in meinem Zimmer. Henrietta sprang auf. Als sie zurückkam, schloss sie beide Türen sorgfältig hinter sich und ging zu Henrys Leselampe. Nachdem sie diese ausgeknipst hatte, war der Raum so gut wie stockfinster. Bis auf ein kleines bisschen Tageslicht, das unter dem Türspalt durchfiel, gab es kein Licht. Henry versuchte nicht zu zittern. Mit einem Mal fragte er sich, ob wohl etwas, das in einem geheimen Fach aufgehoben wurde, wirklich erfreulich sein könnte. Henrietta schaltete ihre Taschenlampe ein. Nimm, sagte sie, und guck rein. Du hast die Tür doch gefunden. Henry kniete sich auf sein Bett, hielt die Taschenlampe neben sein rechtes Auge und sah heftig schluckend durch die Tür. Ich glaube, ich kann etwas sehen. Sieht aus wie ein Briefumschlag. Erreichte Henrietta die Lampe und krabbelte ihr aus dem Weg. Sie beugte sich vor und sah hinein. Vielleicht eine Postkarte? Henry legte seine Hand an die Wand und beugte sich zu ihr herab. Du musst deinen Kopf ein bisschen zur Seite nehmen, sagte er. Henrietta gehorchte, und er sah noch mal hinein. An irgendetwas, das aus Metall war, hielt er sich fest. Das Etwas verrutschte, und Henry stürzte auf Henrietta. Sie kreischte. Gemeinsam purzelten sie vom Bett. Über ihnen knallte die Tür eines Fachs gegen die Wand. Henry rührte sich nicht. Seine sämtlichen Sinne waren angespannt. Die Taschenlampe war aus. Durch das Licht, das unter der Tür hindurchfiel, konnte er Henrietta auf dem Boden liegen sehen. Er roch etwas Merkwürdiges und fühlte kalten Wind auf seiner Haut. Er konnte ein Rascheln hören und dass Henrietta die Tränen unterdrückte. Obwohl sich jeder Zentimeter seiner Haut bei der Berührung der eisigen Brise zusammenzog, setzte Henry sich auf, tastete sich zum Kopfende des Bettes vor und knipste das Licht an. Die Tür, genau über dem Postwach, schwang sanft vor und zurück, berührte leicht die Wand und fiel dann fast wieder zu. Er sah zu Henrietta. Ihr Gesicht war totenbleich und ihre Augen weit aufgerissen. Alles klar bei dir, flüsterte er. Was ist los? fragte sie. Henry hob die Hand und hielt sie vor die Tür, die sich weiter bewegte. Da kommt Luft heraus. Hörst du das? fragte Henrietta. Hört sich an wie das Rauschen von Bäumen, antwortete Henry. Henry kletterte auf sein Bett. Ein kühler Wind wehte um sein Gesicht und durch seine Haare. Es kam aus dem Fach. Henry hielt die Tür fest. Henrietta kletterte neben ihn. Da drinnen liegt was. Auf dem Boden, sagte Henry. Er streckte seine Hand aus. Er konnte kaum sehen, wonach er da angelte. Dann ertasteten seine Finger etwas und er packte zu. Es war eine Schnur. Er zog die Schnur heraus. Unterhalb seiner Finger baumelte ein kleiner Schlüssel. Die Brise, die aus dem Schrank wehte, verwandelte sich plötzlich in eine heftige Böe. Henrys Zimmertür wurde aufgestoßen. Staub wirbelte hoch und wehte über den Boden zum Dachfenster. Das Rauschen der Bäume dröhnte wie ein Wasserfall. Henry und Henrietta konnten hören, wie sich Äste bogen und brachen. Dann rochen sie es unerwartet und frisch. Irgendwo auf der anderen Seite des Faches hatte es zu regnen begonnen. »Mam und Dad werden es hören. Sie werden es spüren«, rief Henrietta. Henry schloss die Tür. Dann legte er den Metallriegel vor und es war still im Zimmer. »Wie hast du die Tür aufbekommen?« »Ich glaube, sie war gar nicht zugeschlossen«, sagte Henry. »Sie hat wohl nur geklemmt. Ich habe mich dagegen gelehnt, um durch das Glas zu sehen. Und da ist sie aufgegangen.« Henrietta strich sich die Haare aus dem Gesicht. »Das ist Magie«, sagte sie. »Bestimmt sind alle diese Fächer magisch.« »Ich glaube nicht, dass das Magie ist«, sagte Henry. Sie beugte sich vor und sprach sehr langsam. »Draußen regnet es nicht. Und wir haben auch keine Bäume hinter dem Haus.« »Ich weiß«, antwortete Henry. »Ich glaube nur, es ist so etwas wie ein Quantum.« »Ein Quantum«, mein Dad sagt, »das ist, wenn Dinge manchmal an Stellen sind, wo sie eigentlich nicht sind, oder an zwei Orten gleichzeitig.« »Klingt wie Magie.« »Nein, das ist ganz natürlich«, erwiderte Henry. »Das ist höhere Physik.« »Man kann also nicht etwas zu einem Quantum machen?«, fragte Henrietta. »Das gibt es nur bei ganz, ganz kleinen Dingen.« »Das Fach ist doch klein.« »Nein«, sagte Henry, »richtig winzig kleine Sachen. Und Bäume und Regen und Wind sind nicht klein.« Henry hätte gern gesagt, dass die ganze Sache nur ein Trick war, dass er nicht wirklich neben einem Haufen magischer Fächer schlief. Aber ihm fiel keine andere Möglichkeit ein. »Würdest du nicht gern wissen, was hinter den anderen Fächern steckt?« Henry saß stocksteif da. »Hast du denn gar keine Angst? Ich meine, wenn wir etwas Schlimmes finden.« »Man versteckt etwas nur so, wenn es wirklich schlimm oder wirklich toll ist. Wir müssen es nur herausfinden.« Henry wusste, dass er schreckliche Angst hätte, ein weiteres Fach zu öffnen. Aber er würde es sich selbst auch nicht verzeihen, wenn er es nicht wenigstens versuchte. »Meinst du, mit dem Schlüssel kann man ein anderes Fach öffnen?« Henry wollte gerade, ich weiß nicht, sagen, als eine knatternde, wie ein Motorrad klingende Maschine am Fuß der Dachbodentreppe aufheulte. Henry schob den Schlüssel in die Tasche und lief gemeinsam mit Henrietta die Dachbodentreppe hinunter. Am Fuß der Treppe stand Onkel Frank. Er trug eine Schutzbrille aus Plastik und hatte sich mit einer Kettensäge vor Großvaters Tür aufgebaut. Eine Wolke blauen Qualms trat an der Rückseite der Säge aus und die Schwertkette setzte sich lautstark in Bewegung. Frank setzte die Säge schräg an und senkte sie langsam gegen die Tür. Als sie sie berührte, wirbelten Holzsplitter über den gesamten Flur. Es sah aus, als müsste Frank sich Mühe geben, dass die Säge nicht abrutschte. Dennoch begann sie abzugleiten und Frank stellte sich noch ein wenig breitbeiniger in Positur. Dann blieb die Säge irgendwo hängen und hakte. Die geballte Drehkraft der Kette schleuderte Frank gegen die Wand. Er sprang schnell beiseite und die Säge, die er mit der linken Hand kaum noch festhalten konnte, schwang nach unten gegen seine Beine. Sie traf sie zwar nicht, stattdessen aber berührte sie mit der Nase den Boden. Im Bruchteil einer Sekunde hatte sie sich eingegraben, wobei sie den grünen Teppich zerfetzte und lange Streifen daraus um sich selbst wickelte. Dort, gemütlich in den Boden gewettet, blieb sie liegen. Frank bückte sich schwer atmend und stellte den Motor ab. Dottie erschien am Treppenabsatz. Wir müssen los, sagte sie. Bist du okay, Frank? Meine Selbstachtung liegt irgendwo unter Null und der Boden hat ein bisschen gelitten. Er bückte sich und zog an der ausgeschalteten Säge. Sie rührte sich nicht. Ich werde sie später herauslegen, Dott. Tut mir leid. Er seufzte und legte seine Hände auf die Stirn. Ich werde wohl die Badezimmerwand durchbrechen müssen. Mr. Willis, sagte Tante Dottie. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Haus sie überleben wird. Aber vielleicht brauchst du jetzt erst einmal einen Hotdog. Sechstes Kapitel Henry lehnte mit dem Rücken an der Mauer und sah den Jungs beim Spielen zu. Seit ihrer Ankunft hatte er drei No-Name-Colas getrunken. Jetzt wechselte er zur Ingwerlimonade. So etwas hatte er noch nie getrunken. Manchmal hatte er Werbung dafür gesehen. Aber sein Vater hatte ihm erklärt, dass dies alles vordergründig und kapitalistisch sei. Was die Ingwerlimonade anbelangte, sie schmeckte ihm. Dennoch wurde Henrys Freude ein wenig getrübt. Die Erwachsenen befanden sich im Innenhof. Henrys Cousinen waren allesamt im Vorgarten verschwunden. Und die Jungen waren hinter das Haus gelaufen auf ein leeres Baugonstück, um Baseball zu spielen. Die Jungs beunruhigten Henry. Er hatte keine Angst, dass sie ihn ausschließen könnten. Er befürchtete auch nicht, dass sie vielleicht zu schüchtern sein könnten, den Neuen zu fragen, ob er mitspielen wollte. Er hatte Angst, sie könnten wollen, dass er mitspielte. Aber bislang hatte ihn noch niemand gefragt. Darum lehnte er an der Mauer, versuchte wenig aufzufallen und sah zu, wie die anderen Jungs rannten, warfen, schlugen, fingen und Punkte machten. Tut dir dein Arm weh? Fragte eine Stimme hinter ihm. Henry blickte auf in Franks Gesicht. Mein Arm? Ja, weil du nicht mitspielst. Nein, aber mir ist einfach nicht danach. Henry nippte an seiner Limonade. Verstehe, mir ist meistens auch nicht nach vielen Dingen, antwortete Frank. Ich hole mir schnell was zu trinken. Dann komme ich wieder und sehe zu, wie du spielst. Franks Kopf verschwand hinter der Mauer und Henry wandte sich wieder dem Spielfeld zu. Ein großer Junge stand vor ihm. Bist du Henry? Fragte er. Ja, antwortete Henry. Ich bin Zaki Johnson, sagte er. Spielst du auch? Eher selten. Willst du spielen? Normalerweise hätte Henry jetzt gelogen. Stattdessen aber überraschte er sich selbst. Ich hab meinen Handschuh vergessen, sagte er. Ich kann ja meinen leihen, antwortete Zaki. Ich bin Linkshänder. Haha, bin ich auch. Gut, sagte Henry und sah sich nach einem Platz um, wo er seine Limonade abstellen konnte. Zaki nahm sie ihm aus der Hand und stellte sie auf die Mauer. Dann gingen sie gemeinsam durch das raue Gras des provisorischen Spielfelds. Die anderen Jungen nickten Henry zu oder sagten Hi. Henry nickte zurück, brachte aber kein Wort über die Lippen. Zaki stellte ihn vor. Dann gab er Henry seinen Handschuh und schickte ihn nach rechts außen. Onkel Frank lehnte an der Mauer. Neben ihm lehnte ein größerer Mann. Hey Frank, sagte er. Dottie sagt, du wolltest mit mir über deine Probleme mit deiner Tür reden. Der Mann war groß und wirkte ziemlich stark. Hallo Billy, sagte Frank. Hat Dottie das gesagt? Wie lange klemmt sie denn schon? Fragte Billy. Frank konzentrierte sich auf das Spielfeld und hob sein Bier. Hm, zwei Jahre, sagte er schließlich. Heute wollte ich sie mit der Axt einschlagen. Dann habe ich es mit der Kettensäge versucht und dabei bloß den Fußboden ruiniert. Die Tür gibt nicht nach. Soll ich sie mir mal ansehen? Die beiden Männer standen schweigend nebeneinander und sahen zu, wie ein kleiner Junge beim Schlagen aus dem Gleichgewicht kam. Er sollte sich auf seinen Schläger konzentrieren, meinte Frank. Billy nickte. Und seine Augen hatte er überall auf dem Feld, nur nicht beim Ball. Frank atmete tief durch. Gut, Billy. Dann solltest du jetzt gleich nach der Tür sehen und sag Dottie, dass ich Nein gesagt habe. Ich weiß nicht, wann ich dich bezahlen kann. Sie verwaltet das Geld und es kann Monate dauern, bis ich mal wieder was abzweigen kann. Billy nickte und die beiden Männer stellten ihre Getränke auf die Mauer neben Henrys Ingwerlimonade und gingen zu Billys Truck. Frank und Billy standen auf dem Flur. Billy hatte seinen Werkzeugkasten in der Hand. Frank wischte sich den Schweiß von der Stirn. Kurz bevor wir zum Grillen gehen wollten, hat sich die Kettensäge in den Boden gebohrt. Ich hatte noch keine Zeit, sie wieder rauszuholen. Die Tür sah aus, als sei sie von einem Rudel tollwütiger Biber angefallen worden. Die Kettensäge ruhte noch immer in ihrem Nest aus Teppichstreifen. Oh, ganze Arbeit, Frank, sagte Billy. Du hättest mich früher rufen sollen. Er wühlte in seiner Kiste, holte ein schwarzes, metallisch glänzendes Werkzeug heraus und setzte es an das alte Schlüsselloch. Frank hörte ein Klicken. War's das? Fragte er. So in etwa. Billy holte ein zweites Werkzeug heraus und einen Augenblick später ertönte ein weiteres Klicken. Jetzt, sagte Billy. Jetzt geht's ihr auf. Er drückte gegen die Tür. Dann stellte er sich besser hin und stieß mit der Schulter dagegen. Schließlich machte er einen Schritt zurück und trat zu. Himmel nochmal, sagte er. Hat ihm vielleicht jemand von der anderen Seite zugeschweißt? So viel ich sehe, ist das Schloss nicht verriegelt. Sie müsste ganz einfach aufspringen. Er trat nochmal zu. Darum habe ich ja die Axt genommen, sagte Frank. Wenn ich doch bloß den Schlüssel finden könnte. Das Schloss ist nicht verriegelt. Sie ist irgendwie anders abgeschlossen. Sie schwiegen. Ich hätte gleich die Kettensäge nehmen sollen, sagte Billy schließlich. Was ist damit passiert? Zurückgeprallt, abgerutscht und in den Teppich gefressen. Hast du was dagegen? Ich es mal versuche. Dann müssen wir sie erst freischneiden. Frank zog ein Messer aus seinem Gürtel und ließ es aufschnappen. Er schnitt die Teppichstreifen weg und Billy versuchte, die Säge herauszuziehen. Nach etwas Hin- und Hergezerre und zweimaligem, heftigem Rucken bekamen sie die Säge frei. Billy untersuchte die Kette. Ein bisschen stumpf, stellte er fest. Und voller Teppichfasern. Das war sie vorher nicht, knurrte Frank. Billy zog am Anlasser und der Motor murmelte kurz. Er zog noch einmal und der Motor heulte ärgerlich auf. Beim dritten Zug erwachte er vollends und verpestete den Flur mit Abgasen. Billy baute sich vor der Tür auf. Als Henry, seine Cousinen, seine Tante und sein Onkel allesamt wieder gut zu Hause waren, hatte Henry insgesamt sechs verschiedene Limous, davon vier mit Koffein, zwei Würstchen und einen Hamburger zu sich genommen. Und jetzt musste er ganz schrecklich dringend aufs Klo. Vor dem Badezimmerspiegel im Erdgeschoss rief er sich seine Baseballleistungen noch einmal ins Gedächtnis. Er war zweimal Schlagmann gewesen und hatte sich ausgesprochen achtbar geschlagen. Einer seiner Schläge war bis zu den Bäumen geflogen. Rechts außen hatte er einen Flugball vermasselt. Dafür hatte er einen anderen gefangen und ihn fast bis zur zweiten Base geworfen. Sacky Johnson, der ein ganzes Stück kräftiger war als Henry, hatte ihn eingeladen, im Lauf der Woche mal bei ihm vorbeizuschauen. Ab Herbst würde Henry in Sackys Klasse gehen. Henry drehte den Wasserhahn auf. Wenn seine Eltern zurückkämen, würde er nicht in Kansas zur Schule gehen. Irgendwie zog sich sein Magen zusammen. Er hatte ein schrecklich schlechtes Gewissen. Nur ein paar Tage in einem anderen Haus und er hatte sie schon vergessen. Andererseits, dachte er, lag es auch nicht nur an ihm. Ein paar merkwürdige Dinge hatten ihn abgelenkt. Natürlich hoffte er, dass sie gefunden würden und zurückkehrten. Aber jetzt spielte er Baseball und Sacky hatte ihn zu sich nach Hause eingeladen. Und das Wichtigste überhaupt, er musste herausfinden, was in seinem Zimmer vor sich ging. Henry ging ins Wohnzimmer, wo seine Cousinen Onkel Frank anbettelten, sie einen Film sehen zu lassen. Als er im Fuß der Dachbodentreppe ankam, machte er einen Schritt hinauf, blieb dann aber stehen. Kalte Luft strömte ihm von oben entgegen. Er schnüffelte und lauschte. Die Luft roch nach Gras und feuchter Erde. Er konnte Bäume rauschen hören. Der gesamte Dachboden, normalerweise der heißeste Ort des Hauses, war eisig kalt. Die Doppeltür stand offen und ein sanfter Wind krauch aus seinem Zimmer und an ihm vorbei. Das Licht war aus, aber draußen war es noch nicht ganz dunkel. Darum konnte Henry von dort, wo er stand, seine Zimmerwand sehen. Die Fachtür stand offen. Henry hörte leise Bäume seufzen, hörte sie knarren, irgendwo hinter seinem Bett. Als er ins Zimmer trat, sah er vorsichtig nach links und rechts. Dann machte er einen weiteren Schritt und trat in eine Pfütze mit eiskaltem Wasser. Er sprang zurück, tastete sich zu seinem Licht und knipste es an. Das Fußende seines Bettes war völlig durchweicht. Eine riesige Pfütze breitete sich auf dem Boden aus. Die Tür des Fachs schwang leise vor und zurück und alle darunterliegenden Türen, ebenso wie der Putz, trieften. Henry kniete sich auf sein Bett, spürte die Matratze unter seinen Knien schmatzen. Er schloss die Tür, legte den Riegel vor und suchte sich eine trockene Stelle auf seinem Bett. An der feuchten Stelle der Jeans über seinem Knie zupfend, betrachtete er das Wasser auf seinem Fußboden. Drei Regenwürmer, groß und aufgequollen, lagen in der Pfütze. Dottie und Frank standen in der Küche und tranken Sonnentee. Die Mädchen sahen sich irgendwas im Fernsehen an. »Was hat Billy denn gesagt?«, fragte Dottie. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich ihn nicht fragen will.« »Hast du aber doch getan?«, Dottie grinste. Dann drückte sie ihm einen Kuss auf die Wange. »Danke, Frank, dass du ihn angesprochen hast. Ich weiß, dass du deinen Stolz hast.« »Mein Stolz ist, dass ich es genauso gut hätte lassen können.«, knurrte Frank. »Hat sie auch nicht drauf bekommen. Was beweist, dass ich ihn gar nicht gebraucht hätte?« Er stellte seinen Tee ab. »Ich gucke ein bisschen fern mit den Mädchen.« Anastasia und Penelope saßen auf dem Boden vor dem Fernseher. »Henrietta ist mit Henry nach oben gegangen«, sagte Anastasia. »Sie hat gesagt, wir dürfen nicht mitkommen. Ich glaube, sie haben ein Geheimnis.« »Das macht man nicht. Andere Leute Geheimnisse ausspionieren«, sagte Penelope. »Geheimnisse sind dazu da, dass man sie lüftet. Dad, glaubst du, dass sie ein Geheimnis haben?« »Warum fragst du sie nicht selbst?« Anastasia war begeistert. »Darf ich das? Und müssen sie mir antworten?« »Nein«, antwortete Frank. »Nein, sie müssen dir nicht antworten.« »Kann ich sie jetzt gleich fragen?« »Natürlich. Penny und ich gucken so lange weiter für dich fern. Ich war Penn.« Anastasia konnte Henriettas Stimme hören, verstand aber nicht, was sie sagte. Und sie konnte hören, wie etwas schwer auf dem Boden schwappte. Außerdem konnte sie hören, wie Klebestreifen abgerollt und über die Zähne des Plastikabrollers gezogen wurden. »Was meinst du denn, wie sich der Riegel gelöst haben könnte?« hörte sie Henrietta fragen. »Keine Ahnung«, meinte Henry. »Das ist echt viel Wasser. Du wirst dich heute Nacht an das trockene Ende deines Bettes ringeln müssen.« »Ja«, sagte Henry. »Ich weiß aber noch nicht, ob ich schlafen kann. Ich habe so viel Limo getrunken. Ich finde die Würmer irgendwie lustig. Es ist schon merkwürdig, dass sie hier auftauchen.« »Ja, und ich glaube nicht, dass sie sich auf meinem Fußboden wohlfühlen.« »Meinst du, die Würmer sind quantumiert?« »Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Aber vielleicht gefällt es ihnen ja im Hof.« »Deine Wand hätte ich fertig. Soll noch welche an die Decke?« »Natürlich«. Henry wischte mit Handtüchern den Boden auf und frang sie in einen Eimer aus. Der Eimer musste geleert werden. Er hob ihn hoch und ging damit zum Treppenabsatz. »Hallo, Henry«, sagte Anastasia. »Ich wollte gerade zu euch.« »Oh«, sagte Henry. Beim Klang der Stimme ihrer Schwester kam Henrietta aus Henrys Zimmer herausgeschossen. »Anastasia, du bist einfach schrecklich«, rief Henrietta. »Du hast gelauscht.« »Nein, habe ich nicht. Ich wollte euch nur was fragen. Kann ich hochkommen?« »Nein«, sagte Henrietta. »Schon gut«, sagte Henry. Anastasia kletterte rasch die restlichen Stufen hinauf und versuchte dabei, ihre Schwester nicht anzusehen. In Henrys Tür blieb Anastasia stehen. »Wo habt ihr all diese Poster her?«, fragte sie. Die Wand war von oben bis unten tapeziert. »Dad hat sie mir gegeben«, sagte Henrietta. »Immer von demselben Typen?«, wollte Anastasia wissen. »Ja, mach doch nichts«, meinte Henry. Anastasia sah auf den immer noch feuchten Boden. »Wolltest du dir einen Fisch halten?«, fragte sie. »Gegen einen Fisch hätte Mom bestimmt nichts.« »Nein«, antwortete Henry. »Fresche?« »Nee.« »Salamander?« »Igitt«, sagte Henry. »Und woher kommt dann das Wasser?« »Von nichts«, sagte Henrietta. »Aus einer Regenwolke«, sagte Henry. »Könnt ihr mir euer Geheimnis nicht verraten? Ich wollte es ausspionieren, aber Penny hat mich nicht gelassen. Ich verrate es auch nicht weiter. Penny und ich können ein Geheimnis für uns behalten.« »Penny schon«, sagte Henrietta. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte ihr Haar zurück. Anastasia sah gekränkt drein. »Wenn er mir das mit dem Wasser und den Würmern verratet, dann verspreche ich euch, ich werde es niemandem weitersagen, nicht mal Penny.« »Wenn wir dir das hier verraten würden, könnten wir es Penny schon lange erzählen«, entgegnete Henrietta. »Ich habe es dir doch schon gesagt«, sagte Henri. »Es stammt aus einer Regenwolke.« Anastasia verzog den Mund. »Das meiste Wasser stammt doch wohl aus Regenwolken.« »Vielleicht können wir es dir ja gelegentlich verraten«, meinte Henri. »Ich muss erst mal den Eimer ausleeren.« Anastasia folgte ihm über den Flur im ersten Stock. »Henry?«, fragte sie. »Ja.« »Glaubst du, dass ich ein Geheimnis bewahren kann?« Henry blieb stehen und sah sie an. »Keine Ahnung. Kannst du?« »Es ist schwer, aber manchmal schaffe ich es.« Anastasia ging wieder nach unten. »Ich habe gedacht, Henri hält sich einen Fisch«, flüsterte sie Penelope zu. »Aber Henrietta sagt, das ist nicht ihr Geheimnis.« An diesem Abend las Henri am trockenen Ende seines Bettes so lange, bis er sicher war, dass seine Tante und sein Onkel eingeschlafen waren. Dann zog er die zusammengeklebten Poster von der Wand und holte den Meißel hervor, den Henrietta ihm gebracht hatte. Er machte sich daran, an dem verbliebenen Putz zu kratzen und zu pulen. Ein Stockwerk tiefer sagte Frank zu Dotty, sie solle sich wegen der Kratzgeräusche keine Sorgen machen. Mit dem Meißel kam Henry wesentlich schneller voran und er bekam auch heraus, wie man den alten Verputz abschlagen konnte. Außerdem hatte er von dem Grillabend noch immer jede Menge Koffein im Blut und war keine Spur müde. Als er gerade sein Bett verschoben hatte, kam Henrietta ins Zimmer. Sie hatte lange warten müssen, bis ihre Schwestern eingeschlafen waren. Der größte Teil des Putzes hinter dem Bett ging leicht ab, weil er vom Wasser durchfeuchtet und lose war. Aber den Putz aus den unteren Ecken zu lösen, kostete die beiden Kinder viel Zeit. Als Henry fertig war und einen Schritt zurück trat, um seine Wand zu betrachten, stellte er fest, dass das Koffein nicht mehr wirkte. Er war so müde, dass er im Stehen hätte einschlafen können. Henrietta, die gefegt und sauber gemacht hatte, während Henry mit Kratzen beschäftigt war, hielt ebenfalls inne. »Wie viele sind es?«, fragte sie. Henry gähnte. »Ich weiß es nicht. Viele. Sie sind nicht besonders groß.« Henrietta begann zu zählen. Henry wartete einfach, bis sie fertig war. »Nein und neunzig«, sagte sie schließlich. »Das ist eine ganze Menge.« »Ja.« »Huch«, Henry gähnte. »Sollen wir jetzt den Putz wegbringen?«, schlug Henrietta vor. Henry gähnte wieder. Er nickte. Er konnte nicht sprechen. Dieses Mal war die Decke nicht ganz so voll wie beim letzten Mal, aber trotzdem noch ziemlich schwer. Henry schleppte den provisorischen Sack und Henrietta folgte ihm und hob die Teile auf, die er verlor. Schließlich kamen die beiden an den Bewässerungsgraben. Sie sahen zu, wie der Putz in das ölig schimmerte nächtliche Wasser glitt und setzten sich. »Letztes Mal bin ich hier eingeschlafen«, sagte Henry. »Dein Dad hat mich entdeckt. Er hat noch nicht mal gefragt, was ich hier mache.« »Das tut er nie.« »Ich würde gern noch mal hier schlafen. Hier ist es viel schöner als im Haus.« »Ich habe das schon mal gemacht«, sagte Henrietta. »Am Ende bekommt man doch einen Schnupfen. Hast du schon mal eine Nacht draußen geschlafen?« Henry schüttelte den Kopf. »Noch nicht mal in einem Zelt?« Henry schüttelte wieder den Kopf. Er betrachtete das seltsame Gesicht des Mondes. Henrietta schwieg. Er drehte sich zu ihr um und sah sie an. Sie lag im Gras und war eingeschlafen. Ihr Mund stand offen. Er schüttelte sie sanft an der Schulter und sie wachte auf. »Wir sollten ins Haus gehen.« »Gut«, murmelte sie, und er half ihr auf. Barfuß stapften die beiden durch das wunderbar taufeuchte Gras und zogen dabei die klamme verdreckte Decke hinter sich her. Henry wusste nicht, ob er schon Stunden geschlafen hatte oder ob er gerade erst ins Bett gegangen war. Er registrierte nur, dass in seinem Zimmer Licht eingeschaltet war. Eigentlich hätte es dunkel sein müssen. Plötzlich war er hellwach. Das Licht kam aus dem Postfach. Er hielt den Atem an und sah durch die schmale Glasscheibe. Im dunklen Inneren des Postfachs lehnte eine Postkarte links an der Wand. Dahinter öffnete sich das Fach zu einem gelben Raum, in dem Licht brannte. Henrys Hirn, das jetzt wieder mit normaler Geschwindigkeit funktionierte, erinnerte sich an den Schlüssel in seiner Hosentasche. Er sprang aus dem Bett und raschelte durch den Laken und Deckehaufen, der auf dem Boden lag, zu seiner Hose. Als er sie gefunden hatte, fuhr er mit der Hand in die Tasche und bekam Panik. War der Schlüssel herausgefallen, als er beim Baseball an der ersten Base hingefallen war, dann stießen seine Finger auf die Schnur und er zog den Schlüssel heraus. Henry hüpfte zurück auf sein Bett und tastete nach einem Schlüsselloch. Er schob den Schlüssel hinein. Nichts. Er drehte ihn herum und versuchte es noch mal. Jetzt passte er. Henry schloss auf, spürte, wie der Riegel zurückfuhr und öffnete die kleine Tür. Durch das Postfach sah Henry irgendwo hinein. Das Irgendwo war überwiegend gelb. Dann hörte Henry jemanden pfeifen und ein Hosenbein kam in Sicht. Kaum einen halben Meter von Henrys Gesicht entfernt. Siebtes Kapitel Das Hosenbein war grau. Es hob sich, trat zur Seite und blieb dann stehen. Das Pfeifen wurde langsamer und verstummte. Eine kräftige, schwarz behaarte Hand wurde sichtbar und schob einen länglichen Briefumschlag in Henrys Fach gleich neben die alte Postkarte. Dann gingen die Hosenbeine weiter, dem Geräusch der Schuhe nach nur einen Schritt, aber sie gerieten aus Henrys Gesichtsfeld. Henry dachte nicht darüber nach, ob er vielleicht träumte. Dazu war er viel zu überrascht. Stattdessen starrte er mit angehaltenem Atem auf den gelben Ort. Das Pfeifen konnte er immer noch hören, manchmal schwach und entfernt, manchmal näher. Er hörte das Knirschen der Schuhe, wenn die Hosenbeine auf- und abgingen, aber er sah sie nur noch einmal vorbeikommen. Der gelbe Ort war nichts, was Henry normalerweise sonderlich interessiert hätte, und ebenso wenig ein männliches Hosenbein. Aber beides durch ein kleines Fach in seiner Zimmerwand hindurch zu sehen, von der er wusste, dass sie eine Außenwand war, machte die Sache bedeutend interessanter. Er reckte den Arm und schob den länglichen Umschlag durch das Postfach zurück. Auf der anderen Seite hörte er ihn zu Boden fallen. Das Pfeifen verstummte. Einen Moment lang herrschte Stille am gelben Ort. Dann knirschten die Schuhe auf ihn zu. Ein halbes Hosenbein kam in Sicht, das Bein, das darunter steckte, ging in die Knie, eine Hand tauchte auf, sie bewegte sich zum Boden hinab, dann in entgegengesetzter Richtung wieder nach oben. Sie hatte den Briefumschlag aufgehoben. Hm, machte eine Stimme. Henry hielt den Atem an, als ein zur Seite geneigtes Gesicht sichtbar wurde, das ihn direkt ansah. Es war das Gesicht eines Mannes, lang und schmal, mit einem ziemlich mächtigen grauen Schnurrbart. Der Mann blickte in das Fach, während sich seine Hand wieder nach oben bewegte und den Umschlag erneut hineinlegte. Dann richtete sich der Mann wieder auf, das Pfeifen erklang von neuem und die Füße knirschten abermals irgendwohin. Es dauerte nicht lange, bis es Henry unbequem wurde. Er versuchte, sein Gewicht zu verlagern, aber sein Hals wurde immer steifer und sein Rücken tat weh. Schließlich schob er die zusammengeklebten Poster auf die andere Seite des Zimmers und glitt vom Bett auf den Boden. Jetzt konnte er die Fächer sehen, sich mit dem Rücken an die gegenüberliegende Wand lehnen und die Füße unter sein Bett strecken. Aus dieser Position behielt er das kleine Rechteck aus gelbem Licht im Auge, allerdings nicht lange, denn nachdem er es nun endlich bequem hatte, schlief er ein. Als er aufwachte, lag seine rechte Wange auf seiner Schulter. Sein Hals war steif und das Licht war aus. Henry stand auf und schlug sich das Schienbein an der Bettkante an. Er stieß einen Schmerzensschrei aus, dann kroch er auf sein Bett und tastete nach der kleinen Tür. Als er sie gefunden hatte, zog er den länglichen Umschlag und die Postkarte heraus und ließ beides auf sein Bett fallen. Dann saß er da, starrte in die Dunkelheit und überlegte, was er als nächstes tun sollte. Er schob seine Hand in das kleine Postfach und tastete umher. Dann fühlte er tiefer hinein. Es war vielleicht gerade mal 30 Zentimeter tief und seine Hand gelangte schnell an die Öffnung auf der Rückseite. Er hatte eine Idee. Mit seiner linken Hand tastete er nach dem Riegel der Tür zum Wind und den Bäumen. Er ließ sich leicht zurückschieben, die Tür schwang auf und ließ ihren erdigen Geruch entweichen. Diese Tür befand sich genau oberhalb des kleinen Postfachs. Ein Holzstreifen von fünf Zentimetern Breite war alles, was sie voneinander trennte. Die rechte Hand weiterhin im Postfach beugte Henry sich zur Seite und fuhr mit seiner linken Hand in das größere Fach. Er schob sich so nah an die Wand heran, wie es nur ging, bis er das Gefühl hatte, dass seine beiden Arme auf der anderen Seite der Fächer herausragen müssten. Dann, sein Kinn an die Wand gepresst, versuchte er, seine Hände einander finden zu lassen. Seine rechte Hand wedelte durch die Luft und fand gar nichts. Seine linke stieß gegen etwas, das weich und feucht war. Seine Hände befanden sich an zwei ganz unterschiedlichen Orten, aber sein Kopf wusste, dass sie sich auf der anderen Seite der Wand eigentlich hätten berühren müssen. Henry veränderte seine Position so, dass er noch weiter in das Postfach hineinfassen konnte, winkelte seinen Arm an und reckte ihn so hoch er konnte. Seine Finger tasteten umher und bekamen einen Umschlag zu fassen. Offenbar war er auf die Rückseite eines weiteren Postfachs gestoßen. Er tastete zur Seite und entdeckte noch eins. Henry zog die Arme heraus und rieb seine Hände gegeneinander. Die Rückseite des Postfachs befand sich offenbar in der Wand eines irgendwo anders liegenden Postamts. Die Rückseite des anderen Fachs schien in einem Wald oder sonst einem Ort mit Bäumen zu liegen. Seine linke Hand hatte Moos und Erde getastet, irgendwo, wo es gerade geregnet hatte. Seine rechte war in einem Postamt gewesen und hatte die Briefe anderer Leute befingert. Henry blieb lange in der Dunkelheit sitzen, dachte Gedanken, die zu nichts führten, und fragte sich Dinge, die er nicht beantworten konnte. Schließlich schlief er wieder ein. Die beiden kleinen Türen blieben offen stehen, und während er schlief, träumte er. Er stand barfuß im Grünen. Seine Zehen streckten und krümmten sich und gruben sich in feuchtes, fettes Moos. Es gab auch Bäume, riesige Bäume. Es schien ein Wald zu sein, aber die Bäume standen sehr weit auseinander, an den meisten Stellen mindestens 200 Meter. Über ihm wuchs das Laubdach ineinander. Es spross aus den senkrechtstämmigen, glattrinderigen Pfeilern, die mit dem Austreiben der Äste gewartet hatten, bis sie nahezu in den Himmel reichten. Henry befand sich auf einem sanften Anstieg, der dort, wo er stand, fast eben war. Unterhalb aber konnte er Baumwipfel erkennen. Henry sah den Berg hinunter, auf die grüne, mosige Erde und die Baumstämme. Er beobachtete sich, wie er ging. Dabei hatte er sich nicht in der Gewalt. Er ging einfach immer weiter und fand sich bald auf einer Lichtung wieder, auf der es nur Gras und Himmel gab. Die Steigung führte nur noch ein kleines Stück weiter und oben auf der Kuppe befand sich eine riesige, rechteckige Felsplatte flach auf dem Boden. Früher einmal musste dieser Stein glatt gewesen sein. Jetzt hatten Moos und die Zeit seine Haut aufgeraut. Henry berührte mit seiner Hand die Oberfläche und ging einmal ganz um den Felsen herum. Auf der anderen Seite stand ein alter Baum. Dieser Baum war dicker als die Bäume am Anstieg des Berges und nicht ganz so hoch. Seine untersten Äste waren so stark, wie Henry es noch bei keinem Baum gesehen hatte. Es war ein alter Baum und er sah aus, als sterbe er. Am Fuß des Stammes klaffte eine breite Spalte, die im Inneren nur noch aus Erde und Fäulnis bestand. Auf dem Berggipfel blies der Wind heftiger. Dann entdeckte Henry den Hund. Er war schwarz und sehr groß. Er rannte auf den alten Baum zu und versuchte durch Kratzen und Wühlen seinen Kopf in die Spalte zu zwingen. Dann sprang er davon, lief zu der Felsplatte hinüber und begann, rund um sie herum die Erde wegzuscharren. Er blickte Henry an oder vielmehr die Stelle, wo Henry stand. Es war ein riesiger Hund, groß wie ein Mastiff oder eine dänische Dogge. Und zwei Sprünge, dann stand er Henry gegenüber. Sein Kopf war fast so mächtig wie sein Leib. Er schnupperte. Dann duckte er sich und lief zurück zu dem Baum. Das war alles so verwirrend. Henry wusste instinktiv, dass er auf diesem Berg gehörte und dass er den Hund kannte. Sein schlafendes Hirn suchte nach alten Erinnerungen und bemühte sich, sie zu fassen, fand aber nichts. Dann drehte sich der Hund zu ihm um und sagte mit sanfter, weiblicher Stimme, Ich denke nicht, dass wir es ihm sagen sollten. Es ist keine richtige Neuigkeit und würde heute Nacht ohnehin zu nichts führen. Der Traum löste sich auf. Sie sind seine Eltern. Ich kann doch aus Dingen, die seine Eltern betreffen, kein Geheimnis machen, sagte eine andere Stimme. Es ist kein Geheimnis. Es bringt nur einfach nichts, antwortete der Hund. Ich weiß mehr als er und das finde ich einfach nicht richtig. Du wirst immer mehr wissen als er. Was soll das heißen? Frank, es sind doch gar nicht seine Eltern. Willst du ihm das auch sagen? Henry öffnete die Augen. Er lag auf seinem Bett. Die Stimmen sprachen sehr leise. Er konnte sie kaum verstehen. Wenn du es ihm unbedingt sagen willst, dann warte wenigstens bis morgen. Es nützt nichts, wenn du es ihm jetzt sagst. Dann knurrte Frank etwas, das Henry nicht verstehen konnte. Riechst du das? Fragte Dottie. Diese trockene Kälte in der Luft? Nein, antwortete Frank. Für mich riecht die Luft nach Luft. Na gut, antwortete Dottie. Jetzt komm wieder mit nach unten und ins Bett. Henry hörte Schritte und ihm wurde klar, dass Frank unmittelbar vor seiner Tür gestanden hat. Und Dottie auf der Treppe. Dann begann es zu knarzen und Henry wusste, dass sie nun beide wieder nach unten gingen. Henry setzte sich auf und schloss die Fächertüren. Dann knipste er seine Lampe an und hängte das zusammengeklebte Poster wieder an die Wand. Als er fertig war, rollte er sich am Kopfende seines Bettes zusammen und löschte das Licht. Teile seines Traums verschwanden nun, lösten sich einfach auf. Aber er erinnerte sich an den sprechenden Hund und er erinnerte sich, was er gesagt hatte. Er erinnerte sich, dass er aufgewacht war und an das, worüber sich seine Tante und sein Onkel unterhalten hatten. Seine Eltern waren in Wirklichkeit gar nicht seine Eltern. Henry war fast erleichtert. Er hoffte immer noch, dass sie in Sicherheit waren, aber es würde ihn auch nicht stören, wenn sie erst wieder zurückkämen, wenn er alt genug war, um aufs College zu gehen, solange es ihnen gut ging. Es klopfte an die Tür. Herein, sagte Henry. Frank kam herein und setzte sich auf das Bett. Hallo, Onkel Frank. Henry setzte sich auf und versuchte, nicht auf seine Posterwand zu sehen. Morgen, Henry. Frank sah Henry nicht an. Er sah durch die Zimmertüren hindurch, über den Dachboden und aus dem Fenster auf der gegenüberliegenden Seite. Ich wollte dir letzte Nacht etwas sagen, aber Dodds meinte, ich sollte bis heute früh warten. Und da bin ich nun. Henry wartete. Als Frank nicht weitersprach, versuchte er, ihm die Sache ein bisschen zu erleichtern. Worum geht's denn? Tja, also gestern Abend, sehr spät, hat jemand angerufen. Jemand von der Regierung. Er hat gesagt, dass deine Eltern leben. Es gibt wohl neue Lösegeldforderungen oder so. Ah, sagte Henry. Das war alles? Ja, deine Tante Dodds fand diese Neuigkeiten nicht weltbewegend. Sie fand es nur unerheilend spät, um anzurufen und mitzuteilen, was ohnehin schon klar war. Ich persönlich war allerdings erstaunt. Es hätte mich nicht überrascht, wenn sie Ursula etwas angetan hätten. Aber es freut mich natürlich, dass man sie bislang am Leben gelassen hat. Unkel Frank, fragte Henry. Ja? Sind sie meine richtigen Eltern? Nein, sagte Frank und starrte weiter aus dem Fenster. Ach, sagte Henry. Hast du das Bett nass gemacht? fragte Frank. Nein. Henry wurde rot und schwang seine Beine aus dem Bett. Merkwürdig, sagte Frank. Ich hab so ein leicht feuchtes Gefühl am Hintern. Ja, es hat eine Überschwemmung gegeben. Wie auch immer. Frank klatschte seine Hände auf die Knie und stand auf. Ich fand, du solltest das wissen. Deine Tante und ich fahren jetzt in die Stadt. Penny und Anastasia kommen auch mit. Wir sind erst spät zum Abendessen wieder zurück. Bestimmt hast du eine Menge vor. Hast du schon mal was am Computer gemacht? Wenn du willst. Auf meinem kann man Passions legen. Aber verrat den Mädchen nicht, dass ich dir das erlaubt habe. Ihr lasst uns hier allein? Na, dich und Henrietta, bestätigte Frank. Sie wollte hier bleiben. Und sie sagte, du auch. Oder willst du lieber mitkommen? Nein, für mich ist es okay. Deine Tante hat schon Sandwich für euch beide in den Kühlschrank gelegt und eine Anleitung für den Auflauf geschrieben, falls wir uns verspäten. Frank trat aus Henrys Zimmer. Dann wandte er sich noch einmal um und betrachtete die Wand mit den Postern. Bring dich nicht zu sehr in Schwierigkeiten, sagte er und ging zur Treppe. Henry hatte keine Lust aufzustehen, aber kurz darauf kam Henrietta die Treppe hinaufgestürmt. Los, 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 rief sie und sprang auf sein Bett. Wir sind allein. Geh raus, sagte Henry. Ich muss mich anziehen. Sie gehorchte, redete vom Dachboden aus, aber unablässig weiter. Jetzt können wir uns die Fächer genauer ansehen und müssen dabei noch nicht mal leise sein. Ich habe heute Nacht das Postfach geöffnet. Wie bitte? Henrietta kam zurück ins Zimmer, als Henry gerade versuchte, seinen Kopf durch den Ärmel seines Shirts zu fädeln. Und was war drin? Ein bisschen Post. Ich habe sie aber noch nicht geöffnet. Post? fragte Henrietta. Wieso soll denn da Post drin sein? Weil es ein Postfach ist. Das war echt komisch heute Nacht. Dann erzählte er ihr alles über den gelben Raum und dass er mit den Händen durch die Fächer gefühlt hatte und sie sich auf der anderen Seite nicht berühren konnten. Henrietta war beeindruckt. Und du hast das nicht bloß geträumt? Nein, geträumt habe ich später. Henrietta pfiff durch die Zähne. Ich frage mich, wie wir auf die andere Seite kommen können. Auf die andere Seite? Ja, der Sinn von magischen Türen oder Pforten liegt doch darin, irgendwie woanders hinzugelangen. Wo ist die Post? Lass uns mal lesen. Willst du etwas frühstücken? Ja, gern. Die Post lag auf dem Bett, antwortete Henry. Sie muss heruntergefallen sein. Henrietta fand die Post und Henry zog seine Socken an. Dann ging sie zusammen hinunter in die Küche. Während Henry aß, untersuchte Henrietta die erste Postsendung. Es war die Postkarte. Das Bild auf der Vorderseite zeigte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem See mit einem großen Schiff. Das Schiff war merkwürdig. Das Oberdeck des Doppeldeckers war voller Leute, die um drei große Schornsteine herumstanden. An einer Seite befand sich ein großes Schaufelrad. Anders aber als bei den alten amerikanischen Schaufelraddampfern war das Rad an der Spitze angebracht, unterhalb des steil aufragenden Schiffsrumpfes, der aussah, als gehörte er zu einem Wikingerboot. Die Karte war mit einer steilen, engen Handschrift beschrieben. Henrietta las langsam vor. Sola 16 Simon, die Kinder sind beide krank und der Wind nagt ein bisschen an meinen Knochen. Bei deinem nächsten Besuch koche ich dir Zitteraal. Komm bald! Alles Liebe vom Tinsielsee. Gertie Henrietta und Henry sahen sich an. Was hat das zu bedeuten? fragte Henry. Keine Ahnung. Das ist eine Nachricht an Großvater möglicherweise. Er hieß Simon. Da unten steht noch etwas. Etwas Gedrucktes. Henry beugte sich zu seiner Cousine. Die stolze Walküre in ihren Heimatgewässern. Ist das vielleicht das Brot, die Walküre? Wird wohl, sagte Henrietta. Welchen Brief willst du als nächstes? Vor Henrietta auf dem Tisch lagen zwei Briefe. Da waren nur die Postkarte und der längliche Umschlag. Hast du den her? fragte er und hielt den quadratischen Brief in die Höhe. Er war da, wo die anderen beiden auch waren, zwischen deiner Matratze und der Wand. Der quadratische Umschlag war milchweiß und mit einem großen Klecks versiegelt, der aussah wie grünes Wachs. Der längliche Umschlag war cremefarben und auf der Rückseite von Hand beschrieben. Die Handschrift war steil, schräg, fast wie Kalligrafie. Henry las langsam, aber laut vor. An den Meister des siebenundsiebzigsten Fachs, siebte Reihe der Löwin, D.X. von Byzantamum. Ich glaube nicht, dass das eine richtige Adresse ist. Wie lautet die Adresse denn hier? Grange Road F., antwortete Henrietta. Aber der Brief ist zugestellt worden. Mach ihn doch einfach mal auf. Henry schob seinen Finger unter die Lasche, das Papier ließ sich leicht aufreißen und er zog ein steifes, gefaltetes Blatt heraus. Es trug dieselbe Handschrift. Henry kniff die Augen zusammen und las vor. Midsommar, Sir, im Verluf unserer dieszittigen Ritualitatar haben wir magisch erkannt, wie manche der dasmaligen Pfortpfuge gelupft et schindeludert wurden. Wir haben die Bedutsamküten unserer magisch Erkanntnisse nicht zu visiplizieren. Da ihr unserer Manieristiken nicht blank seid, et ohne Zwiefel gewarnt wart, uns ob Iro-Dasein so raffelig Nachricht ergeben, wie Iro getan. Frier auf nach Malig, Maestro des Fachs Iro seid, ihr Fingergriff hältet, die Kompassi, et ihr werdet unserer Anverwiesungen verinnerlichterin, weckt die Olde-Tochter des zweiten Gebieters. Wir werden für nicht allbaldiger ruhen. Tut so, et fühlt Irofreit atmen. Fehlt et unser Begehr, wird wandeln sich in Zucht. Wisset, der Blutadler ist kein Huhn. Darius, erster unter den letztgeborenen Magici, H.H. von Byzantanum. Ich glaube nicht, dass du das richtig gelesen hast, sagte Henrietta. Gib mal her. Henry schob den Brief hinüber. Wer immer das geschrieben hat, der muss Plem Plem gewesen sein. Meinst du nicht, es geht darin um uns? fragte Henry. Vielleicht bin ich ja der Meister dieses Fachs. Es befindet sich doch in meinem Zimmer. Henrietta zog die Augenbrauen hoch. Das hier ist unser Haus, sagte sie. Ja, und? Du bist von gar nichts, der Meister, Henry. Und selbst wenn du es wärst, das ist doch kompletter Blödsinn. Wer immer der Meister dieses Fachs ist, er soll die Tochter eines zweiten Gebieters wecken. Ein Gebieter ist sowas wie ein König, stimmt's? Kennst du irgendeinen König, Henry? Vielleicht, meinte Henry und rührte in seinen Kornflecks. Man weiß nie. Henrietta lachte. Stimmt. Ich mache jetzt den anderen Brief auf. Sie nahm den quadratischen Umschlag und drehte ihn so, dass das Siegel oben lag. Im Licht schimmerte der grüne Klecks wie Glas. Ein Stempel war hineingedrückt worden und ein dicker Wulst wölbte sich um das Bild eines Männerkopfes. Der Mann hatte einen Bart und leere Augen ohne Pupillen. In seinem Bart und aus seiner Nase und seinem Mund heraus wuchsen Blätter. Weinreben rankten um seine Ohren und waren über seiner Stirn wie zu einer Krone zusammengewunden. Ein bisschen gruselig, stellte Henrietta fest. Sie fuhr mit dem Finger unter die Lasche, damit das Siegel aufsprang, aber es rührte sich nicht. Sie versuchte, das Papier aufzureißen, verknitterte es dabei aber nur ein wenig. Dann legte sie den Umschlag zurück auf den Tisch und stand auf. Ich hole die Schere, sagte sie. Das kannst du bleiben lassen, sagte Henri. Sie wird nichts ausrichten. Er seufzte. Das ist wie mit Großvaters Tür. Du wirst ihn einfach nicht aufbekommen. Er nahm den Brief an sich und strich mit dem Finger über das Papier. Ich hole trotzdem die Schere. Henrietta drehte sich um. Sie kam aber keinen Schritt weit. Ein Geräusch wie von knackenden Knöcheln war hinter ihr erklungen. Was war das? Äh, machte Henri. Ich habe das Siegel berührt. Wie bitte? Henri zeigte auf den Tisch. Ein Riss lief durch das Siegel. Über die Stirn des grünen Mannes, um seine Nase herum und bis zu seinem Bart hinunter. Henrietta nahm den Briefumschlag und wollte ihn öffnen, aber das Papier ließ sich nicht bewegen. Ich glaube, der ist für mich, sagte Henri. Henrietta sah zuerst ihn an, dann das Siegel und reichte ihm schließlich den Brief. Es war ein einzelnes, festes Blatt Papier, nicht einmal ein richtiger Umschlag und es ließ sich in Henrys Händen ohne weiteres auffalten. Henri hielt das Papier ein Stück von sich weg. Willst du mit reinsehen? fragte er. Hm, lies einfach laut vor. Der Brief war nicht von Hand geschrieben. Er war getippt worden und noch dazu offenbar auf einer sehr alten Schreibmaschine. Aber er war viel einfacher zu lesen als der erste Brief. Er stellt und genehmigt nach den Gefahrenrichtlinien Erfähren, Klammer auf, Bezirk, RLK, Klammer zu, vorstellig geworden, angelegentlich bestimmter Übergänge, die vordem ohne Befugnis errichtet und genutzt wurden, um größten Schaden in fünf unserer ältesten Bezirke und unter zwei Völkern anzurichten. Genannte Übergänge glaubte man zerstört und oder vermutlich undurchlässig oder verriegelt. Der erwähnte Zeuge machte im genannten Berg des zuvor bezeichneten Bezirks folgende Aussage. A. Dass jene Übergänge entweder nicht zerstört wurden, noch undurchlässig gemacht, noch verriegelt worden sind, oder dass jene Übergänge zerstört wurden, oder undurchlässig gemacht, oder verriegelt worden sind, aber wieder aufgebaut, oder durchgängig gemacht, oder geöffnet wurden. B. Dass neben jenen besagten Übergängen ein männliches Kind schläft, von schüchternem Wesen in jeder Hinsicht, das im Schlaf sowohl schnaufet, als auch fiepert. C. Dieses fiepernde Kind ist verwerflich und eine Schande für alle, die dem Weg der Weisheit folgen, respektive graue Haare oder wulstige Narben bekommen haben, im Kampf gegen Ungemach im Dienst für diesen Bezirk, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Doppelpunkt. B. Sofern das fiepende Kind durch versehentliche oder absichtliche Handlungen lange Zeit im Zaum gehaltene Übel oder neue und ungebändigte Übel entfesselt, auslöst oder befreit, soll es durch das ZKFVU des betreffenden Bezirkes zur vollen Verantwortung gezogen und unverzüglich vernichtet werden. Das fiepende Kind soll sich in Acht nehmen. Wenn das Siegel erbrochen wurde, soll der Befehl als erteilt betrachtet werden. Befehl wurde erteilt. Henry sah zu seiner Cousine. Jemand hat mitbekommen, dass ich die Fächer gefunden habe. Das ist nicht gesagt, meinte Henrietta. Sie rang sich ein Lächeln ab. Aber fiepen tust du schon. Ich finde das nicht lustig, sagte Henry. Jemand hat mich beobachtet. Henry aß seine Cornflakes auf, dann gingen die beiden wieder nach oben. Sie rissen das zusammengeklebte Poster von der Wand, stellten sich neben Henrys Bett und blickten auf die Fächer. Die Fächer blickten zurück. Ich will erst noch mal in das kleine Postfach gucken, sagte Henrietta. Aber ich finde, dann sollten wir einfach mal gegen alle anderen klopfen und sehen, ob sie klemmen, wie das erste auch. Henry gab Henrietta den Postfachschlüssel. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht und ging in die Hocke, um das Fach aufzuschließen und hineinzusehen. Henry stand auf seinem Bett und klopfte mit dem hinteren Ende des Meißels auf sämtliche Metallriegel und Klappen. Bist du sicher, dass es hier drin gelb war? fragte Henrietta. Ja, aber vielleicht liegt es in einer anderen Zeitzone und deswegen ist es dort jetzt schon dunkel. Henrietta richtete sich auf. Dann komme ich heute Nacht zu dir, damit ich auch mal was sehen kann. Hast du es mal bei den Fächern gleich über dem Boden probiert? Die würde ich mir gern mal ansehen. Lass uns das Bett wegziehen. Henry stieg vom Bett und gemeinsam zogen sie es so weit von der Wand weg, wie es ging. Was nur etwa 40 Zentimeter weit war. Henrietta holte ein Gummiband aus ihrer Hosentasche und band sich das Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Die eine da über dem Boden, die gefällt mir, sagte sie. Die schwarze. Die Tür war vielleicht 20 Zentimeter im Quadrat und ziemlich dunkel. Der Staub, der durch den Putz entstanden war, hob sich davon ab wie Kreide auf einer Tafel. Sicher? Findest du nicht, dass sie traurig aussieht? Nein, sie sieht magisch aus. Aber sie ist schwarz. Henrietta grinste. Darum sieht sie ja magisch aus. Aber eigentlich ist es ja eher ein Ebenholzton. Das ist ein etwas freundlicheres Schwarz. Aus irgendeinem Grund hatte er bisher den Blick darauf vermieden. Natürlich war es spät und er war müde gewesen, als er den Putz davon abgekratzt hatte. Aber irgendwie hatte er diese Tür einfach nicht gemocht. Er wusste auch nicht, warum. Hast du sie mal ausprobiert? Fragte Henrietta. Nachdem sie ihn nun gefragt hatte, fiel Henry auf, dass er es nicht getan hatte. Ich weiß es nicht mehr. Dann versuch es jetzt. Henry wollte eigentlich nicht. In der Mitte der Tür befand sich ein winzig kleiner Metallknopf. Henry griff ihn unter und fasste ihn an. Er war kalt. Henry versuchte, ihn zu drehen. Er lässt sich nicht drehen, sagte er und richtete sich wieder auf. Soll er sich denn drehen lassen? Fragte Henrietta. Sie schob sich an Henry vorbei, reckte sich, fasste den kleinen Knopf und zog. Die Tür folgte ihrer Hand und ging auf. Eine goldene Kette, die an der Rückseite der Tür befestigt war, rasselte heraus. Henrietta war ziemlich überrascht. Ich habe sie geöffnet, sagte sie. Henry hatte das dringende Gefühl, das Zimmer verlassen zu müssen. Ich glaube, das ist überhaupt keine gute Tür, flüsterte er. Sein Magen zog sich zusammen. Ich glaube, mir wird's schlecht. Henrietta hörte gar nicht zu. Mit ihrer freien Hand zog sie an der Kette. Sie ist festgemacht. Im Innern des Fachs, sagte sie. Sie kommt einfach nur ein Stück heraus und bleibt dann hängen. Oh, guck dir das mal an! Sie rutschte vom Bett herab und langte in die dunkle Öffnung. Henry übergab sich auf den Boden neben den Fächern. Dann wurde er ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, fühlte er sich bedeutend besser. Henrietta saß auf dem Bett und hielt seine Hand. Geht es dir jetzt besser? fragte sie. Du hast auf den Boden gekotzt. Ich habe ein altes Handtuch drüber gelegt. Du kannst es später sauber machen. Ich mag dieses Fach nicht, sagte Henry. Er lag zwischen seinem Bett und der Wand mit den Fächern und wollte gar nicht versuchen, sich aufzusetzen. Hast du das Fach zugemacht? Ja, ich glaube aber nicht, dass es an dem Fach lag. Mir gefällt es immer noch. Guck mal, was darin lag. Sie hielt einen Schlüssel in die Höhe. Er war viel größer als der erste und auch älter. Ein Bartschlüssel. Vielleicht ist das der Schlüssel zu Großvaters Zimmer. Dad hat noch mehr solche Schlüssel. Die sehen genauso aus. Ich habe gewartet, bis du aufwachst, um ihn auszuprobieren. Henry rappelte sich hoch. Ich glaube nicht, dass man Großvaters Tür mit einem Schlüssel öffnen kann. Da ist etwas anderes, das sie verschlossen hält. Gut, aber versuchen kann, wer es. Zusammen schoben sie das Bett zur Seite, dann liefen sie die Treppe hinunter und zum Flur im ersten Stock. Sie machten einen Schritt über das Loch im Boden und den in Streifen geschnittenen Teppich und standen dann vor der alten und mittlerweile ziemlich ramponierten Tür. Mach du, sagte Henrietta und hielt Henry den Schlüssel hin. Du hast ihn doch gefunden, sagte Henry. Ja, aber ich will, dass du es versuchst. Warum? Ich weiß nicht, antwortete sie. Ich habe das Gefühl, du solltest es machen. Henry nahm den Schlüssel und betrachtete das Loch im Holz, das früher einmal durch einen Messingbeschlag geschützt gewesen war. Er steckte den Schlüssel hinein und drehte ihn um. Der Schlüssel fasste und dann klickte es. Henry trat einen Schritt zurück. Es gibt keine Klicke mehr, sagte er. Drück einfach. Henry hob die Hand und legte sie auf das zerhackte Türblatt. Er drückte. Ohne einen Laut von sich zu geben, schwang die Tür weit auf. Ach du liebe Zeit, meinte Henrietta. Dann blickten die beiden vorsichtig ins Zimmer hinein. Das große Bett war gemacht. Auf dem Nachttisch tickte eine Uhr neben einem Buch, das mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten lag, als wolle jemand gleich weiterlesen. Dahinter stand eine Glasvase mit frischen Blumen. Ein Fenster war offen und der Vorhang wehte geisterhaft im sanften Luftzug. Sind die künstlich? fragte Henrietta. Was? Die Blumen. In der Vase neben dem Bett. Sieht nicht so aus. In der Vase ist Wasser. Henry trat einen Schritt nach vorn. Geh nicht hinein, sagte Henrietta. Warum nicht? Hier dürften keine Blumen stehen. Großvater ist vor zwei Jahren gestorben und die Tür war die ganze Zeit abgeschlossen. Hier dürften keine Blumen stehen. Und guck mal, das Fenster ist offen. Dabei kann es eigentlich gar nicht offen sein. Von außen ist das Zimmer geschlossen. Henri sah im Zimmer umher. Die Blumen haben ein paar braune Flecken. Aber sie sind nicht trocken und es gibt auch keinen Staub. Henrietta beugte sich im Türrahmen ein wenig vor und zog nervös an ihrem Pferdeschwanz. Großvater? rief sie fragend. Bist du hier? Sie trat wieder zurück auf den Flur. Ich finde, wir sollten hineingehen, sagte Henry. Henrietta antwortete nicht. Henry trat über die Schwelle. Er sah sich um. Ist da was? fragte Henrietta. Hier ist niemand, antwortete Henry. Nur jede Menge Bücher. Guck mal hinter die Tür, sagte Henrietta. Sie biss sich auf einen Fingernagel. Das tat Henry und er fand einen violetten Bademantel auf einem Haken. Er blieb wie angewurzelt stehen und starrte ihn an. Und? fragte Henrietta. Was ist da hinten? Ich habe gesehen, wie begann Henry, aber seine Erinnerung war wie eine Wand. Dies war einfach ein violetter Bademantel. Ärgerlich packte Henry eine Handvoll Stoff und schloss seine Faust darum. Er warf sich gegen die Sperre in seiner Erinnerung. Henrietta trat ins Zimmer und sah ihn an. Ist alles klar bei dir? Henry ließ den Bademantel los. War Großvater klein? fragte er. Ich hatte einen Traum, in dem jemand dieses lila Ding trug, ein kleiner alter Mann. Er kam aus dem Bad. Henrietta starrte ihn an. Großvater war groß, richtig groß sogar. Du hast jemanden im Bad gesehen? Ich bin mir nicht sicher, sagte Henry. Er nahm das Buch, das auf dem Nachttisch lag, und drehte es herum. Das ist ein Notizbuch. Es ist komplett vollgeschrieben. Und es sieht aus, als wenn er gerade drin gelesen hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dad hat gesagt, als Großvater starb, las er ihm gerade aus einem Buch über einen Krieg von früher vor. Jemand anders muss darin gelesen haben. Wer denn? Na, vielleicht der Mann, den du im Bad gesehen hast. Henry begann zu lesen. Henrietta? sagte er. Hier geht es um Fächer. Was? Sie sah ihm über die Schulter. Auf der rechten Seite befand sich eine Zeichnung. Es war die Fächerwand in Henrys Zimmer. Jede Tür war durch einen Umriss eingezeichnet, und bis auf einfach hatte jedes in der Mitte eine Nummer. Auf der linken Seite standen zwei lange Reihen mit Zahlen. Von eins bis achtundneunzig. Achtes Kapitel Warum denn bloß achtundneunzig? Fragte Henrietta. Ich dachte, wir hätten neunundneunzig gezählt. Ich glaube, die Tür mit den Kompassschlössern hat keine Nummer. Was haben die Nummern zu bedeuten? Erfährt man in diesem Buch, wie man auf die andere Seite kommt? Das glaube ich nicht. Aber was verraten uns die Aufzeichnungen denn sonst? Worüber? Über welches Fach? Es gibt achtundneunzig. Wie wäre es mit dem Postfach? Henry betrachtete die Zeichnung und entdeckte etwa dort, wo seiner Meinung nach das Postfach liegen musste, ein kleines Rechteck. Es trug die Nummer siebenundsiebzig. Er sah auf die gegenüberliegende Seite des Notizbuchs und suchte dort die Nummer siebenundsiebzig. Neben der Nummer standen drei Wörter, die durch Schrägstriche getrennt waren. Also, Postamt, Byzantamum, wann, las Henry vor. Ich hab keinen Schimmer, was das bedeuten soll, sagte Henrietta. Verstehst du es? Also, Postamt bedeutet Post. Byzantamum ist ein Ort. Er kam auch in einem von den Briefen vor. Lies doch mal, was im Notizbuch über die schwarze Tür steht. Stattdessen aber suchte Henry die Tür über dem Postfach, die, aus der es auf seinem Bett geregnet hatte. Sie trug die Nummer sechundfünfzig. Auf der anderen Seite standen neben der Nummer sechundfünfzig die Wörter Bündnis Baden-Hill gleich. Henry streckte seine Hand aus und Henrietta reichte ihm die beiden Briefe. Am oberen Rand des maschinengeschriebenen Briefes stand, dass er über den Inselberg Sektion Baden zugestellt worden sei. Henry schauderte. Jemand musste den Brief von der anderen Seite auf sein Bett geworfen haben, während er geschlafen hatte. »Was steht denn da nun über die schwarze Tür?«, hakte Henrietta nach. »Endor«, sagte er. »Mär steht da nicht. Und es hört sich nicht besonders einladend an.« »Was meinst du, was es bedeuten soll?« »Ich glaube, das ist ein Ort. Das sind alles Orte auf der anderen Seite der Fächer.« »Meinst du, dass wir da irgendwie hinkommen können?« »Nein, wir sind zu groß.« Das gab Henrietta einen Moment zu denken. »Man muss doch irgendwie schrumpfen können.« »Das glaube ich nicht.« »Wie war das nochmal mit dem anderen Fach?«, fragte Henrietta. »Was steht da?« »Da steht Postamt Byzantamum Wann.« »Aber wie sieht es denn außerhalb dieses Postamtes aus?« Henry hatte sich diese Orte so vorgestellt, wie andere Leute sich ein geheimes Zimmer in einem Haus vorstellten. Baden Hill war für ihn ein Ort mit Bäumen und Byzantamum, ein gelbes Postamt. Er war überhaupt nicht darauf gekommen, dass diese Orte jeweils auch wieder zu anderen Orten führen konnten, von wo aus man noch einmal woanders hingelangte und dann wieder woanders hin, zu so vielen Orten, wie es Sterne gab oder Menschen oder Atemzüge im Wind. Henry seufzte. »Ach, ich hab das Gefühl, wir sollten das lieber nicht tun.« »Du klingst wie Penelope«, meinte Henrietta. »Hör mal, Henrietta«, begann Henry. »Irgendjemand, vielleicht Großvater persönlich, hat diese Fächer versteckt. Ich glaube nicht, dass sie sonderlich einladend sind, vor allem nicht die schwarze Tür. Wir sollten entweder deinem Vater alles sagen und es ihm überlassen, sich weiter um die Fächer zu kümmern, oder wir legen den Schlüssel zu Großvaters Zimmer einfach irgendwo hin, wo er ihn finden kann.« »Du hast Schiss«, sagte Henrietta. »Na und? Zwei Briefe haben wir bislang bekommen und weder der eine noch der andere war besonders freundlich.« »Fietendes Kind«, meinte Henrietta. »Keine Angst, das ist nicht so schlimm. Ist doch normal, wenn kleine Kinder Angst haben.« Henry sah sie wütend an. »Ich bin älter und größer als du.« Henrietta lachte und reckte das Kinn in die Höhe. »Und ich habe keine Angst.« Henrietta ließ ihren Blick über das Bett und dann durch das ganze Zimmer schweifen. »Lass uns wieder hinauf in dein Zimmer gehen.« Henry nahm die Briefe. Henrietta trug das Notizbuch. Henry zog den Schlüssel aus dem Schloss und steckte ihn in seine Tasche. Er packte die Tür am Rand, zog sie so nah an den Rahmen heran wie möglich, steckte dann seinen Finger in das Loch, wo früher einmal die Klinke gesessen hatte, und zog die Tür zu. »Schließ sie lieber ab, damit sie nicht aufgeht«, sagte Henrietta. Henry drückte gegen die Tür. Sie rührte sich nicht. »Sie ist schon abgeschlossen«, sagte er. In Henrys Zimmer warfen sie sich auf das immer noch feuchte Bett. Eine ganze Weile verglichen sie die Nummern und Namen der Fächer in Henrys Wand miteinander. Als sie allmählich den Überblick verloren, schrieb Henrietta die Namen und Nummern von jedem Fach auf kleine Zettel, die sie aus einem alten Schulheft ausschnitt. Dann klebte sie sie auf die Türen, wobei sie sorgfältig darauf achtete, nicht in Henrys kleines Missgeschick zu treten. Als sie etwa mit der Hälfte durch waren, sprang sie wieder auf Henrys Bett und verkündete, dass sie keine Lust mehr hätte, weiterzukleben. »Ich kann ja mal ein bisschen kleben«, sagte Henry. »Nein«, antwortete Henrietta. »Das meine ich nicht. Ich meine, ich habe jetzt genug davon, mir die Fächer immer nur anzusehen. Ich will jetzt durch eins durch. Aber das können wir nicht. Es gibt bestimmt einen Weg. Was hätte Großvater denn sonst mit Ihnen gewollt?« »Hat sie unter Putz gelegt«, Henrietta überhörte ihn. »Ich wünschte, wir könnten durch das Schwarze sehen. Oder du könntest ihn durchfühlen.« »Ah«, Henry blätterte im Notizbuch. »Ich werde hineinfühlen«, sagte Henrietta und stand auf. Henry wusste genau, sie würde schnurstracks auf die schwarze Tür zugehen. Überraschend wendete sich Henrietta aber zuerst der Baden-Hill-Tür zu. Sie bat nicht um Hilfe bei dem schwergängigen Riegel und es dauerte eine Weile, bis er sich von ihr bewegen ließ. Die Tür ging auf und auch wenn er nicht hinsah, roch Henry die angenehme Veränderung im Zimmer. Henrietta roch sie ebenfalls. »Ich wünschte, mein Zimmer würde so riechen«, sagte sie und atmete das Gesicht vor der Tür tief ein. Dann streckte sie ihre Hand in das Fach und begann, um herzutasten. Henry wusste, dass sie dasselbe fühlte, was auch er gefühlt hatte. Weiche, feuchte Erde und Moos. Sie ließ sich Zeit, bis ihre Hand wieder herauszog und lächelte Henry an. »Ich habe Sonne gespürt«, sagte sie und wandte sich wieder dem Fach zu. »Ich glaube, ich weiß, wie wir hindurchsehen können. Ich glaube, wir brauchen ein Periskop.« Henry lachte. »Wo sollen wir denn einen Periskop herbekommen?« »Ich habe eins in der Scheune. Mama und Dad haben es mir zum Geburtstag geschenkt. Dad hat es selbst gebaut. Ich bin gleich wieder zurück.« Sie ließ Henry allein auf seinem Bett sitzen. Er betrachtete die Tür nach Baden Hill und kurz darauf steckte er wieder die Hand hinein. Er zog ein zerfallenes Holzstück und einen Käfer heraus und griff dann nochmals hinein, so tief er konnte. Es gab keine Decke, nur raue, faulige Wände und einen erdigen Boden. Mit einem Mal spürte er Sonne auf seinem Handrücken und den Fingern. Henry blickte auf die schwarze Tür. Wenn es funktionierte, würde Henriette auch durch dieses Fach sehen wollen. Und ihm würde wieder schlecht werden. Ein grünes Handtuch markierte noch immer die Stelle seines letzten Zusammenbruchs. Er schob das Handtuch mit der Fußspitze zusammen, dann beugte er sich vor, wischte mit dem Lappen über den Boden und lief durch den Mund atmend schnell nach unten. In der Küche wusch er das Handtuch im Waschbecken aus und stieg dann, beide Hände voller Küchenpapier, wieder zum Dachboden auf. Als er in sein Zimmer kam, versuchte Henrietta schon, ihr Periskop durch die Tür nach Baden Hill zu schieben. Mach das Licht aus, Henry. Bevor ich hineinschaue, will ich sehen, ob etwas hindurchschimmert. Henry schob sich zwischen die Wand und das Bett zur Lampe hinüber, knipste sie aber nicht aus. In welche Richtung guckt es denn? fragte er. Frank hatte das Periskop aus einem PVC-Rohr und ein paar alten Motorradspiegeln gebaut. Am unteren Ende war ein Sichtfenster angebracht und das hatte Henrietta so gelegt, dass es nach oben blickte und sie von oben hinein sehen konnte. Das Rohr des Periskops verlief durch das Fach hindurch und auf der anderen Seite, wohin Henry und Henrietta nicht sehen konnten, befand sich ebenfalls ein Sichtfenster in genauer Gegenrichtung zum Ersten, also direkt auf den Boden gerichtet. Henrietta beugte sich über das Sichtfenster und blickte hinein. Ich kann etwas sehen, verkündete sie. Alles grün. Wahrscheinlich Gras, meinte Henry. Henrietta richtete sich wieder auf. Und wenn wir mehr sehen wollen? Tja, meinte Henry, dann muss man wohl das Sichtfenster am anderen Ende abnehmen. Du meinst, wir müssen das Periskop kaputt machen? Nein, ich meine, wir nehmen das Sichtfenster ab, damit wir gerade ausgucken können. Wir können es jederzeit wieder dran machen. Henrietta fummelte das Rohr wieder aus dem Fach heraus und reichte es Henry. Der Zug am oberen Sichtfenster zerrte und ruckte, bis er es in der Hand hielt. Es war nicht angeklebt, sagte Henry. Man kann es also ganz leicht wieder draufsetzen. Dieses Mal versuchte Henry, das Rohr durch das Fach zu schieben, aber es gelang ihm nicht. Schließlich nahm Henrietta es ihm ab und schob es durch. Jetzt mach die Lampe aus, sagte sie. Gemeinsam hielten die Kinder den Atem an. Ein breiter Sonnenstrahl stieg aus dem Sichtfenster auf, erhellte den Staub, der in der Luft umherflog, und endete schließlich als heller Fleck an Henrys Decke. Da ist Licht, stieß Henrietta hervor. Guck mal rein, sagte Henry. Henrietta blinzelte ein wenig und sah dann hinein. Kurz darauf wandte sie sich wieder ab. Was hast du gesehen? fragte Henry. Etwas Gras und hohe Bäume und den Himmel. Und dann habe ich aus Versehen in die Sonne gesehen. Aber ein großer Felsen war da auch noch. Lass uns das Sichtfenster wieder aufsetzen. Ich will wissen, was es sonst noch zu sehen gibt. Lass mich zuerst noch mal reinschauen. Er sah hohes Gras, das sich um das Ende des Rohrs herum sanft wiegte. Darunter befand sich die graue, mit moosbewachsene Oberfläche von etwas, das ein großer Fels zu sein schien. Noch ein wenig unterhalb sah man die Wipfel von sehr hohen Bäumen, vor allem aber einen sehr blauen Himmel und eine einzige Wolke. Henry versuchte, den Felsen genauer ins Visier zu bekommen. Nachdem er ihn wiedererkannt hatte, sah er, dass an seinem linken Ende etwas lag, das aussah wie Knochen. Ein Schädel, die Nase nach oben gerichtet, lehnte an der grauen Wand des Felsbrockens. Henry konnte nicht allzu gut sehen, aber er erkannte eine lange Schnauze und den Teil einer Augenhöhle und die Zahnreihe eines Oberkiefers mit großen Reißzähnen. Zuerst dachte er, Wolf, dann Hund und schließlich schwarzer Hund. Wir sind in der Spalte des alten Baumes, sagte er. Ich habe von diesem Ort schon mal geträumt. Und er erzählte ihr alles vom Anfang bis zum Ende. Dann lass uns jetzt mal nach Endor sehen, schlug Henrietta vor. Henry schüttelte den Kopf. Ich will nicht. Mir wird sonst wieder schlecht. Du hast doch von dieser Tür nichts Schlimmes geträumt, oder? Oh, wir müssen sauber machen, wo du hingekotzt hast. Ich habe keine Lust, im Dunkeln auf dem Handtuch auszurutschen. Ich habe schon sauber gemacht, sagte Henry. Aber ich habe das Klo mit Küchenpapier verstopft. Ist es übergelaufen? Solange ich dabei war, jedenfalls nicht. Du hast es einfach so gelassen? Ja. Direkt neben dem Klo steht ein Pümpel. Jetzt lass uns durch die schwarze Tür sehen. Ich will nicht. Na gut, dann geh runter und mach die Verstopfung im Klo weg. Es war ihm peinlich, dass er sich übergeben hatte. Und er fühlte sich von Henrietta lächerlich gemacht. Er schloss die Tür hinter sich und hoffte, dass Henrietta sich im Dunkeln ein bisschen fürchtete. Henry hatte noch nie einen Pümpel in der Hand gehabt. Allerdings gab es ja auch nicht viel, was er schon mal in der Hand gehabt hatte. Henry ärgerte sich über Henrietta. Es war doch offensichtlich, dass diese Tür keine gute Tür war. Aber noch viel mehr ärgerte er sich über sich selbst, weil er sie allein gelassen hatte und durch eine Tür sehen ließ, von der er überzeugt war, dass sie Böses brachte. Mit einem Mal gurgelte das Wasser in der Toilette und floss ab. Henry sah an die Kloschüssel und wunderte sich. Dann spülte er noch mal. Ohne weiter zu verfolgen, was passierte, stellte er den Pümpel zurück in seine Halterung neben der Toilette und ging nach oben. Er war ganz damit beschäftigt, im Geist die Worte zusammenzusuchen, mit denen er Henrietta alles erklären wollte, als er eine seiner Türen anfasste. Sie war eiskalt. Schnell riss er sie auf und lief in das dunkle Zimmer. Sein Bett stand in der Mitte des Raumes. Henrietta, sagte Henry. Die Kälte des Zimmers kroch ihm in die Glieder und er hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Sein Magen verknotete sich. Seine Beine wollten wegknicken. Er sprang aufs Bett, tastete nach seiner Lampe und knipste sie an. Henrietta lag mit dem Gesicht nach unten zwischen dem Bett und der Wand. Ihr linker Arm steckte bis zur Schulter in dem schwarzen Fach. Ohne auf die Übelkeit in seiner Magengrube zu achten, sprang Henry mit einem Satz auf den Boden. Er fasste Henrietta an den Schultern und versuchte, sie von der Wand wegzuziehen. Es gelang ihm nicht. Auf allen Vieren über Henrietta gebeugt, reckte er sich hinab und griff in das Fach hinein. Er unterdrückte ein Würgen und tastete mit seiner Hand an der kalten Haut ihres Arms entlang. Dass seine Hand das Fach verlassen hatte, bemerkte er, als Henriettes Arm sich nicht mehr kalt, sondern eisig anfühlte. Seine Finger wanderten an ihrem Arm hinunter, bis sie auf eine Hand stießen, die Henriettas Handgelenk fest umklammert hielt. Im Bruchteil einer Sekunde ließ die Hand Henrietta los und packte Henry. Henry schrie auf. Er wollte aufspringen, doch dabei verdrehte er sich heftig das Handgelenk und hörte deshalb kurz aufzuziehen. Im selben Moment wurde er an die Wand gerissen und schlug sich dabei den Kopf am Knauf eines anderen Faches an. Laute Worte, die er nicht verstand, quollen aus dem Schlund des Faches hervor und die Kälte wurde strenger. Henry krümmte sich. Er hielt die Luft an und biss die Zähne zusammen, während an seinem Arm gezerrt wurde und er ebenfalls zog. Er fühlte die Finger an seinem Handgelenk abrutschen und ein Stück weiter oben schnell wieder zugreifen, um seinen Unterarm und den Ärmel seines T-Shirts. Er stemmte beide Knie gegen die Wand und zog mit aller Kraft. Sein Ärmel, eisern umklammert, rutschte bis zu seinem Handgelenk hinab. Henry dachte nicht darüber nach, was er tat. Er kannte den Trick von früher, vom Spielplatz. Er zog seine Hand durch einen Ärmel nach innen. Die fremde Hand griff und schnappte, aber Henry schlüpfte nun schnell aus seinem Shirt heraus. Als er seinen Arm unter dem Shirt an seinen Oberkörper herangezogen hatte, senkte er den Kopf und zog es aus. Das Shirt verschwand im Inneren des Fachs und er fiel nach hinten auf den Boden. Doch bevor er nun auch Henriettas Hand von der Tür wegziehen konnte, rutschte ihr Körper bereits wieder näher an die Wand heran. Henry drehte sich um, lehnte sich über sein Bett und schnappte sich sein Klappmesser vom Nachttisch. Nachdem er sich wieder neben Henrietta auf den Boden gehockt hatte, fasste er ihre Schulter mit der rechten Hand, während seine Linke, den Daumen fest an der geöffneten Klinge, ihren Arm hinabtastete. Als er glaubte, das hintere Ende des Faches so gut wie erreicht zu haben, hielt er inne und atmete tief ein. Dann stach er aus Leibeskräften zu. Das Messer traf auf etwas, das knochenhart war, glitt aber ab und klappte über Henrys eigenen Fingern zusammen. Auf der anderen Seite des Fachs schrie etwas auf. Henry fühlte, wie der Zug an Henriettas Arm nachließ. Er ließ das Messer fallen, riss seine Hand zurück und stieß Henrietta von der Wand weg. Dann packte er die schwarze Tür, warf die goldene Kette hinein und schloss sie. Er trat noch einmal heftig dagegen. Dann blieb er, schwer atmend und beide Füße dagegenstemmend, davor sitzen. Henrietta rührte sich nicht. Henry sah auf seine Finger. Aus Dreien tropfte Blut auf den Boden. Eigentlich hätte er sich um Henrietta kümmern wollen. Stattdessen aber blieb er geraume Zeit vor der Tür nach Endor sitzen und stemmte seine Füße dagegen. Als genügend Zeit verstrichen war, rutschte er eilig zu Henrietta hinüber. Sie schnarchte leise. Er schüttelte sie vorsichtig. Henrietta, sagte er. Sie drehte ihren Kopf, wachte aber nicht auf. Henrietta, rief Henry noch mal und schüttelte sie ein bisschen heftiger. Dann bemerkte er plötzlich Blake, der auf seinem Bett saß und ihn ansah. Sein weißer Körper zeigte keine Bewegung, doch seine Ohren waren aufgerichtet und sein grauer Schwanz peitschte. Hast du das mit angesehen? fragte Henry. Der Kater blickte auf die schwarze Tür. Dann sprang er vom Bett herunter und begann, Henriettas Gesicht mit seiner Sandpapierzunge abzulecken. Henrietta schlug die Augen auf und versuchte, sich aufzusetzen. Alles in Ordnung? fragte er. Henrietta gähnte. Wo ist denn dein Schad geblieben? In Endor, nehme ich an, falls der Ort so heißt. Du hast es durch das Fach geschoben? Nein. Und was ist mit deiner Hand passiert? Kannst du dich an irgendwas erinnern? fragte Henry zurück. Du wolltest dich um das verstopfte Klo kümmern und ich habe durch das schwarze Fach gesehen. Und? Mir ist die Taschenlampe hineingefallen. Die Taschenlampe? Du hast deine Taschenlampe benutzt? Ich habe sie mit Klebestreifen an einem Zollstock befestigt und neben dem Periskop durch das Fach geschoben. Bist du verrückt? So etwas sagt man nicht. Du bist es aber. Warum hast du das getan? Lass mich mal nachdenken, sagte Henrietta und funkelte ihn wütend an. Ach ja, auf der anderen Seite war es dunkel und ich wollte etwas sehen. Könnte das der Grund sein? Und darum hast du eine Taschenlampe in einen fremdartigen, bösen Ort gesteckt und sie ist dir hineingefallen? Ja, weil ich nicht aus lauter Angst weggelaufen bin, wie du. Und es war meine Lieblingstaschenlampe, als sie hinunterfiel, habe ich mit der Hand danach getastet, weil ich sie wiederfinden wollte. Meinst du, wir können sie irgendwie wieder rausangeln? Nein, schrie Henri. Weißt du nicht mehr, dass dich was gepackt hat? Als ich die Treppe heraufkam, lagst du mit dem Gesicht nach unten, bewusstlos auf dem Boden und dein Arm steckte bis zur Schulter im Fach. Jemand hat an dir gezogen und ich musste in das Fach greifen und mit meinem Messer zustechen. Henrietta grinste. Wirklich? Also, wenn da jemand auf der anderen Seite ist, dann hat er von dort aus aber nicht viel ausrichten können. Jetzt wurde Henri richtig sauer. Er trat gegen die Wand, er trat gegen das Bett, er sah sich um, ob da etwas war, mit dem er um sich werfen konnte. Du darfst nicht mehr in mein Zimmer kommen, du darfst nicht mehr meine Fächer sehen, du darfst sie nicht mehr öffnen und du darfst auch nicht mehr mit mir darüber reden. Ich verbiete es dir. Wenn ich nicht mehr in dein Zimmer kommen darf, werde ich sie auch kaum öffnen können, sagte Henrietta. Sie stand auf und nahm den Kater auf den Arm. Ich glaube, du bist nicht ganz sauber. Ohne ein weiteres Wort verließ sie das Zimmer und ging die Treppe hinab. Henri ließ sich auf sein Bett fallen und allmählich verrauchte sein Zorn. Er kramte ein anderes Shirt heraus und sagte sich, er solle die Sache vergessen. Als er nach unten ging, zwang er sich zu pfeifen. Henrietta saß am Esstisch und da sein Sandwich. Deins ist im Kühlschrank, sagte sie zu Henri. Danke, antwortete er und ging in die Küche. Henri kam zurück und stellte sein Sandwich und zwei Gläser Milch auf den Tisch. Es tut mir leid, ich habe die Taschenlampe nicht absichtlich fallen gelassen. Ihre Stimme war ganz leise. Henri biss in sein Sandwich. Es war dumm, sie überhaupt hineinzustecken. Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut, knurrte Henrietta. Wenn du nicht solche Angst gehabt hättest, hättest du es womöglich auch getan. Wenn ich es getan hätte, wäre es genauso dumm gewesen. Nach dem Essen können wir die restlichen Namen an die Fächer kleben, sagte Henrietta. Nein, antwortete Henry. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Wir werden einfach überhaupt kein Fach mehr öffnen. Aber ich habe das Postamt noch nicht gesehen, maulte Henrietta. Und was ist mit Baden Hill? Das waren noch beides gute Orte. Gut, sagte er. Du kannst heute Nacht in mein Zimmer kommen und in den gelben Byzantanumort gucken. Aber erst heute Nacht und du musst tun, was ich sage, auch wenn es dir nicht passt. Jetzt musste Henrietta erst einmal nachdenken. In Ordnung, meinte sie. Gut, sagte Henry zufrieden. Er nahm ein paar ordentliche Schlucke und stellte das Glas heftig zurück auf den Tisch. Mach die schwarze Pforte nie mehr auf. Neuntes Kapitel Henry verbrachte den frühen Nachmittag damit, die Fächer, die noch keinen Namen trugen, mit Papierschildchen zu versehen. Er hatte keine Ahnung, wo Henrietta war oder was sie machte. Er hatte Großvaters Schlüssel in seiner Tasche und das bedeutete, dass sie nichts weiter anstellen konnte. Von Zeit zu Zeit schauderte Henry und rieb sich sein immer noch kaltes Handgelenk oder saugte an seinen Fingerknöchel. Sein Körper fühlte sich merkwürdig an. Er hatte noch nie einen so starken Adrenalinschub erlebt wie heute Vormittag. Und jetzt, nachdem alles vorüber war und nur eine kalte Erinnerung blieb, wurde das leise Schaudern zu einem Zittern und seine Muskeln fühlten sich schlapp an. Schließlich stand Henry auf und schüttelte sich. Er hatte das Gefühl, dass er aus diesem kleinen Zimmer heraus musste. Heraus aus dem Haus und in die Sonne. Also stopfte er den Postfachschlüssel, Großvaters Schlüssel, das Notizbuch, die beiden verwirrenden Briefe und die Postkarte in eine Schublade unter seine Socken. Er überlegte, ob er Henrietta sagen sollte, wo er hinging. Aber nachdem er auf der ersten Etage kurz gezögert hatte, ging er leise weiter. Er ging in die Stadt, zu Säcki. Danach folgte er der Beschreibung von Säckis Mutter zu dem Feld, wo Säcki und seine Freunde spielten. Henry war nicht der schlechteste Schlagmann und auch nicht der schlechteste Feldspieler. Es gelang ihm, sich auf das Spiel zu konzentrieren, was für einen Jungen, der neben einer magischen Wand schlief, merkwürdig erscheinen mag. Aber für Henry war Baseball ebenso magisch wie ein grüner mit Moos und alten Bäumen bewachsener Berg. Während die Magie der Fächer nicht unbedingt harmlos war, hatte Baseball eine andere Magie. Der Geruch von Leder und dreckverkrustetem Schweiß, das auf den Boden Spucken und einem Ball durchs spärliche Gras hinterherlaufen, das war so wundervoll normal. Henry spielte, bis ihm einfiel, dass seine Tante und sein Onkel zurückkommen und sich fragen könnten, wo er steckte. Warte mal! Auf Zackis Stimme folgte ein Pfiff. Henry drehte sich herum und Zacki kam angelaufen. Schön, dass du vorbeigekommen bist, sagte er. Wir spielen fast jeden Tag. Du musst unbedingt mal wiederkommen. Gern, sagte Henry. Aber ich spiele nicht allzu gut. Zacki zuckte mit den Schultern. Immerhin siehst du den Ball. Die meisten Jungs ziehen die Köpfe ein und du hast ein paar Schläge echt gut pariert. Zacki trat ein paar Schritte zurück. Bis morgen? Henry nickte. Geht klar. Ich komme vorher bei dir vorbei und wir üben ein bisschen Schlagen. Henriette hatte Tante Dottis Auflaufform schon in den Ofen geschoben und den Tisch gedeckt. Als Henry hereinkam, lächelte sie ihn an und er lächelte zurück. Sie sagten aber beide kein Wort. Henry stieg die Treppe zum ersten Stock hinauf und wusch sich im Bad das Gesicht. Während er noch beobachtete, wie das schmutzige Wasser ins Becken spritzte und anschließend wirbelnd im Abfluss verschwand, ließ das Donnern von Onkel Franks Truck den Spiegel erzittern. Einen Augenblick später kamen Frank, Dottie und die Mädchen lautstark ins Haus gepoltert. Nach dem Abendessen ging Henry wieder hinauf in seine kleine Dachkammer. Er betrachtete die Fächer und fühlte sich ein bisschen unwohl. Warum hatte er immer Angst? Er hasste es, Angst zu haben. Er erinnerte sich, wie er oben auf seinem Etagenbett gesessen hatte und eigentlich hinunterspringen wollte, stattdessen aber immer über die alberne kleine Leiter herabgeklettert war. Henry zog sein Bett so weit wie möglich von der Wand weg. Dort war die kleine schwarze Tür und blickte ihn heimtückisch an. Henry verbot sich, weiter darüber nachzudenken. Er bückte sich, packte den kalten Metallknauf und zog. Die Tür sprang auf und die kurze Kette, die an der Innenseite befestigt war, rasselte heraus. Im Inneren des Fachs lag sein Messer, ordentlich zusammengeklappt und gesäubert. Henry ging in die Knie und linste vorsichtig in das Fach hinein. Es war leer, keine Taschenlampe, kein Shirt, kein Periskop. Dann griff er hinein und nahm sein Messer in die Hand. Aber irgendwo blieb es hängen. Henry befühlte das hintere Ende des Messers, wobei ihm ein feiner Draht in seinen Finger schnitt. Er war so fein, dass Henry ihn im Licht der Lampe kaum schimmern sehen konnte. Henry zog und auf der anderen Seite, sehr, sehr leise, hörte man ein feines Glöckchen klingeln. Panik schnürte Henry den Hals zu. Er riss stärker an dem Messer und hörte als Antwort die Glocke läuten. Er zog mit Wucht und der Draht riss. Henry fiel zu Boden, er schlug die Pforte zu, trat noch einmal dagegen, öffnete sein Messer und setzte sich schwer atmend auf sein Bett. Blake war aufgestanden. Er machte einen Buckel und sein Schwanz peitschte. Er starrte auf die kleine Tür und fauchte. Ich weiß, sagte Henry, ich bin dumm. Aber es störte ihn nicht. Er zwang sich, auf seinem Bett sitzen zu bleiben und dem Drang zu widerstehen, sich auf den Boden fallen zu lassen und seine Füße gegen das Fach zu stemmen. Stattdessen legte er sich schwer atmend hin, den Kopf in der Ecke, knipste das Licht aus und wartete darauf, Henriettas Schritte auf der Treppe zu hören. Sein Messer hielt er ganz fest. Und er war froh, dass er mit seiner anderen Hand Blake fühlte. Der Traum begann, wie es oft der Fall ist, mit einer Art Erinnerung. Henry befand sich im Bad auf der ersten Etage. Blake stand mit dem Rücken zur Badewanne und sah ihn an. Henry wusste, wie es weiterging. Er erinnerte sich an seinen unmittelbar bevorstehenden überraschenden Triumph, als er den Kater in einem Handtuch ins Klo geworfen hatte und auch noch versuchte, den Deckel zu schließen. Aber der Traum ging weiter. Seine Füße arbeiteten sich durch dickes, feuchtes Gras. Wind umwehte ihn. Sterne und ein riesiger orangefarbener Mond hingen über den Wipfeln enorm großer, wogender Bäume. Henry blieb stehen. Vor ihm ragte die große Felsplatte auf. Hinter ihm, das wusste er, stand der alte, gespaltene Baum. Für einen kurzen Moment blitzte in ihm ein anderer Gedanke auf. Jenseits des Baumes, der hinter ihm stand, lag er in seinem Zimmer und schlief. Dann tat er im Traum etwas, wodurch ihn der Fuß schmerzte. Henry grub. Neben ihm im Gras schlief der große schwarze Hund. Henry grub nicht allzu lange. Schon als ein kleines Loch gegraben war, verschwand die Schaufel und Henry ließ sich auf alle Viere nieder. Etwas verwundert schob Henry seinen Kopf durch das Loch und blickte dann in sein Zimmer. Sein Kopf ragte aus einem der oberen Fächer. Allerdings konnte Henry nicht erkennen, welches Fach es war. Er wusste, dass die schwarze Pforte offen stand. Etwas Schreckliches würde passieren. Er lag im Bett und schlief und etwas Grauenvolles war im Anzug. Er versuchte, sich durch das Fach zu zwängen, um sich selbst wachzurütteln, aber seine Schultern waren zu breit. Etwas Weiches strich über sein Gesicht. Er wollte schreien. Die Stimme war sanft, aber es war gar keine Stimme. Es war ein Gedanke in seinem Kopf. Du bist stark, ein Traumwandler und ein Bettelsohn, aber du hast deinen Körper verlassen und ich kann dafür sorgen, dass du nie mehr in ihn zurückkehrst. Du kannst dir selbst zusehen, wie du stirbst. Dann öffnete er die Augen. Er lag auf dem Rücken in seinem Bett und atmete schwer. Er war kurz davor, sich zu übergeben. Dann flackerte ein Licht auf. Ein sehr schmaler Lichtstrahl fiel aus dem Postfach auf einen Punkt an einer der beiden Türen. Etwas Weiches streichelte seine Wange. Vor seinem Gesicht krümmte sich der Schwanz einer Katze. Er peitschte von einer Seite zur anderen. Die Katze saß auf seiner Brust. Es war Blake und Blake starrte irgendetwas an. Henry reckte den Kopf, bis er an dem Kater vorbeisehen konnte. Da war das Postfach mit seinem kleinen Lichtstrahl und daneben auf Henrys Beinen sitzend, direkt auf den Knien, war noch etwas. Etwas Dunkles. Nachdem er es gesehen hatte, spürte Henry nun auch das Gewicht auf seinen Beinen. Er tastete nach seiner Lampe. Er knipste sie an. Der Kater auf seiner Brust rührte sich nicht. Henry reckte wieder seinen Kopf an ihm vorbei und dort saß, den Blick fest auf Blake gerichtet, eine weitere Katze. Sie war extrem dünn. An den Stellen, wo sie Fell besaß, war sie schwarz. An ihren Schultern und der Brust aber hatte sie große, kahle Flecken, rote, unbehaarte, entzündete Male. Der Blick der schwarzen Katze wanderte nun von Blake zu Henry. Als sie ein wenig näher kam, konnte Henry erkennen, dass sich etwas mit ihr bewegte. Eine dünne Schnur, die um ihren Hals gebunden war, die Schnur verlief vom Bett zur Wand. Henry konnte es zwar nicht sehen, aber ihm war klar, wohin sie führte. Als sich die schwarze Katze von Henrys Beinen erhob, spannte der Kater auf seiner Brust die Muskeln. Blake knurrte wie ein Tiger. Henry hatte keine Lust auf eine Katzenprögelei auf seiner Brust, aber er wollte sich auch nicht aufsetzen und Blake abwerfen. Treten konnte er ebenfalls nicht, weil die schwarze Katze auf seinen Beinen stand. Wo war das Messer? Er hatte es wohl fallen lassen. Die schwarze Katze kam noch einen Schritt näher. Ohne groß nachzudenken richtete Henry sich auf, drückte Blake mit seinem rechten Arm an seine Brust und schlug voller Wucht mit seiner linken Hand nach der anderen Katze. Treffer! Ein schriller, schmerzvoller Katzenschrei erklang, als die Katze von seinem Bett in Richtung der Zimmertür flog. Dann spannte sich die Schnur und die Katze wurde in der Luft zurückgerissen und fiel zu Boden. Mit einem weiteren Ruck donnerte die Katze gegen die Seitenwand von Henrys Bett und rutschte zurück nach oben. Sie grub ihre Krallen in Henrys Decke und widersetzte sich dem Zug der Schnur. Henry konnte sehen, wie die Schnur die panische Katze wirkte, bevor sie losließ und gegen die Fächer knallte. Eine Sekunde hielt sie sich mit ihren Krallen noch an der Fächerwand fest, dann gab sie auf. Henry sprang aus dem Bett. Während der Blake weiter fest an sich drückte, wurde die schwarze Katze unter Fauchen, Spucken und Kratzen zurück in das schwarze Fach gezogen. Einen Augenblick lang stand Henry reglos da. Dann setzte er Blake ab und packte die Tür des Fachs. Er donnerte sie zu, dann schob er sein Bett davor. Henry starrte Blake an, der am Kopfende des Bettes saß und sich putzte. Einen kurzen Blick warf er Henry noch zu, dann rollte er sich auf dem Kopfkissen zusammen und schloss die Augen. Zehntes Kapitel Henry hörte Schritte auf der Dachbotentreppe. Dann wurden seine Türen einen Spalt breit geöffnet. Henrietta hatte hellwache Augen und grinste. Henry, ich hab's. Ich weiß, wie wir noch mehr Fächer öffnen können. Ach, Blake ist bei dir. Ich wusste gar nicht, dass du Blake magst. Henry öffnete den Mund, aber Henrietta sprach ohne Pause weiter. Ich weiß alles. Sie sprang auf und ab. Und wenn ich weiterlese, werde ich noch mehr wissen. Du hast Großvaters Notizbuch gelesen? Nein, ich habe noch eins gefunden. Es war unter seinem Kissen. Du bist zurück in sein Zimmer gegangen? Wie das denn? Mit dem Schlüssel natürlich. Ich bin heraufgekommen, aber du hast geschlafen und im Postfach war noch kein Licht. Darum hab ich den Schlüssel und das Notizbuch genommen. Warum hast du das gemacht? Naja, ich wusste doch, dass du es mir nicht erlaubst, wenn du wach bist. Außerdem hattest du die Sachen ja auch nicht so richtig versteckt. Sie waren in deiner Sockenschublade. Das ist der Ort, an dem Anastasia immer zuerst nachsieht. Niemand versteckt seine Sachen in der Sockenschublade. Es sei denn, man will, dass sie gefunden werden. Henrietta? Ach, hör mir doch erst mal zu. In den Notizbüchern steht, dass es fünf Fächer gibt, die nicht abschließbar sind. Bisher haben wir drei Fächer geöffnet und davon waren zwei nicht abgeschlossen. Es muss also noch drei weitere geben. Und da steht auch etwas darüber, dass man durch diese Fächer hindurchschlüpfen kann. Im Moment weiß ich nur noch nicht, wie das gehen soll. Jedes Fach besitzt eine Kombination, die man an den Kompassschlössern einstellen muss. Und dann kann man durch. Aber man schrumpft nicht dabei. Henrietta lachte. Aha, doch, das muss man wohl. Oder das Fach wird größer. Aber lass uns erst einmal die anderen drei Fächer öffnen, bevor wir uns darum kümmern. Oh! Sie kniete sich auf das Bett, um die Fächerwand genauer zu inspizieren. Im Postfach ist Licht an. Ja. Hast du noch mal hindurch gesehen? Nein. Henri holte tief Luft und erzählte von der kranken Katze und was passiert war. Bist du sicher, dass du wach warst? Zuerst habe ich geträumt, aber als ich wach wurde, saßen die beiden Katzen auf mir. Henrietta hopste schon zu der kleinen Tür des Postfachs hinüber, während Henri den Schlüssel aus seiner Kommode holte. Henrietta sah eine ganze Weile hindurch, aber die Hosenbeine kamen nur einmal vorbei. Nicht schlecht, aber jetzt lass uns mal nach den anderen gucken. Es handelt sich um die Nummern 24, 49 und 3. Henri inspizierte das Fach mit der Nummer 24. Es hieß Thailand und seine Oberfläche bestand aus ziemlich Raum und dunklem Holz. Es besaß weder einen Riegel noch ein Schlüsselloch. Steht in dem Buch auch, wie man die Fächer öffnet? Versuch's mal mit Schlagen. Henry ballte die Faust und schlug gegen die Tür. Nichts geschah. Er befühlte die Ränder. An der rechten Seite befanden sich kleine Scharniere. Am oberen Rand stießen seine Finger auf eine Rille. In ihr lag noch etwas loser Putz. Er säuberte sie mit den Fingerspitzen, dann zog er. Mit einem Knall und einer Staubwolke sprang die Tür auf. Das kleine Fach schien leer zu sein, allerdings lag die Rückwand im Dunkeln. Nichts, sagte Henry. Fass mal rein. Henry überlegte zunächst, ob er etwas Fieses sagen sollte. Stattdessen streckte er seine Hand in das Fach und tastete umher. Da ist eine Rückwand, sagte Henry. Drück doch mal dagegen. Henry drückte so gut er konnte und hatte das Gefühl, dass sie nachgab. Darum nahm er alle Kraft zusammen und drückte noch fester. Das Bett begann von der Wand zu rutschen. Mit einem Mal sprang die Rückwand des Fachs weg und Henry klatschte mit dem Gesicht gegen die Wand, als sein Arm durch das Fach hindurchrutschte. An einem unbekannten Ort bekamen seine Finger eine Hand voll Haar zu fassen. Der Kopf, zu dem die Haare gehörten, zuckte und schrie auf. Henry ließ los und sprang zurück. Henrietta saß auf dem Bett und zitterte. Mach's zu, schnell! Henry gehorchte. Nein, das andere, rief Henrietta. Da drüben! Irgendetwas hat gerade herausgefasst und nach mir gegrapscht. Henry sah zurück zur Wand. Zwei Türen standen offen. Die Nummer 24 war das Fach, in das er gerade gegriffen hatte. Aber die 49, gleich rechts darüber, stand ebenfalls offen. Ach du liebe Zeit, sagte Henry. Warum lachst du? Hör sofort auf! Henrietta stand auf, um das Fach selbst zuzumachen. Henry griff noch einmal in die 24 hinein. Bei den 49 kam seine Hand wieder heraus und berührte Henriettas Gesicht. Sie unterdrückte einen Schrei und knallte die Tür zu. Henry lachte und ließ sich rücklings auf sein Bett fallen. War das deine Hand? Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Hoffentlich habe ich dir die Hand gequetscht. Henrietta wandte sich erneut der Wand zu. Wie kommt das? Henry stellte sich wieder vor die Wand und bemühte sich um einen ernsthaften Gesichtsausdruck. Wir können es ja mal mit Blake versuchen, schlug er vor. Du sollst nicht immer so gemein zu ihm sein. Das ist nicht gemein, das ist nur lustig. Blake hatte sich schon lange vom Bett erhoben und saß nur neben der Tür. Komm mal her, Blake, sagte Henry. Er sprang vom Bett und nahm den Kater auf den Arm. Willst du mal magisch sein? Zwing ihn aber nicht, wenn er nicht will. Blake hatte mit der Sache kein Problem. Er kletterte hinein und fast im selben Augenblick erschien sein Kopf im oberen Fach, während sein Schwanz im unteren hin- und herpeitschte. Dieser Platz schien genau nach seinem Geschmack zu sein. Er drehte den Kopf hierhin und dorthin. Dann setzte er sich und begann, sich die Pfote zu lecken. Es gefällt ihm, stellte Henrietta fest. Die beiden ließen den zu seiner Zufriedenheit geteilten Blake zurück und krabbelten zum Fach mit der Nummer drei. Auf seinem Papierschild stand Mistra. Die Pforte war kleiner als die meisten anderen und auch dunkler. Sie war aber nicht schwarz, sie schien einfach nur schmutzig zu sein. Henry überlegte noch, womit man sie säubern konnte, als Henrietta schon draufspuckte. Sie nahm eins von Henrys T-Shirts, das auf dem Boden lag, und begann zu reiben. Oh, guck mal! Silberne Intarsien umgaben die Ränder der Tür und erstreckten sich dann wie Äste zur Mitte des Fachs. Genau im Mittelpunkt befand sich eine Scheibe von der Größe einer Halb-Dollar-Münze. Hast du dein Messer wieder? Wieso? Gib es mir einfach. Na gut. Henry krabbelte zum Bett hinüber, fand das Messer, das auf dem Boden lag und brachte es Henrietta. Sie schob die Klinge unter die flache Metallscheibe auf der Tür und die sprang beiseite. Darunter befand sich ein Metallring. Henrietta steckte einen Finger hindurch und zog. Es ist eine Schublade. Henrietta zog sie vollständig heraus, stellte sie auf den Boden und beugte sich vor, um in das entstandene Loch zu gucken. Es war aber zu dunkel, darum fasste sie hinein und tastete mit der Hand umher. Ihre Augen verengten sich zu schlitzen. Ich glaube, hier ist es irgendwie wärmer, aber sonst kann ich nichts Richtiges fühlen. Was ist denn in der Schublade drin? Zusammen sahen sie hinein. Da waren ein zerschlissener Lappen, ein paar schon fast zu Staub zerfallene Mäuse, Hinterlassenschaften, winzige Knochen, nebengrauen Resten von etwas, das mal ein Fell gewesen sein musste, zwei tote Käfer und eine Fliege. Na, das ist ja wohl ein bisschen langweilig, stellte Henrietta fest. Und was machen wir jetzt? Vielleicht schlafen gehen, schlug Henri vor. Nein, wir sollten noch die Kompassschlösser ausprobieren. Sie rutschte an den Bettrand und drehte an einem der Knöpfe, bevor sie sich nach dem Notizbuch umsah. Sie nahm das, das auf der Bettdecke lag, und legte es wieder hin. Hast du das zweite irgendwo anders hingelegt? Nein, du hast es doch gehabt. Ich weiß, dass ich es gehabt habe, aber hast du es weggelegt? Warum soll ich es weglegen? Weiß nicht, musst du aber doch getan haben. Nein. Ein dumpfes Geräusch drang aus dem Stockwerk unter ihn. Oh nein, flüsterte Henrietta. Was ist denn? Ich glaube, Dad ist aufgewacht. Vielleicht geht er nur kurz ins Bad. Aber ich habe Großvaters Zimmertür offen gelassen. Wie bitte? Und das Licht ist auch an. Na gut, dann lauf jetzt ganz schnell runter, mach das Licht aus und die Tür zu. Und wenn dein Dad dich erwischt, dann erzählst du ihm die Wahrheit. Henrietta sprang auf. Henri lauschte ihren Schritten auf der Treppe und wartete darauf, Franks Stimme zu hören. Ein weiterer dumpfer Aufprall und Blake sprang aus dem Zimmer. Henri stand auf und betrachtete die Kompassschlösser. Er fummelte ein bisschen an ihnen herum, verstellte beide und versuchte gleichzeitig, alle Türen der Wand auf einmal im Auge zu behalten. Die Türen rührten sich nicht. In der Etage unter ihm war es auch still. Henri wartete, bis er das Gefühl hatte, dass es zu lange dauerte und dann, mit einem Mal, machte er sich Sorgen. So leise er konnte, schlich er die Treppe hinab. Blake war verschwunden, Großvaters Tür stand noch offen und das Licht brannte. Die Tür war nur zur Hälfte geöffnet, darum konnte Henry bloß einen Streifen des Raumes sehen. Er trat noch näher und sah vorsichtig Zentimeter um Zentimeter in den Raum hinein. Niemand da. Und dann, als er ganz in das Zimmer hineintrat, sah er etwas, das er weitaus besser verstand, als er es sich gewünscht hätte. Ein Fach, eine Tür, ein wenig unterhalb und seitlich versetzt von Großvaters Bücherregal. Sie stand offen. Die Öffnung war klein, aber groß genug, dass ein Mensch hindurch passte. Auf dem Boden vor der Tür lagen ein Schuh und eine zerbrochene Brille. Beides gehörte nicht Henrietta. Er ließ sich auf alle Fiere nieder, holte Tiefatem und kroch in das Fach hinein. Elftes Kapitel Henry hielt die Augen geschlossen. Er war überzeugt, sich an einem anderen Ort zu befinden, wenn er sie wieder öffnete. Stattdessen stieß er gegen die Rückwand des Fachs. Er wusste, dass er in diesem Fach verschwunden war und er vermutete, dass jemand, den er vielleicht schon mal gesehen hatte, mit ihr gegangen war oder sie mitgenommen hatte. Er wollte das Zimmer eigentlich nicht verlassen, aber er musste das Notizbuch finden, in dem Henrietta gelesen hatte. So leise er konnte, schlich er zurück in sein Zimmer. Als er dort war, hob er das alte Notizbuch hoch, durchwühlte seine Decke, schob das Riesenposter zur Seite und ließ sich dann auf den Boden fallen, um unter dem Bett nachzusehen. Dort lag es. Er zog es hervor und lief, ohne weiter hineinzusehen, schnell wieder damit nach unten. Dort setzte er sich neben dem Fach auf den Boden und las, so schnell er konnte. An Frank und Dorothy Alles, was ich über die Fächer weiß, habe ich in dieses Buch geschrieben. In meinem anderen Notizbuch stehen ein paar hilfreiche Dinge, die ich hier aber aus Zeitgründen nicht wiederholen will. Ich möchte diese Sache gern zu Ende bringen, bevor ich sterbe. Die Ärzte sind drauf und dran, mich zu begraben, und mein Körper scheint einverstanden zu sein und löst sich schon in Staub auf. Außerdem will ich hier so aufrichtig sein, wie ich sonst unehrlich war, auch wenn meine Aufrichtigkeit zweifellos eure Erinnerung an mich beschädigen wird. Mein Vater hat mit der Arbeit an diesen Fächern einst begonnen, und sie waren sein Lebenswerk. Ich habe die Geschichten zusammengetragen, die hinter jedem seiner Fundstücke stehen, und der Wahl dieses Ortes für sein Haus. Die Fächer funktionieren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, je nach ihrer Maserung, Herkunft und so weiter. Einige sind lichtdurchlässig, manche lassen Geräusche hindurch, und andere bleiben so still und dunkel wie Gräber. Natürlich ist das Haus erst nach seinen Studien entstanden, und die Fächer sollten der Höhepunkt des Baus werden. Es gibt einiges, was er erst sehr viel später herausgefunden hat, und Dinge, die er gern verändert hätte, wie zum Beispiel die Lage des Haupteingangs, aber er hatte nicht mehr genug Kraft, einen zweiten Entwurf für das Haus auszuarbeiten. Ich habe das Haus so gut ich konnte rekonstruiert und wieder aufgebaut, und es ist mir auch gelungen, die letzten Fächer zu öffnen. Ich will versuchen, zu erklären, wie die Dinge in ihrem jetzigen Zustand funktionieren. Ich tue dies nicht, um euch zu empfehlen, diese Orte zu besuchen, sondern weil mein Vater bei seinen Experimenten und Studien großen Gefahren ausgesetzt war, die ihn für den Rest seines Lebens beeinträchtigt haben. Er ließ mich dieselben Entdeckungen machen, wobei mir manches erspart geblieben ist. Ich will euch nicht empfehlen, dies alles nachzuahmen. Allerdings kann ich euch auch nicht davon abraten. Mir ist klar, dass die Fächer nicht auf ewig unentdeckt bleiben werden, und ich kann kaum von euch erwarten, dass ihr sie vergessen habt, da man die Dinge, die man sich in der Kindheit eingeprägt hat, nicht so ohne weiteres aus der Erinnerung streichen kann. Ihr werdet die Fächer wiederfinden und ihr werdet sie erkunden wollen. Dies schreibe ich auf, damit ihr die Fehler vermeiden könnt, die mein Vater und ich gemacht haben. Ich kann es nicht erklären. Und obwohl er in erster Linie und vor allem Mathematiker war, ist es ihm nie gelungen, eine verbindliche Formel für den Verlauf der Zeit in einem Fach im Verhältnis zum Verlauf der Zeit hier zu finden. In seinen Notizbüchern finden sich Versuche über Versuche. Er entdeckte, dass die Zeit in jedem Fach anders verläuft, in unterschiedlichen und offenbar widersprüchlichen Geschwindigkeiten. Das war eine wesentliche Ursache für die Krankheit meines Vaters. Zumindest ging er davon aus. Was mich betrifft, so habe ich mich früh entschlossen, nur eine der Pforten zu durchschreiten. Und daher habe ich nicht im Entferntesten die zeitlichen Umbrüche erlebt, die er erlebt hat. Und natürlich bin ich nach meinem ersten Versuch nie mehr ohne das Seil gereist, das sich stets am Bett angebunden hatte. Henry stand auf und ging zum Bett hinüber. Darunter lag ein knäuelbraunes Seil, das mit einem Ende am Fuß des Bettes angebunden war. Er setzte sich auf die Bettkante, blätterte zum Ende des Notizbuchs und stieß auf die Seite, die Henrietta ihm gezeigt hatte. Eine Liste der Fächer und neben jedem Fach eine Kombination für die Kompassschlösser. Allerdings führen eine Reihe von Kombinationen zu gar nichts. Sie könnten zu etwas führen, wenn weitere Fächer gefunden und zugeordnet werden. Solange die Schlösser auf eine dieser leeren Kombinationen eingestellt sind, wird die Rückwand des Schranks so undurchdringlich bleiben wie jede andere Schrankwand. Nichts wird hindurch gelangen, weil sie in unserem eigenen Universum endet. Der Vorteil dessen ist, wie ich früh herausgefunden habe, dass auf diese Weise auch von der anderen Seite nichts hindurch schlüpfen kann. Ich kann nirgends hin, aber ich wache auch nicht auf und finde mich plötzlich in ein und demselben Raum mit einem Nobelhawk wieder, wie es mir zweimal widerfahren ist. Dies verhindert natürlich nicht, dass Dinge in die Fächer auf dem Dachboden vorzudringen versuchen. Dazu müssen sie aber recht klein sein und außerdem stark genug, die Tür von der Innenseite mit Gewalt zu öffnen, wobei die erstaunlichste Ausprägung dieser Art der junge Henry war. Henry las die Zeile noch mal. Dort war von ihm die Rede als eine Art Randbemerkung. Seine Augen flogen noch einmal über die Wörter und dann weiter durch den Text in der Hoffnung, so etwas wie eine Erklärung zu finden. Nachdem ich die Kombination durch Putz unverrückbar eingestellt hatte, hielt ich die Tür dennoch immer fest verschlossen, wenn ich sie nicht gerade benutzt habe. Auf der nächsten Seite habe ich die Kombination für sämtliche Fächer aufgeschrieben. Sobald eine dieser Kombinationen eingestellt ist, hat mein Fach keine Rückwand mehr. Eigentlich ist die Rückwand zwar noch da, die Wand, an der es angebracht ist, aber noch bevor das Fach auf die Wand trifft, grenzt es an einen anderen Ort. Henry saß da und rührte sich nicht. Auf die Fragen, die ihm im Kopf herumgingen, hatte er zwar keine Antwort gefunden, aber dafür hatte er den Mechanismus der Fächer aufgedeckt. Er wusste zwar nicht wie und warum, aber er ging davon aus, dass er funktionierte. So gern hätte Henry beide Notizbücher von vorn bis hinten durchgelesen, aber er hatte keine Zeit. Henry wusste genau, was er als nächstes zu tun hatte. Er musste nach oben gehen und herausfinden, durch welches Fach Henrietta verschwunden war. Danach musste er durch die kleine Tür in Großvaters Zimmer kriechen. Möglicherweise kroch er nach Hause, ohne zu wissen, dass dies sein eigentliches Zuhause war. Möglicherweise kroch er auch an einen Ort, der schlimmer war als Endor. Es war ein merkwürdiges Gefühl, Großvaters Zimmer zu verlassen. Die Tür konnte er nicht schließen, weil Henrietta den Schlüssel hatte. Auch das Licht schaltete er nicht aus, weil er nicht in ein dunkles Zimmer zurückkommen wollte. Oben auf dem Dachboden setzte er sich auf sein Bett und betrachtete die Kompassschlösser. Wenn er das, was im Notizbuch stand, richtig verstanden hatte, legte die Kombination, die er einstellte, fest, in welches Fach oder an welchen Ort er gelangte, wenn er in das größere Fach im unteren Stockwerk kroch. Bevor sie das dumpfe Poltern gehört hatten, hatte Henrietta an einem Knopf gedreht. Die Kombination musste also etwas hindurchgelassen haben. Danach war Henrietta hinuntergegangen, um das Licht auszumachen und die Tür zu Großvaters Zimmer zu schließen. Was auch immer es sein mochte, es musste Henrietta durch die Pforte mit zurückgenommen haben. Oder sie ist ihm gefolgt, mutmaßte Henri halblaut. Und dann, nachdem Henrietta nach unten gegangen war und während er auf sie wartete, hatte Henri nochmal an den Knöpfen gedreht. Darum war die Pforte nun wieder verschlossen. Er stand auf, um sich die Kompassschlösser anzusehen und hoffte, dass die Kombination für die Pforte, durch die Henrietta verschwunden war, möglichst nah an der war, auf der die Knöpfe jetzt eingestellt waren. Dann betrachtete er die merkwürdigen Zeichen um die beiden Regler und blätterte im Notizbuch seines Großvaters. Dabei stieß er auf eine Kombination, die vier Positionen von dem Knopf auf der linken Seite und zwei von dem der rechten Seite entfernt war. Er sah nach, welche Nummer das Fach hatte und suchte diese Nummer an der Wand. Es war ein unauffälliges braunes Fach. Auf seinem Namensschild stand Tempore. Bevor Henri die Kombination einstellte, vergewisserte er sich, dass er sein Messer dabei hatte. Er zog seinen Rucksack unter seinem Bett hervor und steckte beide Notizbücher seines Großvaters hinein. Unten in Großvaters Zimmer zog er die Tür so weit es ging zu und blickte auf das noch immer offenstehende Fach. Dann ging er zum Bett hinüber und zog das Seil hervor. Er wusste, dass das Seil am Bett angebunden bleiben musste. Darum nahm er nur das lose Ende. Schließlich schaltete er das Licht aus. Einen Augenblick lang blieb Henri stehen, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dann ging er vor der kleinen Tür in die Knie, in der einen Hand hielt er sein Messer, in der anderen das Seil. Mit seinem Rucksack auf dem Rücken war er fast schon zu groß für das Fach, aber er legte sich auf den Bauch und schob sich vorwärts. Lautes Ticken umgab ihn, der Geruch von Holzfeuer. Henri schob sich weiter und das Ticken wurde lauter. Jetzt konnte er einen Raum erkennen, aber in irgendetwas vor ihm spiegelte sich das Licht eines Feuers. Er befand sich hinter einer Glasscheibe. gequetscht, um seinen Körper bewegen zu können. Daher drehte er nur seinen Kopf. Die Decke des Fachs war verschwunden. Er legte seine Stirn auf das Glas und versuchte seine Beine nachzuziehen. Ein kleines Stückchen gelang es ihm, daher schob er seinen Kopf ein wenig höher und versuchte sich weiter in die Senkrechte zu bewegen. Das Ticken war nun sehr laut, auch wenn Henry nicht allzu sehr darauf achtete. Er stieß mit dem Kopf gegen etwas Schweres und etwas anderes schlug ihm von hinten an den Schädel. Er schrie und versuchte wieder ein Stück hinunter zu rutschen, aber er schlug sich nur erneut den Kopf an. Lärm erfüllte den kleinen Raum, ein Rasseln und ein Scheppern, als Henry hörte eine Stimme auf der anderen Seite der Scheibe. Es war die Stimme eines Jungen. Was machst du da? machte Henry und versuchte sein Gewicht zu verlagern. Warum bist du in einer Uhr? Ich stecke fest. Und wo ist der Rest von dir? Der steckt auch fest. Der Junge lachte. Aber wie bist du denn da hineingekommen? Henry vernahm ein leises Klicken. sein Gesicht drückte, gab nach und sein Kopf fiel vorn über. Er stemmte sich mit den Ellbogen hoch und wand sich heraus auf den Fußboden. Dann sah er auf einen dünnen bleichen Jungen. Zuerst fiel ihm auf, dass der Junge wulstige Lippen hatte und als nächstes dass er seine Hose sehr weit hoch gezogen hatte, bis zu den Rippen. Die Hosenbeine reichten nur halb über seine Schienbeine. Sie lassen immer den Schlüssel stecken, sagte der Junge. Wenn nicht, hättest du drinnen bleiben müssen. Wie bist du da hineingekommen? Henry sah zurück zu der Uhr. Es war eine Stand Uhr. Das Pendel hatte schon vergessen, dass es gegen Henrys Kopf gedonnert war und schwang gleichmäßig hin und her. Die Gewichte schaukelten noch immer auf und ab. Ich bin von der anderen Seite gekommen, sagte Henry. Ist da ein geheimer Raum? Nein, die Rückseite der Uhr stößt einfach an einen anderen Ort. Henry sah sich im Raum um. Der Kamin war sehr groß und aus elegantem Stein. Davor standen ein Sofa und dazu passende Sessel. Die eine Wand sah aus, als bestünde sie nur aus Fenstern, Es ist wohl Nacht, fragte Henry. Nein, antwortete der Junge, nur Winter. Was soll das heißen? Ich darf die Vorhänge nicht öffnen, damit der Raum warm bleibt. Ich bin den ganzen Tag hier drin. Sie lassen mich eigentlich nie heraus. Wer lässt dich nicht heraus? Vor allem Anerby. Sie bringt allerdings auch mein Essen, meistens jedenfalls. Wenn ich aus. Ist dir ein Mädchen vorbeigekommen? fragte Henry. Er kannte die Antwort aber schon. Durch die Uhr? Ja. Heute? Ja. Wenn du gestern gesagt hättest, wär es auch egal gewesen. So viel ich weiß, bist du der Erste, der überhaupt durch die Uhr kommt. Ich wette, mein Großvater hat es auch getan. War er ein Zauberer? Ich weiß nicht, was er war. In seinem Notizbuch hat er diesen Ort Tempore genannt. Wir nennen ihn Hutchins. Ich muss jetzt gehen und meine Cousine suchen. Könnte sie noch durch die Uhr kommen? Henry betrachtete das enge Uhrengehäuse. Das glaube ich nicht. Er ging zurück zur Uhr und sah hinein. Das Seil lugte unter dem Boden heraus. Wie heißt du? Henry? Ich heiße Richard. Wie heißt du mit Nachnamen? Darüber dachte Henry einen Moment lang nach. York, sagte er dann. Henry York, ist dein Vater dieser Admiral? Nein, sagte Henry. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Oh, mein Vater ist tot, deshalb müssen sich die anderen um mich kümmern. Das tut mir leid. Meine Mutter ist davon gelaufen. Der Junge beugte sich vor und sah in die Uhr hinein. Mit Nachnamen heiße ich Leeds, aber ich werde ihn ändern. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ist gut. Henry ging auf die Knie und kroch in die Uhr. Sie besaß eine Rückwand. Henry drückte mit dem Kopf dagegen und nichts geschah. Er setzte sich wieder auf und atmete tief durch, um nicht in Panik zu geraten. Richard sah zu, wie Henry die Augen schloss, in die Uhr griff, das Seil mit der linken Hand fasste und sich daran entlang hangelte. Vor Richards Augen verschwand Henry im massiven Holz. Seine Schultern waren schon nicht mehr sichtbar, als der Rucksack irgendwo hängen zu bleiben schien. Henry machte sich noch ein wenig flacher und der Rucksack verschwand rannte die Treppe zum Dachboden hinauf. Er zog das Notizbuch aus seinem Rucksack und ließ sich vor den Kompass Schlössern aufs Bett fallen. Jetzt muss es aber schneller gehen, flüsterte er sich selbst zu und blätterte zu den letzten Seiten des Notizbuchs, wo die Kombination entstand. Er las sich durch die Liste und warf dabei immer wieder Blicke auf die Kompass Schlösser. Die nächstliegende Kombination gehörte zu einer ebenfalls kleinen Pforte, die allerdings aus einem dunkleren Holz bestand als Tempore. Auf dem Namensschild stand in Henriettas Handschrift Karnassus. Henry stellte die Kompass Schlösser ein und lief zurück in Großvaters Zimmer. Nervös und heftig atmend schritt er schnurstracks auf das Fach zu, nahm das Ende des Seils, bemerkte nicht, dass Stein. Er hatte keine Ahnung, worauf er zukroch. Darum schob er sein Gesicht Zentimeter um Zentimeter voran und wartete darauf, dass etwas sichtbar wurde. Dieses Etwas war ein Steinboden, der sich unter seinen Händen kalt anfühlte. Zu beiden Seiten ragten dicht neben ihm Steinwände auf. Ein Holzbogen verband die beiden Seiten, ein Bogen, an dem ein schwerer schwarzer Vorhang hing. Der gesamte Ort oberhalb des Vorhangs und darunter konnte man einen Lichtstreifen erkennen. Henry stand auf, trat an den Vorhang heran und versuchte dahinter zu sehen. Er sah den Mond. Sein großes weißes Gesicht schien durch ein Fenster, das hoch oben in einer Wand eingelassen war. Henry wusste nicht, dass das Fenster dazu geschaffen worden war, das Licht des Mondes an nur einem Tag des Jahres und genau in der Mitte der Nacht auf den dunklen Vorhang zu werfen. Er zog den Vorhang weiter beiseite und blickte in den Raum. Ein mächtiger Gong erfüllte die Kammer und ließ Henry erzittern. Etwas stieß ihn von hinten. Er machte einen Satz nach vorn und stürzte über den Vorhang zu Boden. Sein Messer ließ er dabei fallen. Dieser Weg, sagte eine brüchige Stimme, war viele Jahre lang verschlossen. Das Echo des Gongs heilte noch immer im Raum. Henry stand nicht auf, sah sich aber nach der Stimme um und tastete mit der Hand über den Steinboden nach seinem Messer. Nenne seinen Namen! Henry antwortete nicht. Seine Hand umfasste den Messergriff. Er wandte sich in die Richtung, aus der er die Stimme zu hören glaubte, stieß sich vom Boden ab und stand auf. Nenne deinen Namen! Dieses Mal antwortete Henry. Das kann ich nicht. Die Stimme lachte und sagte etwas, das Henry nicht verstand. Die Laute ließen sein Blut gefrieren und seine Wangen heiß werden. Mit einem Mal erwachte der Raum zum Leben. Fackeln und Feuerschallen an den Wänden rundherum Flampen auf. Henry blinzelte. Der Raum war oval. An einem Ende führten einige Stufen in einen Saal hinunter. An der anderen Seite befand sich ein glänzendes schwarzes Podest. Auf dem Podest stand, aus dem selben Stein gehauen, ein quadratischer Sitz. Auf ihm saß ein zerknittertes Stoffbündel. Wenn dir der Sinn also nach Wortklaubereien steht, sagte die Stimme, Welchen Namen hat man dir gegeben? Jörg, antwortete Henry, dies ist hier kein Platz für Lügen. Das Bündel auf dem Thron streckte sich, wurde größer und beugte sich vor. Ein alter Mann in schwarzes Tuch gehüllt sah Henry durchdringend an. Ein langer weißer Bart wuchs von der Spitze seines Kinds herab und verdeckte seinen dicken Hals. Sein Haar war straff zusammengebunden. Abgesehen von seinem Kopf war der Mann klein. Du heißt nicht Jörg, sagte er leise. Mein Vater ist Philipp Louis Jörg, sagte Henry. Ein Vater hat niemals den Namen Jörg getragen. Ich hab ihn schon hier gesehen. Niemand sonst kam jemals ungebeten. Der Mann hielt in seiner linken Hand einen glatten Holzstab, seine rechte hing über die Armlehne seines Sitzes in eine heraus, das weiß war und sich bewegte und hielt es zwischen den Fingern fest. Dann schob er sich in den Mund und lächelte. Henry ballte die Fäuste. Haben Sie meine Cousine geholt? Ich bin auf der Suche nach ihr. Der alte Mann lachte. Sie ist verschwunden? Du bist verschwunden? Ob sie kommen wird, um dich zu suchen? Oder vielleicht er dein Vater? Wie kommt es, dass du den Weg gefunden hast? Ich weiß gar nicht, welcher Weg es war. Es gibt so viele. Der Mann deutete mit seinem Stab auf Henry. Du weißt überhaupt nichts von vielen Wegen. Du kannst gar nichts davon wissen. Du bist zu jung. Du würdest unter der Magie zusammenbrechen. Ich weiß aber sehr wohl davon, erwiderte Henry. Er versuchte, sich die Liste aus Großvaters Notizbuch vor Augen zu rufen. Ich kenne den Weg nach Tempore. Ich bin heute nach dort gewesen. Ich kenne den Weg nach Mistra, nach Baden Hill und nach Byzantamo. Ich kenne den Weg nach Arizona. Henry suchte zusammen, was ging, in der Hoffnung, dass der Fremde den Unterschied nicht bemerken würde. Den Weg nach Boston, nach Florida, Kansas, Vermont, Mexiko, Afrika und New York. Der Mann blickte ihn weiter an, ausdruckslos. Und ich kenne den Weg nach Endor, sagte Henry und sah, wie sich Überraschung auf dem Gesicht des alten Mannes abzeichnete. Hat dir dein Vater diese Namen genannt? Mein Großvater hatte über sie geschrieben. Sag mir, wie heißt dieser Ort hier? Ich glaube nicht, dass viele es wissen. Karnassus, antwortete Henry. Wo hat dein Großvater über diese Dinge geschrieben? In einem Buch, das sich in meinem Besitz befindet, sagte Henry. Ich habe es zu Hause, log er. Und wo ist zu Hause? Henry wollte nicht noch einmal Kansas sagen. In Henry, antwortete er. Henry? Ein Ort, der Henry heißt. Und du bist von Henry hierher gekommen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Nicht lange. Und ich muss jetzt doch wieder zurück. Ich muss meine Cousine suchen. Ich war sicher, die Pforte sei verloren und nie mehr zu öffnen. Hinsgegen der Überlieferung und ich habe andere, die mich zufrieden stellen. Aber nachdem du nun gekommen bist, kann ich dich nicht wieder gehen lassen. Ich muss meine Cousine suchen. Sie ist nicht hier. Henry ging zurück zum schwarzen Vorhang. Die Pforten können sich von beiden Seiten schließen, sagte der Mann. Henry zog den Vorhang zurück. Dahinter stand Richard. Tut mir leid, dass ich dich gestoßen habe, flüsterte er. Henry fehlten die Worte. Er hatte durch den Vorhang tauchen und schnurstracks zu den Kompass schlössern laufen wollen, aber er konnte Richard nicht einfach zurücklassen. Er blickte zu Boden und entdeckte das Seil. Geh zurück, aber schnell, sagte er, und er zog den Vorhang wieder zu. Ich werde dir erlauben zu gehen, wenn wir noch ein wenig über dein Buch gesprochen haben. Ich werde dich nicht allzu lange aufhalten, denn ich will ja nicht, dass dein Vater zurückkehrt. Der Mann lachte. Es ist merkwürdig, dass ich nicht von all seinen Söhnen wusste, aber nur sechs zu haben, hätte ihm natürlich Kummer bereitet. Ich hätte mir denken können, dass es einen siebten gibt. Ich bin ein Einzelkind, sagte Henry. Er hörte Schritte und sah zurück in den Saal. Zwei Männer kamen die Stufen herauf. Sie trugen lange Stangen. Henry ließ sein Messer aufschnappen und hielt es hinter seinem Oberschenkel verborgen. Mit ausgebreiteten Armen kamen die Männer auf ihn zu und begannen einen leisen Sing-Sang. Schwere überzog Henry wie eine sanfte Brise. Unmittelbar vor ihm blieben die Männer stehen. Einer von ihnen zog ein langes Messer aus seinem Gewand und hob es in die Höhe. Dabei murmelte er etwas. Der andere Mann wollte Henry ergreifen. Mit einer ruckartigen Bewegung zog Henry sein eigenes kleines Messer hervor. Die beiden Männer machten einen Satz zurück. Henry sprang hinter den Vorhang und war froh, dass Richard verschwunden war. Er ging auf die Knie und kroch mit einer Hand am Seil so schnell er konnte zurück in Großvaters Zimmer. Dort warf er sich auf den Boden riss das Seil an sich und schloss die Tür. Richard stand mit offenem Mund neben ihm. Du musst ganz still sein, sagte Henry und drückte ihm das Messer in die Hand. Lass keinen durch, ich bin gleich zurück. Nachdem er die Kompass Schlösser auf eine leere Kombination eingestellt hatte, schlich er so schnell er konnte wieder nach unten. Richard wartete auf ihn. Eine Hand wollte die Pforte aufdrücken, aber ich habe dagegen getreten. Henry ging in die Knie, öffnete vorsichtig das Fach und sah hinein. Die Hand lag auf dem Boden vor der Rückwand. Oh nein, rief Henry aus. Richard beugte sich vor, um etwas sehen zu können. Henry holte tief Luft. Ich habe ihm die Hand abgetrennt. Wie das denn? Als ich die Einstellung verändert habe. Richard schluckte. Und was machst du jetzt damit? Ich glaube, ich sollte sie zurückgeben. Naja, aber es ist doch nicht deine Schuld. Aber ich habe keine Lust, sie hinter dem Haus vergraben zu müssen. Vielleicht können sie sie ja wieder anbringen. Du bleibst hier sitzen und ich gehe hoch und stelle das Fach wieder um. Nur für eine Sekunde. Sobald du die nicht länger dauern als eine Sekunde. Henry lief wieder aus dem Zimmer und die Treppe hinauf. Vor der Wand mit den Fächern holte er Tiefluft. Dann stellte er die Schlösser noch einmal auf Canassus. Er zählte bis zwei, drehte erneut an den Knöpfen und lief zurück nach unten. Das war ja ekelhaft, sagte Richard. Hat es denn funktioniert? Ja, aber du Millimetern Breite. Warum bist du mir gefolgt? Du musst wieder zurück, fragte Henry. Warum? Weil du hier nicht bleiben kannst. Warum nicht? In diesem Haus weiß niemand, dass ich an andere Orte gelangen kann, begann Henry. Und außerdem ist meine Cousine verschwunden und ich muss sie heute Nacht noch wieder finden. Ich kann ihr doch beim Suchen helfen. Du musst zurück. Ich wüsste nicht rottete Richard. Wer schläft hier? Niemand hat dich gebeten, hierher zu kommen, stellte Henry fest. Dich hat auch niemand darum gebeten, in meiner Uhr aufzutauchen. Wer schläft hier? Dies war das Zimmer meines Großvaters. Er ist tot. In diesem Bett schläft niemand mehr. Dann bleibe ich hier. Du brauchst es deinen Eltern ja nicht zu sagen. Das Haus gehört meiner Tante und meinem Onkel. Dann musst du es denen eben nicht sagen. Nein, dann lass mich wenigstens mit nach deiner Cousine suchen. Ich gehe zurück, wenn die Nacht um ist. Henry sah in das blasse Gesicht des Jungen. Ich stelle bestimmt nichts an. Na gut, aber du musst tun, was ich dir sage. Einverstanden, sagte Richard und grinste. Seine Zähne gefielen Henry nicht. Gut, dann los dann also, sagte Henry. Wir müssen nach oben und uns eine neue Pforte aussuchen, aber sei leise, alle schlafen und lass die Tür offen. Oben in seinem Zimmer holte er das Notizbuch aus seinem Rucksack und suchte nach der nächstliegenden Kombination. Als er sie gefunden hatte, musste er beinahe lachen. Er hoffte, dass er Henrietta dort finden würde. Wenn dem allerdings so war, würde es nicht leicht werden, sie zurückzubringen. Henry stellte die Kombination ein und wies Richard an, keine Fragen zu stellen, die Türen nicht zu berühren und nicht so laut zu trampeln. Richard gab sich alle Mühe und er machte seine Sache insgesamt auch gut, obwohl er Henry viel dichter folgte, als dieser es ihm gesagt hatte und immer wieder nach seinen Füßen tastete, um sicher zu gehen, dass Henry noch da war. An der Rückseite des Fachs merkte Henry, dass es bergauf ging. Er spürte Erde unter seinen geballten Fäusten und dann fühlte er Gras. Er zog das Seil nach und schob sich aus dem Baum heraus ins Freie. Der Himmel war riesig. Er blickte zurück zum Baum, der Stamm war gespalten, aber der Riss schien nicht groß genug zu sein, um hindurch zu kriechen. Dann sah er Richards Kopf und seine blinzelnden Augen aus dem Holz hervor lugen und lachte. Er war tatsächlich auf dem Berg Baden Hill. Die Sonne schien hell, auch wenn sie tief stand, das Gras, das sich im sanften Wind wog, strich um die Flanken des großen Felsens und verbarg die Knochen, von denen Henry wusste, dass sie dort waren. Dann sprang etwas und kletterte im Gegenlicht auf den Felsen hinauf. Henry musste die Augen zusammen kneifen, um es erkennen zu können. Blake rief er und lachte noch mehr. Richard, sie ist hier, sie muss hier sein, komm mit. Richard blinzelte noch immer. Henry war größer als er, darum wollte er vor ihm nicht weinen. Er stand auf und schloss die Augen. Hier gefällt es mir, sagte er. Henry stand auf dem Felsen und hielt Blake im Arm. Richard versuchte, neben ihn zu klettern, schaffte es aber nicht. Henry beugte sich herab und zog ihn hinauf. Zusammen standen die beiden nun da und ließen ihre Blicke über die Wälder schweifen. Dieser Berg hat zu bieten, als ich dachte, sagte Henry. Und was für ein merkwürdiger Geruch. Blake sprang von seinem Arm und vom Felsen herunter. Das kommt vom Meer, sagte Richard. Er deutete auf eine blaue Fläche, die teilweise durch die Baumwipfel verdeckt wurde. Ich habe es schon mal gerochen. Da drüben kannst du das Wasser sehen. Wir sind hier sehr hoch. Ist das eine Insel? Keine Ahnung, antwortete Henry. Aber wir sollten jetzt gehen. Henrietta ist uns ein ganzes Stück voraus. Henry durchdringend anzusehen. Dann lief er wieder zu der Spalte. Der Kater will zurück, sagte Richard. Wir gehen gleich, Blake. Erst müssen wir Henrietta finden. Henry wandte sich um und begann, einen Pfad hinab zu gehen, der zu einer alten verfallenen Mauer führte. Richard folgte ihm. Blake überholte sie beide, sprang auf die Trümmer der Mauer, machte einen Buckel und fauchte Henry an. Hör auf, Blake, sagte Henry. Er legte seine Hand auf die Mauer, um darüber zu springen, zog sie aber schnell wieder zurück. Sie blutete. Blake kauerte sich zusammen. Er war jetzt still, aber er hatte vier tiefe Kratzer auf Henrys Handrücken hinterlassen. Blake, schrie Henry, sei brav, kusch, lauf nach Hause oder sonst wohin, aber wir müssen jetzt Henrietta suchen. Er hielt seine zerkratzte Hand an die Lippen. Richard schob sich nervös neben Henry. Vielleicht ist sie gar nicht hier. Könnte es sein, dass der Kater uns gefolgt ist? Henry seufzte. Möglicherweise hatte Richard recht. Ich wünschte, du wärst ein Hund, sagte er zu Blake. Wo ist Henrietta? Such Henrietta! Blake sah ihn beleidigt an, sprang aber mit in die Höhe gereckt im grauen Schwanz von der Mauer und lief zurück zum Baum. Henry atmete die Luft von Baden so tief ein, wie er nur konnte. Seine Knochen kribbelten vor, vor, er wusste nicht, was es war. War es Magie oder Erinnerung? Hier bin ich gerne, dachte Henry. Warum kannst du nicht hier sein, Henrietta? Bestimmt bist du irgendwo, wo es furchtbar sah, wie sich Richards dünne Beine in die Spalte des Baumes arbeiteten. Blake war schon verschwunden. Er seufzte noch einmal, dann machte er sich widerwillig auf den Weg. Zwölftes Kapitel Henrietta war die Dachbodentreppe hinuntergelaufen, auf dem Flur aber nicht auf ihren Vater gestoßen. Kein Lichtstrahl drang unter der Badezimmertür hindurch. Großvaters Tür stand noch offen und das Licht brannte. Entweder hatte ihr Vater im Schlafzimmer das polternde Geräusch ausgelöst und war noch nicht herausgekommen oder er war schon herausgekommen, hatte das Licht in Großvaters Zimmer gesehen und war hineingegangen. Auf Zehnspitzen lief Henrietta über den Flur zu der einen spaltbreit offenstehenden Tür. Sie lugte hindurch und sah ihn gerade aus ihrem Blickfeld verschwinden. Das Herz rutschte ihr in die Hose. Sie wusste, dass ihre Chance auf die Erlaubnis Großvaters Notizbücher und den Schlüssel jemals behalten zu dürfen in diesem Moment vertan war. Aber sie war ein mutiges Mädchen. Darum wappnete sie sich für das unumgängliche Gespräch. Sie setzte ein Lächeln auf und atmete tief durch. Dann betrat sie das Zimmer. Was sie sah, verschlug ihr die Sprache. Sie sah den Rücken eines kleinen, alten, so gut wie kahlköpfigen Mannes. Er trug eine braune Wolljacke mit schlecht aufgesetzten Flicken an den Ellenbogen. Er betrachtete das Bücherregal, fummelte an den Rücken der am ältesten aussehenden Bücher herum und murmelte etwas vor sich hin. Entschuldigung, sagte sie leise. Der alte Mann fuhr herum und warf dabei eine Reihe alter Bücher zu Boden. Im Verhältnis zu seinem Kopf war sein Gesicht klein. Er hielt das Glas einer zerbrochenen Brille vor sein linkes Auge. Einen Moment lang starrte er Henrietta an. Sie versuchte zu lächeln. Dann ging er schneller zu Boden, als Henrietta dies für möglich gehalten hätte. Sie wollte ihn gerade fragen, ob ihm etwas fehlte, aber er öffnete »Ich will doch bloß mit Ihnen reden!« Sie sprang ihm nach und packte ihn am Fuß. Er trat ihr in den Bauch und sie zog ihm den Schuh aus. Sie schnappte nach Luft, während sie den Fuß des alten Mannes im Fach verschwinden sah. Henrietta ging in die Knie und tastete sich in die Dunkelheit voran. Genau in dem Moment, als ihre Füße verschwanden, stolzierte Blake ins Zimmer. Im Gegensatz zu Henrietta erkannte er die Gefahren, auf die er sich einließ. Auch wenn sein Katzenhirn ihm nicht gerade zu riet. Er schoss mit einer Geschwindigkeit, die man bisher nur bei einem der ortsansässigen Kojoten gesehen hatte und die Dotti bei ihm für schlicht unmöglich hielt, in das Fach hinein. Zunächst konnte er Henriettas Füße noch sehen, doch mit einem Mal waren sie weg. Die hölzerne Rückwand des Fachs schien an ihrem Platz zu sein, dann verschwand sie wieder. Blake lief weiter im Dunkeln und spürte, wie der Boden anstieg. Schließlich trat er hinaus in hohes Gras und Sonnenschein. Er musste sich nicht groß umsehen, um zu wissen, dass Henrietta woanders war. Also drehte er um und versuchte sich wieder in den Spalt im Baum zu quetschen, um zurück in das Fach zu gelangen. Aber der Weg hatte sich hinter ihm geschlossen. Blake war ein kluger Kater und er vertrödelte keine Zeit mit Nachdenken. Er lief zur Felsplatte, sprang hinauf und streckte sich im Sonnenlicht aus. Henrietta erstarrte. Die Musik von Geigen, Cellos und einem seltsam klingenden Klavier drang durch die Wände, die sie umgaben und erfüllte den kleinen dunklen Ort, an dem sie kauerte. Dazu Stimmen, lachende Stimmen. Sie befand sich noch immer in einem Fach, ein Fach, das breiter und tiefer war als das von Großvater. Sie nieste, ein Fach voller Staub und Spinnweben. Sie tastete nach einer Tür, die fand sie auch. Henrietta hatte sie nur einen Spalt weit öffnen wollen, aber die Tür vor all dem Licht die Augen zusammen kneifen. Sie sah in einen riesigen Tanzsaal mit einer von schwarzen Balken getragenen Decke, die sich in mehr als zehn Metern Höhe über einem glänzenden Parkett wölbte. Zwischen Säulen und Wandbildern ragten riesige Glasfenster fast bis an die Decke. Am einen Ende des Saals spielte ein kleines Orchester auf einer Empore und über den Boden wirbelten Tanzpaare. Lange Kleider in allen nur erdenklichen Farben umhüllten wunderschöne Frauen, die nicht größer waren als Henrietta. Das Haar der Frauen war hochgesteckt und von Perlenschnüren durchzogen. Die Männer trugen ihr Haar, das bei den meisten tief schwarz war, zurückgekämmt und im Nacken zu einem Zopf gewunden. Sie trugen Hosen mit weiten Beinen, die bis zu den Knöcheln reichten und kurze Mäntel, die an den Ellbogen endeten und gefältelt waren. Henrietta vergaß den kleinen Mann, sie vergaß Kansas, sie saß da, unfähig sich zu bewegen, mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen. Dies war das Schönste, was sie je gesehen hatte. Als ihre Augen erneut über die Tänzer wanderten, blieben sie an einer Gestalt hängen, die sie wieder erkannte. Er hatte ihr den Rücken zugewandt, er war kahlköpfig und trug eine Wolljacke mit großen Flicken an den Ellbogen. Er bewegte sich vorsichtig auf nur einem Schuh zwischen den Tänzern hindurch. Keiner der Tänzer schien irgendwie Notiz von ihm zu nehmen. Henrietta rutschte ein wenig nach vorn und streckte ihren Kopf aus der kleinen Tür, um zu sehen, ob jemand in ihrer Nähe war. Dabei verblich alle Farbe und die Musik erstarb. Die Leute verschwanden, nur eine Gestalt blieb zurück. Der merkwürdige alte Mann in der Wolljacke, der sich vorsichtig seinen Weg über den von Löchern und Morschen Stellen übersäten Boden suchte. Henrietta quetschte sich durch die Tür. Sie rutschte über ein schmales Sims und landete auf dem harten Fußboden. Über ihr ragten die verkohlten Balken der eingestürzten Decke und ein bedeckter Himmel auf. Die Wände waren schwarz und grau von Ruß, die Wandgemälde nicht mehr zu erkennen und die Fenster wirkten wie aufgerissene Münder. Was ist passiert? schrie Henrietta. Warum ist alles weg? Ha! Der kleine Mann lachte bitter. Ein Stück Holz zerbrach unter seinen Füßen und er wich zurück. Bad sie. In der Nähe der Wand schien der Boden stabil zu sein. Rasch lief sie daran entlang. Der kleine Mann wandte sich um. Sieh nur, was du angerichtet hast. Du hast alles in Unordnung gebracht. Jetzt bin ich nicht besser dran als vorher. Aber das habe doch nicht ich gemacht. Wie hätte ich das denn anstellen sollen? Ich bin ihnen nur gefolgt. Der Mann sah sie wütend an. Wenn du davon sprichst, einen der schönsten Paläste der Welt, eine der schönsten Städte der Welt zerstört zu haben, das nicht, das haben größere Dummköpfe als du getan. Aber deinetwegen habe ich meine Brille verloren. Das tut mir leid, sagte Henrietta. Ich wollte nur mit ihnen sprechen. Wir können jetzt zurückgehen und sie holen. Eher unwahrscheinlich, antwortete der Mann. Aber er wandte sich um und begann zurück zu gehen. Und meinen Schuh hast du mir auch abgenommen? Nun ja, sie wollten fliehen. Als der Mann sie erreicht hatte, blieb er stehen und musterte sie von oben bis unten. Ich heiße Henrietta, sagte sie. Das weiß ich. Er ging weiter, zurück zu dem Fach, das in einen riesigen Wandschrank eingebaut war. Er schlüpfte hinein, sodass nur noch seine Beine hervorsahen. Einen Augenblick später kam er wieder heraus. Die Pforte ist verschlossen. Das haben wir beide nun davon. Du kannst dich gern hier in das Fach setzen und darauf warten, dass sie wieder aufgeht. Wird mich sicher ein Jahr kosten, aber ich versuche jetzt herauszufinden, wo ich noch ein Zuhause haben könnte. Meinen Sie damit, ich sitze hier fest? fragte Henrietta. Warten Sie! Der Mann wandte sich zu ihr um. Willst du mich wieder am Bein ziehen? Wollen Sie mich wieder treten? Worüber willst du mit mir reden? Wissen Sie, wie die Fächer funktionieren? Warum willst du das wissen? Spiel einfach ein wenig an ihnen herum und warte ab, was passiert. Das ist womöglich für alle das Beste. Sagen Sie mir wenigstens, wie ich zurückkommen kann, wenn es sein muss. Du wirst nicht zurückkehren, bis nicht derjenige, der die Knöpfe verstellt hat, merkt, dass du nicht mehr da bist. Und bis er irgendwie herausbekommt, wohin die Zeiger gedeutet haben, als du auf meinen Füßen auf die andere Seite geritten bist. Du kannst nichts weiter tun, als dich an die Rückwand des Fachs zu lehnen und abzuwarten. Oh, ich habe auf diese Weise schon Wochen verbracht, an weitaus garstigeren Orten und ebenso die letzten Tage, dank deiner Fummelei. Falls die Pforte wieder aufgeht, dann nur für kurze Zeit. Du solltest diese Gelegenheit nicht versäumen und sieh zu, dass du all deine Glieder geschwind hindurch schleust. Aber jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Leb wohl. Henrietta fasste nach seiner Jacke und hielt ihn fest. Noch nie bin ich einem kleinen Mädchen begegnet, das zum Winter rauf war, an einem alten Mann herum zu zerren. Lass los, Glöne, ich bin genauso groß wie sie, entgegnete Henrietta. Das Gesicht des alten Mannes wurde rot und seine Ohren violett. Er sah ihr geradewegs in die Augen. Sie ließ seine Jacke los. Können Sie mir bitte einfach sagen, was hier geschehen ist? Was ist das für ein Ort und wo sind all die Leute hin? Er verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Wissen Sie es ist alles eine Ewigkeit her. Aber wenn du zurück in diesen Schrank steigst, kannst du mich tanzen sehen, obwohl ich in jener Nacht vor allem Würstchen gegessen habe. Er wandte sich um und zeigte auf die gegenüberliegende Seite des leeren Saales. Da hinten, du wirst mich kaum wieder erkennen. Ich war zuvorkommend und äußerst gut aussehend. Und was ist passiert? Die Sterne Mond verfinsterte sich, die Erde bebte, wie immer du es nennen willst. In einer einzigen Nacht war für die Fitzphären alles vorbei. Aber dieser Schrank bewahrt die Erinnerung. Holz kann sich an beinahe alles erinnern. Henrietta sah zurück zum Fach. Und wo sind die Leute alle hin? Die meisten sind gestorben. Ich habe Reisen unternommen und bin Bibliothekar geworden. Warum waren Sie im Zimmer meines Großvaters? Mein Cousin hat Sie gesehen, nicht wahr? Dein Cousin? Der kleine Schwächling? Ja, er hat Augen, die sehen können. Aber ich habe jetzt genug von deinen Fragen. Die Sonne geht unter und bevor das Licht schwindet, will ich das kein zweites Mal. Sie meinen, hier spukt es? Hast du das zweite Gesicht? Henrietta schüttelte den Kopf. Dann wird es für dich schon nicht so schlimm werden. Der kleine Mann schritt an dem Wandschrank entlang und öffnete ein paar Türen. Was haben sie vor? Ich gehe. Ist das auch wieder ein magisches Fach? Der Mann lachte, stieg in das Fach und kauerte sich zusammen, um hineinzupassen. Dies ist ein Speisenaufzug. Von der Mitte des Raumes aus habe ich gesehen, dass während der Jahre seit meinem letzten Besuch die Treppe eingestürzt ist. Und jetzt lebe wohl dir und deinen Fragen. Henrietta sah zu, wie er an einem festen dünnen Seil zog und dann unter dem schrillen Quietschen eines uralten Flaschenzugs verschwand. Sie beugte sich vor, um ihm nachzusehen, aber es war stockfinster. Sie haben mir nicht gesagt, wie sie heißen, rief sie in den Schacht hinab. Hör auf zu schreien, das ist so laut hier drin. Wie heißen sie? Frag die Kobolde heute Nacht. Seine Stimme stieg aus den Tiefen des Schachts zu ihr herauf. Er war schon ziemlich weit unten. Henrietta schob ihre Hand in den Schacht und fasste an die beiden dünnen quietschenden Seile. Sie verbrannten ihr die Finger, aber sie hörten auf, sich zu bewegen. Ärgerlich klang die Stimme des alten Mannes zu ihr nach oben. Oh, du schreckliches kleines Mädchen, lass sofort los! Henrietta lachte und lehnte sich dann vor dem Echo zurück. Sagen Sie mir Ihren Namen! Sie hörte Och, Eli! Eli wie? Eli Fitz Fern! Was haben Sie im Zimmer meines Großvaters gemacht? Ich habe dort gewohnt. Wie bitte? Er war ein Freund und ein Narr, wie vor ihm schon sein Vater und all seine Nachkommen. Jetzt lass das sein los, bevor ich dich noch mit einem Fluch belege! Was ist hier wirklich geschehen? bohrte Henrietta weiter. Warum sind alle tot? Mit einem Mal begann das Seil in ihrer Hand orange zu glühen und wurde heiß. Henrietta schrie vor Schmerz auf und steckte ihre Hand in den Mund. Der Flaschenzug quietschte und das Seil flitzte über die Rollen. Während er hinabsauste, drang Elis Schrei aus dem Schacht. Mit einem lauten Krachen löste sich der Flaschenzug irgendwo über Henrietta von seiner hölzernen Befestigung und fiel an der Öffnung vorbei. Der Aufprall auf dem Grund erschütterte den ganzen Saal. Als alles wieder still war, streckte Henrietta ihren Kopf zurück in den Schacht. Sie hörte einen Stöhnen. Sind Sie verletzt? rief sie. Das Stöhnen wandelte sich in ein Fluch um. Du schrie der kleine Mann. Du bist genauso schlimm wie dein Großvater. Es war nett, sie kennenzulernen, sagte Henrietta. Gelächter schallte durch den Saal. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Genieß den Abend im Lässer Saal auf ins Fähren. Genieß ihn, aber iss nichts. Und was noch viel wichtiger ist, sieh zu, dass du nicht gegessen wirst. Henrietta hörte, wie er davon ging. Richard saß mit Blake auf Henrys Bett und betrachtete das Dachbodenzimmer. Hier wohnst du? fragte Richard. Es ist ja ganz schön dreckig. Dein Zimmer hat mir auch nicht gefallen, knurrte Henry. Er studierte die Liste in Großvaters Notizbuch und sah immer wieder zu den Kompassschlössern hinauf. Ich weiß nicht, richtig naheliegende Kombinationen gibt es sonst keine mehr. Das ist die letzte Möglichkeit. Wenn sie dort auch nicht ist, wecke ich Unker Frank. Dann können wir deinen Onkel ja auch fragen, ob ich bleiben kann. Henry kroch in das Fach. Richard sah zu. Als Frank aufwachte, lag das nicht an irgendwelchen Geräuschen. Er fühlte sich nur seltsam. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber der Himmel war schon ganz hell. Dottie lag neben ihm und schlief. Frank schälte sich aus dem Bett und ging gähnend auf den Flur. Aus Großvaters Zimmer fiel Licht auf den Flur. Die Tür stand ein wenig offen. Frank starrte sie fassungslos an. Er trat näher, hob die Hand und drückte gegen die Tür. Sie schwang leicht auf. Die Vorhänge waren beiseite gezogen und es war hell im Raum. In einer Vase standen Blumen und auf dem Boden lagen einige Gegenstände herum. Darauf achtete Frank aber nicht. Er sah auf das Bett. Ein dünner Junge, der seine Hose bis unter die Rippen hochgezogen hatte, lag ausgestreckt auf dem Rücken und schlief. Er hatte seine merkwürdigen Stiefelchen ausgezogen und nackte Füße und er hatte wulstige, aufgesprungene Lippen. Frank ging zum Bett, beugte sich über den dürren Schläfer und betrachtete sein Gesicht. Er räusperte sich und die Augen des Jungen öffneten sich. Henry ist im Fach, sagte Richard. Ich hab es vorgezogen, dieses Mal auszusetzen. Würde es Umstände bereiten, wenn ich bleibe? Dreizehntes Kapitel Andere Männer als Frank hätten Fragen gestellt. Frank trat an das Fach heran, ging auf die Knie und quetschte sich hinein. Kurz vor der Rückwand hielt er inne. Ein merkwürdiges Schmatzen war zu hören, begleitet von Luftstößen. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit im Fach gewöhnt hatten und sah, ohne zu blinzeln, auf die Rückseite. Sie flackerte, war mal da, dann wieder verschwunden, dunkel und dann wieder Sekundenbruchteile von Licht erhellt. Frank kroch rückwärts aus dem Fach heraus, richtete sich auf und verließ ohne einen weiteren Blick auf Richard das Zimmer. Er ging zur Dachbodentreppe und stieg langsam hinauf. Henrys Türen standen offen. Frank blickte in das Zimmer hinein. Eine Decke und ein Haufen aus zusammengeklebten Postern lag auf dem Boden. Die Wand war nicht mehr verputzt, sondern bestand aus Türen und Fächern, genau wie Frank es in Erinnerung hatte. Anastasia saß auf Henrys Bett. Sie fuhr herum und sah Frank an. Dad, Henry hat die ganze Wand abgekratzt und guck mal, was er gefunden hat. Hast du diese Fächer schon mal gesehen? Wie macht man sie auf? Sie wandte sich wieder herum und drehte an einem der Kompassschlösser. Bestimmt muss man die Kombination kennen. Fass ihn nicht an, Anastasia. Geh runter von Henrys Bett. Obwohl sie ihn nicht oft zu hören bekam, verstand Anastasia, was es mit dem Ton in der Stimme ihres Vaters auf sich hatte. Sie ließ den Knopf los und glitt eilig vom Bett. Wo ist Henry? fragte Frank. Keine Ahnung. Henrietta haben wir auch nicht finden können. Penny ist in die Scheune gegangen, um nach ihnen zu suchen. Wer ist das denn? Frank bemerkte, dass Richard hinter ihm stand und ins Zimmer eugte. Wie heißt du? fragte Frank. Richard Leeds, antwortete Richard. Anastasia, jetzt konzentriere dich, sagte Frank. Kannst du dich erinnern, wie diese Knöpfe eingestellt waren, bevor du sie berührt hast? Anastasia schüttelte den Kopf. Habe ich was falsch gemacht? Frank lächelte. Geh nach unten. Richard und ich müssen miteinander reden. Wenn ihr Henry oder Henrietta findet, kommst du herauf und sagst Bescheid. Zusammensetzen sie sich auf Henrys Bett. Was ist passiert? fragte Frank. Henry ist durch eine Uhr in mein Haus gekommen und ich bin ihm gefolgt, als er wieder verschwunden ist. Das wusste er aber nicht. Dann haben wir Henrietta gesucht, sie aber nicht finden können. Stattdessen haben wir den Kater gefunden. Wir waren an allen möglichen Orten. Henry sagte, an einem wollte er noch nachsehen, bevor er Onkel Frank weckt. Ich bin hier geblieben. Bist du Onkel Frank? Frank nickte. Wo wohnst du, Richard? In Hutchins, antwortete Richard. Frank runzelte die Stirn und räusperte sich. Wo ist Hutchins? Es lügt in Britannien, sagte Richard. Sind wir nicht in Britannien? Frank schüttelte den Kopf. Nein, wir sind in Kansas. Welches Jahr schreiben wir gerade in Hutchins? 1998, unter Queen Eskews Regierung. Frank atmete tief aus. Oh, ich hab mir schon gedacht, dass es so etwas sein würde. Bist du müde, Richard? Ja. Du kannst eine Weile hierbleiben und schlafen. Ich komme bald wieder. Vielleicht muss ich dich dann wecken. Bevor Frank das Ende der Treppe erreicht hatte, war Richard eingeschlafen. Dottie stand im Bademantel auf dem Flur. Was ist los, Frank? Das Zimmer ist offen. Henry ist in den Fächern verschwunden. Und Henrietta ist auch weg. Sie war die Erste. Er wollte sie suchen. Dottie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und rutschte daran herab, bis sie auf dem Boden saß. Sie legte eine Hand auf ihren Mund und dann beide über ihre Augen. Es tut mir leid, Liebling, sagte Frank. Ich hätte einschreiten sollen, aber ich wollte ihn nicht bevormunden. Dottie schwieg. Dott, da oben sitzt ein Junge, den Henry aus einem Fach mitgebracht hat. Er schläft jetzt erst einmal eine Weile, aber später wird er etwas zu essen brauchen. Gehst du ihnen nach? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Weißt du, in welchem sie sind? Nein. Als ich hinaufkam, hatte Anastasia an den Knöpfen gespielt. Ich werde es erraten müssen. Das kann eine Weile dauern. Du gehörst hierher, Frank. Das weißt du doch, nicht wahr? Denk daran, was ich gesagt habe. Frank antwortete nicht. Dottie wandte sich um und ging zurück ins Schlafzimmer. In Großvaters Zimmer sammelte Frank die zerbrochene Brille auf und setzte sich auf den Boden. Er zog das Seil aus der Tür. Das Ende war sauber abgeschnitten. Als er seinen Arm in das Fach steckte, stieß er auf eine massive Rückwand. Er überlegte noch einen Moment, dann ging er wieder auf Henrys Dachboden. Richard lag da und schnarchte. Er bückte sich und untersuchte die Wand mit den Fächern, stellte fest, dass ein Bein des Bettes gegen die schwarze Tür geschoben war und richtete sich wieder auf. Wieder unten angekommen, fand er Dottie am Esstisch sitzend. Wo ist Henry? fragte Anastasia. Ist Henrietta bei ihm? Keine Ahnung, antwortete Frank. Frank? begann Dottie. Denkst du, sie sind in Sicherheit? Glaubst du, dass du sie überhaupt finden kannst? Ganz ehrlich, Dott, ein bisschen Glück werde ich schon brauchen. Ich bin sicher, dass ich sie finden werde, wenn ich genug Zeit habe. Es kommt darauf an, wie schlau sie sind und auf wen sie treffen. Er setzte sich neben seine Frau und legte beide Fäuste auf den Tisch. Anastasia, sagte er, geh und hol deine Schwester. Eure Mutter wird euch die Dinge erklären, so gut sie kann. Frank gab Dottie einen Kuss auf die Stirn und stand auf, um zu gehen. Er hörte, wie die Hintertür aufgestoßen wurde und Penelope und Anastasia hereinstürzten. Was willst du uns sagen? fragte Penelope. Ich bin mir nicht sicher, antwortete Dottie. Wo sind Henry und Henrietta denn hingegangen? fragte Anastasia. Das ist es ja, was euer Vater herausfinden will. Vierzehntes Kapitel Ich war etwa in deinem Alter, Penelope, als ich eines Tages von der Schule nach Hause ging. Der Sommer war fast zu Ende und die Schule hatte gerade wieder begonnen. Damals wohnten noch mehr Leute in Henry und sie alle liebten Baseball. Es gab viele, viele Jungen, die Baseball spielten. Jede Mannschaft hatte ihr eigenes Spielfeld, das sie von einem Farmer zur Verfügung gestellt bekam. Eins dieser Felder lag gleich neben unserem Haus. Als ich an jenem Tag nach Hause kam, stand mein Vater auf dem Hof und sah einem Spiel zu. Neben ihm stand ein Junge. Ich wollte den Jungen nicht unbedingt kennenlernen, darum schlich ich mich zur Hintertür und ging ins Haus. Der Junge blieb zum Essen, aber er sprach kein Wort mit mir. Er war älter als ich, mager und geheimnisvoll, hatte aber ein strahlendes Lächeln und wundervolle Augen. Eure Tante Ursula hat die ganze Zeit mit ihm geflirtet. Daddy hat uns in einem Fort erzählt, was für ein guter Schlagmann der Junge war. Er trug einen Ring und seinem Daumen ein riesiges silbernes Ding, mit dem die Leute früher Wachs gesiegelt haben. Drei Seesterne waren darauf und Ursula muss ihn mindestens ein Dutzend Mal gebeten haben, ihn genauer betrachten zu dürfen. Als ich am nächsten Tag nach Hause kam, sah ich denselben Jungen im Park Baseball spielen. Er war wirklich ein guter Schlagmann. Am Tag darauf traf ich ihn in der Schule. Alles sprach nur noch von ihm, auch die Erwachsenen, wobei es immer nur um Baseball ging und darum, was für ein Glücksfall er für die Highschool von Henry wäre. Ein altes Ehepaar, die Willis, nahmen ihn zu sich. Wie bitte? fragte Penelope. Wirklich? Dotti lächelte. Es verging fast ein Jahr, bevor ich zum ersten Mal mit ihm gesprochen habe. Ich war wieder auf dem Heimweg und er holte mich ein. Er sagte, er bräuchte meine Hilfe, um zurück nach Hause zu kommen. Er stammte aus einer Stadt an einem anderen Ort, wo kein Baseball gespielt wurde und er musste zurück. Die Jungen aus seiner Familie wurden immer für ein Jahr fortgeschickt, um Abenteuer zu erleben und Erfahrungen zu sammeln, bevor sie ihren Platz in der Stadt, aus der er stammte, einnehmen konnten. Zwei seiner Brüder waren in den Krieg gezogen und getötet worden. Sein Abenteuer aber war ein ganz anderes. Mein Vater war oft in seiner Stadt gewesen. Er war dort immer nur in ihre Bibliothek gegangen und zunächst hatte sich niemand darüber Gedanken gemacht, aber dann begannen Bücher zu verschwinden, die offenbar bedeutsam waren. Dein Großvater wurde davon gejagt und der Junge sollte ihm folgen. Er blieb meinem Vater auf der Spur. Aus der Stadt hinaus und die Straße entlang, über Berge und durch Wälder und schließlich zu einem versteckten Hochtal. In diesem Tal, überwachsen von Dickicht und Kletterpflanzen, standen die Ruinen eines alten Tempels. Der Junge beobachtete meinen Vater aus einiger Entfernung. Er sah zu, wie er an eine Öffnung in der verfallenen Mauer herantrat und hindurchschritt. Dann war er verschwunden. Der Junge wartete eine Weile, doch schließlich folgte er ihm. Und als er durch die Öffnung trat, drückte ihn etwas mit der Brust zu Boden und er kroch im Schlafzimmer meiner Eltern hervor. So schnell er konnte, verließ er das Zimmer und traf meinen Vater vor der Haustür an, wo er gerade saß und Limonade trank. Mein Vater erkannte den Jungen wieder und der Junge fragte ihn, ob er ein Zauberer sei und ob er die Bücher aus der Bibliothek gestohlen hätte. Mein Vater lachte und erklärte ihm, dass er nur ein Entdecker sei und nahm ihn mit auf den Hof, um ihm Baseball beizubringen. Auf diese Weise wurde sein Abenteuerjahr zu einem Baseballjahr in Henry. Großvater war ein Magier? fragte Anastasia. Nein, das war er nicht, aber er hatte etwas Magisches entdeckt. Der Junge erzählte mir, dass euer Großvater eine Pforte in seinem Zimmer hatte, die ihn an verschiedene Orte führte und dass er einen Weg finden musste, wie er durch sie in seine Stadt zurückgelangen konnte. Euer Großvater hatte ihm gesagt, dass dies nicht mehr möglich sei. Die verfallene Mauer auf der anderen Seite sei eingestürzt und der Durchgang verschlossen. Der Junge glaubte meinem Vater aber nicht und er wollte nun, dass ich ihm half. Als meine Eltern eines Abends auswärts essen gegangen waren und Ursula bei einer Freundin war, kam er zu mir und wir gingen ins Schlafzimmer und sahen uns das Fach an. Es führte nirgends hin. Darum nahm ich ihn in das kleine Bürokämmerchen mit, das sich mein Vater auf dem Dachboden eingerichtet hatte, dort, wo Henry jetzt schläft. Die beiden Türen waren abgeschlossen und ich sah zu, wie der Junge sie aufbrach. Dann gingen wir zusammen in Daddys Kammer und sahen alle die Fächer und auch die Bücher, die euer Großvater mitgenommen hatte. Und es gab Notizen, auf denen die Fächer Namen hatten und auf denen erklärt war, wie die kleinen Pforten funktionierten. Dottie machte eine Pause. Der Junge erkannte keinen der Namen wieder. Darum öffneten wir die Pforten, eine nach der anderen, gingen hinüber und kehrten wieder zurück. Das taten wir so lange, bis wir an einen, einen sehr unfreundlichen Ort kamen, wo uns jemand festhalten wollte. Aber euer Großvater kam uns zu Hilfe und es gelang ihm, uns herauszuholen und die Pforte hinter uns zu verschließen. Er war sehr ärgerlich und sagte, dass er ja versuchte, einen Weg zurückzufinden und dass er dem Jungen helfen würde, sobald er einen gefunden hätte. Euer Großvater hat aber seinen Lebtag lang keinen Weg zurückgefunden. Zumindest hat er das behauptet. Am Ende hat er die Fächer nicht mehr benutzt. Dinge aus der anderen Welt hatten begonnen, herüberzukommen, sowohl auf den Dachboden als auch in sein Zimmer. Unerfreuliche Dinge. Eines Tages hatte er dann die Kammer auf dem Dachboden nicht mehr abgeschlossen und als ich hinauf sah, waren die Fächer komplett verschwunden. Er hatte sie alle unter Putz gelegt. Auf diese Weise blieb der Junge eine ganze Weile in Henry und spielte weiter Baseball, weil er nicht mehr zurückkehren konnte. Im oberen Stockwerk tauschte Frank seine Pyjama-Hose gegen eine alte grüne Hose mit Taschen an den Beinen. Er öffnete die oberste Schublade einer alten weißen Kommode und wühlte mit der Hand durch die Wäschestapel, bevor er ein Fartenmesser hervorholte. Er hatte dieses Messer bekommen, als er noch sehr jung gewesen war und es war das einzige Messer im Haus, das er nie geschärft hatte. Frank befestigte das Futteral an seinem Gürtel und schnappte sich eine alte blaue Baseballkappe mit einem gestickten Haar auf der Vorderseite. Auf dem Flur ließ er sich in die Hocke sinken, federte ein paar Mal, sprang dann wieder auf und beugte seinen Oberkörper vor und zurück. Dabei atmete er tief ein. »Francis«, sagte eine Stimme hinter ihm, »du bist sehr groß geworden.« Frank wirbelte herum. Am Fuß der Dachbodentreppe stand eine Frau, nicht allzu groß, aber sehr schön. Sie hielt eine räudige Katze auf dem Arm. Die Katze sah Frank an, aber die blassen Augen der Frau sahen durch Frank hindurch. Sie lächelte und ihre samtige, olivfarbene Haut strahlte. Ihr Haar, das schwarz war wie Ebenholz, schimmerte, wenn sie sich bewegte. »Wo ist der Junge?« fragte sie. »In seinem Bett schläft ein anderer.« Sie streichelte ihre Katze, einer, der wenig Kraft besitzt. Franks Hals war wie zugeschnürt. »Welcher Junge?« Die Frau trat näher. Ihre Stimme klang wie ein eisiger Hauch. »Der Junge, der neben meinem Käfig wohnt, der mich aus der zermürbenden Dunkelheit erweckt hat, der Traumwandler, der Bettelsohn. Ich habe seinen Blut gekostet. Was für Blut!« Franks Hand glitt an seinen Gürtel. »Ich könnte die Namen seiner Stammväter durch zwei Jahrhunderte hindurch nennen. Du hast mir einen schönen Köder ausgelegt, Francis, fünfter Sohn Amrahms. Ein Bluterbe mit genügend Kraft, genügend Leben, um Hoffnung in einer ausgemergelten Königin zu wecken. Wo ist der Junge?« Die Frau kam näher. Frank wollte schreien und seine Frau warnen, aber er brachte keinen Laut hervor. Der leichte, eisige Hauch ihrer Stimme strich über sein Gesicht. »Deine Augen verraten dich, Francis.« Sie stand jetzt vor ihm. »Du willst ihn warnen?« »Dann kann er nicht weit sein.« Mit einem Sprung nach vorn zückte Frank seine Klinge, eine Klinge, die älter war als Kansas, älter als die Magie jenseits der Pforte, so alt wie das Böse, dem er gegenüberstand. Worte aus einer anderen Zeit stiegen in ihm auf und befreiten seine Zunge. »Und ich dachte, der Junge sei dead,« sagte Penelope. »Hast du ihn nicht geheiratet? Warum hast du gesagt, er sei nur eine Weile geblieben?« »Ich habe den Jungen geheiratet. Es ist euer Daddy. Aber vorher hatte Henry noch mal verlassen. Er ist auf ein College in Cleveland gegangen und hat dort Literatur studiert. Und nach einem Jahr bin ich ihm gefolgt. »Und wie ging es dann weiter?« wollte Anastasia wissen. Henry hat die Fächer auf dem Dachboden freigelegt und er und Henrietta sind durch die Pforte im Schlafzimmer gekrochen. Euer Vater sucht sie jetzt. »Aber weiß er denn, wo sie sind?« fragte Anastasia. Sie erhielt keine Antwort. Die Stimme ihres Vaters ertönte plötzlich so laut, dass die alten Fenster klirrten. Fünfzehntes Kapitel Henry erreichte in dem Moment die Tür, als die Musik zu spielen begann und er blinzelte überrascht. Er sah, was Henrietta gesehen hatte. »Wer ist da?« Das war die Stimme eines Mädchens. Bei all dem Lärm hätte er sie fast nicht gehört. Henry rutschte ein Stück nach vorn und streckte seinen Kopf in den Saal hinaus. Augenblicklich wurde alles dunkel. Er blinzelte erneut, wartete darauf, dass seine Augen sich anpassten. Durch das löchrige Dach fiel ein wenig Mondlicht. Henry rutschte zurück in das Fach. Das Gelächter, die Musik, das Licht und das Scharren tanzender Füße, alles war sofort wieder da. Er blinzelte und rutschte wieder nach vorn. Dunkelheit. »Wer ist da?« fragte die Stimme erneut. Sie war jetzt der einzige Laut und hallte von den Wänden zurück und erfüllte den gesamten riesigen Saal. »Henrietta? Bist du das?« Henrietta lachte. »Henri! Ich bin genau auf der anderen Seite. Das Parkett ist total verfault, darum hänge ich jetzt hier im Dunkeln fest. Hast du eine Taschenlampe?« »Nein!« Er rutschte hinaus und landete auf dem Boden. Er betrachtete den verwüsteten Saal. Ein paar Sterne konnte er erkennen und die Fenster. »Wo bist du denn genau?« »Unter der Empore!« »Und wo ist die Empore? Ich kann nur Fenster sehen.« »Dann versuche ich, zu dir zu kommen!« sagte Henrietta. »Du musst nur weiter Geräusche von dir geben!« Henry setzte sich und lehnte sich mit dem Rücken an den Wandschrank. »Wie konntest du nur einfach irgendwo reinkriechen? Ich hatte keinen Schimmer, welches Fach es gewesen sein könnte.« Das Geräusch berstenden Holzes halte durch den Saal, gefolgt vom Poltern, mit dem es in das untere Stockwerk fiel. »Ist dir was passiert?« fragte Henry. »Alles klar«, antwortete Henrietta. »Du hattest recht. Es war kein Traum. Da war dieser kleine Mann in Großvaters Zimmer. Ich bin ihm gefolgt. Und ich bin froh, dass du gekommen bist. Hier wurde es allmählich etwas unheimlich. Eli sagt, hier ist alles in einer Nacht zerstört worden. Das ist die Nacht, die du von der Innenseite des Fachshaus sehen kannst. Und jetzt spukt es hier.« Mit einem Mal durchzuckte ein Lichtstrahl den Saal. Henry schrie auf und fiel zur Seite. »Ist was?« fragte Henrietta. Henry rappelte sich auf und bedeckte die Augen mit der Hand. Die drei riesigen Kronleuchter, die er bei dem Ball hatte leuchten sehen, hingen in vollem Licht von der Decke herab. Der Saal selbst war aber immer noch komplett verwüstet. Für zwei der drei Kronleuchter gab es nicht mal mehr eine Decke, die sie hielt. Henrietta hatte den Raum auf allen Vieren so gut wie durchquert. Sie streckte eine Hand aus und tastete den Boden nach Löchern ab. Dann rutschte sie vorsichtig ein Stück vor und wiederholte die Prozedur. »Henrietta!« fragte Henry. »Ja! Kannst du was sehen?« Sie lachte. »Ich dachte, meine Augen würden sich daran geföhnen, aber es ist wirklich stockfinster.« »Ich kann dich sehen!« sagte Henry. »Ich kann überhaupt alles sehen!« »Die Kerzen auf den großen Kronleuchtern sind angezündet!« Henrietta hielt inne. Sie war vielleicht zwanzig Meter von Henry entfernt. Ihre Augen waren weit geöffnet und sie wandte ihren Kopf. »Ich komme dich holen! Bleib, wo du bist!« »So, jetzt kann ich dich auch halbwegs erkennen!« sagte sie. Henry sah sich um, denn er suchte nach einem einfacheren Weg zurück. Dann hörte er etwas. Ein paar Töne wie von einer Geige. Ein Lachen. Hinter ihm raschelte etwas. Henry fuhr herum. Er konnte gerade noch eine dunkelhaarige Frau erkennen, kleiner als er selbst und in einem leuchtend-orangefarbenen Gewand. Sie wirbelte mit ausgestreckten Armen an ihm vorbei, als umarmte sie einen unsichtbaren Partner. Ihre Augen waren geschlossen und sie lachte. Immer mehr Leute tauchten auf. Die meisten tanzten allein, einige aber auch zu Paaren. Die Musik erklang nur hier und da in kurzen Phrasen. Doch die Leute tanzten trotzdem und erfüllten die Stille des Saals mit dem Rascheln ihrer Kleider. »Ist da was?« fragte Henrietta. »Da tanzen Leute«, flüsterte Henry. Er schauderte. »Komm, ich will hier weg.« »Sie tun mir leid«, sagte Henrietta. Ein- oder zweimal stießen sie mit einem zusammen. Henry hatte eigentlich erwartet, geradewegs durch sie hindurchtreten zu können, aber so war es nicht. Er fühlte den Zusammenstoß, wenn auch nur leicht, und der Tänzer oder das Tanzpaar drehte sich wieder weiter. Jemand sagte sogar »Pardon«. All das sah Henrietta nicht. Als nur noch ein Drittel des Weges bis zum Bandschrank fehlte, war der Tanzsaal geradezu überfüllt und Zusammenstöße ließen sich kaum mehr vermeiden. Henry breitete die Arme aus und die Tänzer drehten sich zu den Seiten hinweg. »Ist das der Wind?« fragte Henrietta. »Ja«, antwortete Henry. »Es weht ein bisschen.« Er führte Henrietta gerade vor sich her, als plötzlich die beiden Türen am Ende des Saales aufsprangen. Henrietta klammerte sich an Henry. »Was war das?« flüsterte sie. »Was siehst du?« Henry antwortete nicht. Er und die Mehrzahl der Tänzer standen wie erstarrt und sahen gebannt auf die Türen. Eine große Gestalt, in einen Wolfspelz gehüllt und mit einem schlanken Stab, der seinen Träger überragte, betrat den Saal. Am Ende des Stabs wuchs eine lange, schmale Spitze aus einer mörderischen Doppelklinge. Kräftige Männer, doch keiner so groß wie der im Wolfspelz betraten und den Saal. Dann begann das Schreien. Henrietta löste sich aus Henrys Griff und hielt sich die Ohren zu. Henry fühlte die bekannte Übelkeit in sich aufsteigen. Einige der Männer hielten hagere Wölfe an Ketten und auf ein Zeichen des Anführers hin ließen sie die knurrenden Tiere frei und hetzten sie auf die Menge. Einige Tänzer wurden von den Wölfen angefallen, vor allem aber wurden sie von den Tieren in der Mitte des Saals zusammengetrieben. Einzelne Gestalten tanzten allerdings noch einsam vor sich hin und entweder sahen die Wölfe sie nicht oder sie waren für sie unantastbar. Henrietta schluchzte, als Henry sie in Richtung des Wandschranks dirigierte und während er zugleich auf seine Füße und den Boden um sie herum achtete, sah er einen Mann vor einem Wolf flüchten. Der Mann war groß, nicht so klein wie die anderen Leute und er lief auf den Wandschrank zu. Er sah über seine Schulter und Henry blinzelte. Der Mann hatte das Gesicht seiner Mutter. Er riss die Tür des Wandschranks auf und der Wolf schnappte nach seinen Füßen, während der Mann in das Fach stieg. Sobald der Mann verschwunden war, drehte sich der Wolf noch immer knurrend um und ließ seine Augen durch den gesamten Saal wandern. An Henry blieb sein Blick hängen. Ruhe! Die Stimme des Anführers erhob sich über den Lärm. Seine Männer pfiffen und aus allen Ecken des Saales kamen die Wölfe zu ihnen zurück. Auch der Wolf, der Henry gegenüberstand. Ruhe! Die Stimme des Anführers klang wie Donner. Dieses Mal unterstrich er seine Worte durch eine Geste mit seinem Stab und die großen Fenster zersprangen in tausend Scherben und ließen Glassplitter auf die Menge herabregnen. Ihr habt die Hexenkönigin durch eure Unterpfande lang genug von euch ferngehalten. Aber Nymiane sieht, dass eure Unterpfande nun verschwunden sind und euch wird es ebenso ergehen. Wir sind die Hexenhunde und sie füttert uns gut. Henry wollte nicht hinhören. Er wollte auch nicht hinsehen. Er stieß Henrietta zur Wand und verfrachtete sie dann in das Fach. Mach die Augen zu und kriecht durch. Henrietta schlängelte sich hinein, aber ihre Füße wollten nicht verschwinden. Es geht nicht auf, rief sie Henry zu. Henry quetschte sich neben sie. Rutsch zur Seite, soweit du kannst. Wenn ich fast durch bin, hältst du dich an meinen Beinen fest und kommst mit geschlossenen Augen hinter mir her. Henry reckte sich, griff nach dem Seil und versuchte, sich voranzuziehen. Doch das Seil flog ihm entgegen. Das Ende war säuberlich abgeschnitten. Während die Wölfe heulten und das Glas zersprang, während die Menschen schrien und die Männer lachten, kauerten die beiden Kinder im Schrank. Dottie sprang auf und lief zur Treppe. Penelope und Anastasia folgten ihr. Großvaters Zimmertür stand noch immer offen, aber sonst schien alles in Ordnung zu sein. Dottie blickte zurück auf die beiden Mädchen. Ihr beiden bleibt, wo ihr seid, zischte sie. Vorsichtig ging sie über den Flur zu Großvaters halb offener Tür. Zuerst erblickte sie Blake und dann sah sie Franks Füße. Er lag flach auf dem Rücken. Dottie trat näher und versetzte der Tür einen Schubs. Langsam schwang sie auf, sodass Dottie Franks Gesicht sehen konnte. Seine Augen waren geschlossen. Einen Arm hatte er ausgestreckt, der andere lag angewinkelt über seiner Hüfte und seine Hand umklammerte sein Messer. Die Klinge war rot verschmiert. Mit einem Keuchen stieß Dottie die Tür ganz auf und lief zu ihm. Sie fiel auf die Knie, berührte seinen Hals und fühlte seinen Puls. Dorothy, sagte eine Stimme. Dottie wirbelte herum und wurde blass. Die Hexe streichelte ihre Katze und starrte über Dotties Kopfen weg. Sie lächelte. »Mom?« klang Anastasias Stimme über den Flur. »Psst!« machte Penelope. Dottie wollte schreien, aber ihre Zunge war wie gelähmt. Die Hexe lachte. »Ha, ha, 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 ha!« »Sie können dich nicht hören!« »Köch, köch, köch!« Sie hustete. Mit jedem Keuchen veränderte sich ihr Aussehen und Dottie warf einen flüchtigen Blick auf das, was sie schon im Vorhinein erkannt hatte. Die schrumpelige Gestalt einer kleinen, blinden, alten. Dottie versuchte, sich aufzurappeln, landete aber nur unsanft auf dem Boden. Erneut versuchte sie aufzustehen, aber ein Gestank wie von faulen Eiern umgab sie und raubte ihr den Atem. Halb aufgerichtet taumelte sie, ihre Knie gaben nach und ihre Arme wurden taub. »Lauft!« flüsterte sie. »Mom?« fragte Anastasia noch einmal. Benelope biss sich auf die Lippen. Eine Frau, wie sie noch nie eine gesehen hatten, trat aus der Tür. Sie lächelte traurig und trug eine Katze auf dem Arm. Die Frau war warm angezogen, wie im Winter, mit einem grauen Mantel. Ihr Hals aber war nackt. Es war ein sehr langer Hals und sehr dünn. Das Gesicht darüber war ebenso vornehm wie zart, die olivfarbene Haut makellos und strahlend. Sie war wunderschön, hatte hohe Wangenknochen und eine lange Nase. »Kinder«, sagte sie sanft, »euer Vater ist ein wenig außer Atem, aber eure Mutter kümmert sich um ihn.« Benelope schluckte. »Wer sind Sie?« »Mein Name ist Nymiane. Ich bin eine Freundin eures Vaters von einem anderen Ort. Er hat mich um meine Hilfe gebeten. Das ist jetzt sehr wichtig.« »Da war ein Junge. Wisst ihr, wo er ist?« »Henry?« fragte Anastasia. »Der ist irgendwo in den Fächern.« »Können wir zu unseren Eltern?« fragte Benelope. »Schon sehr bald«, antwortete Nymiane. »Zeigt mir aber zuerst dieser Fächer.« »Mom«, rief Penelope. »Könnt ihr kommen?« »Wir müssen Ihnen einen Augenblick Ruhe gönnen«, sagte Nymiane. »Ihre Katze sieht krank aus«, bemerkte Anastasia. »Ja, meine Katze ist schon lange krank, aber ich erhalte sie am Leben.« Anastasia sah der Katze in die Augen, dann in das makellose Gesicht der Frau. »Was ist denn mit Ihren Augen? Warum sehen Sie uns nicht an?« »Meine Augen sind in Ordnung«, sagte Nymiane, und ihre Stimme klang plötzlich barsch. Sie wurde aber schnell wieder sanft. »Ich verfüge über ein wenig Zauberkraft und muss nicht immer ganz genau hingucken, um sehen zu können. Also, könnt ihr mir jetzt bitte diese Fächer zeigen? Ich möchte euch gerne ein paar Fragen dazu stellen.« Penelope rührte sich nicht. »Wir bleiben hier unten.« »Euer Vater hat um Eile gebeten«, sagte die Frau. »Komm schon«, drängte Anastasia. »Mom«, rief Penelope. »Wir gehen auf den Dachboden, sind aber gleich wieder da.« Anastasia stand schon am Kopf der Treppe. Nymiane wartete ab, dass Penelope vor ihr hinaufging. Als Nymiane die Treppe betrat, hielt sie die Katze möglichst in Bodennähe, und ihre Schritte waren unsicher. »Oh, Richard«, sagte Anastasia, »er schläft noch immer.« Die Hexe folgte ihr ins Zimmer. »Wer ist Richard?« Penelope sah Richards Gesicht. Es war grau, auf seiner Stirn prangte ein violetter Fleck. »Er sieht nicht aus, als ob er schläft«, stellte sie fest. »Fehlt ihm was?« Sie legte ihre Hand auf seine Wange. »Er ist eiskalt.« »Er schläft eben tief«, sagte die Frau. Penelope legte ihre Finger an Richards Hals. »Sein Puls ist nur noch ganz schwach.« Nymiane hob den Kopf und schnüffelte. »Sind dies alle Pforten?« »Was ist denn los mit Richard?« fragte Anastasia. Die Frau fuhr heftig zu ihr herum, fasste sich dann aber. Sie streckte ihren schlanken Arm aus und berührte Richard. »Da«, sagte Penelope. »Jetzt schlägt sein Herz schneller.« Nymiane wandte sich wieder den Fächern zu. »Diese Fächer. Wie benutzt man sie?« »Ich hab gedacht, sie kommen selbst aus einem«, entgegnete Anastasia. »Ja, ich habe den Zugang gefunden. Es war sehr eng, aber ich habe mich in die Dunkelheit begeben, um die Ältesten zu befragen. Und es war mein eigener Vater, der mir erklärt hat, wie man die engen Wege beschreitet. Auf diese Weise bin ich gekommen und auf diese Weise werde ich wieder gehen. Aber der junge Henry muss einen anderen Weg genommen haben. Über solche Magie verfügt er nicht.« »Wir wissen nicht, wie es funktioniert«, sagte Penelope. »Mom hat uns nur gesagt, dass Henry und Henrietta irgendwo da drinstecken.« »Ich glaube, man muss an den Knöpfen des mittleren Fachs drehen«, meinte Anastasia. Hinter dem Rücken der Hexe runzelte Penelope energisch die Stirn und schüttelte den Kopf. »Und weiter?« fragte die Hexe. »Das ist schon alles«, sagte Anastasia. »Nimiane packte die Katze auf ihrem Arm ein wenig anders, streckte dann ihre Hand aus und fuhr damit über die Fächer.« »Kindisch, so plump. Bist du hinter einer dieser Türen, Bettelsohn? Das Blut Mordecais in einem Fach versteckt.« Sie hob die Hand und sprach ein seltsames, hartes Wort aus. »Sämtliche Fächer flogen auf und in Anastasias Ohren gab es einen dumpfen Knall.« Penelope packte Anastasias Handgelenk und zerrte sie aus dem Zimmer. Ein bisschen zu schnell erreichten sie den Kopf der Treppe und rutschten den größten Teil der Stufen auf dem Hintern hinab. »Kinder!« schrie Nimiane, aber sie waren schon auf dem Flur im ersten Stockwerk. Doch die schwarze Katze war plötzlich zwischen ihnen. »Mam!« schrie Penelope. Die Mädchen stürzten in Großvaters Zimmer. Die Katze war noch immer bei ihnen. Anastasia stieß gegen das Bett und Penelope stürzte. Blake erhob sich von seinem Platz neben Dottis Kopf. Er fauchte und knurrte die räudige Katze drohend an. Dottie lag zusammengekrümmt neben Frank. Ihre Haut war blass und ihre Lippen blau. »Mam!« hauchte Anastasia. »Penelope, sind Sie tot?« Die schwarze Katze zog sich auf den Flur zurück. Blake folgte ihr. Anastasia rannte zur Tür. »Blake, komm hierher!« Anastasia rannte hinaus und packte Blake am Nackenfell. Dann lief sie zurück und warf die Tür hinter sich zu. Sie steckte ihre Finger in das Loch der Klinke und zog. Die Tür war geschlossen. Penelope legte ihre Finger an den Hals ihrer Mutter. Einen Augenblick später machte sie dasselbe bei ihrem Vater. »Huch, sie leben!« stellte sie fest. »Hörst du etwas?« Anastasia presste ihr Ohr an die Tür. Penelope rollte Dottie auf den Rücken. Ihre Augen waren geöffnet, aber ihre Pupillen waren nur noch kleine Punkte. »Nein!« flüsterte Anastasia. Dann machte sie einen Satz zurück, stolperte über Franks Fuß und fiel hin. Die Tür erzitterte in ihrem Rahmen. Sechzehntes Kapitel Zacky trabte vor sich hin. Er trug seinen Baseballhandschuh auf dem Kopf und in der linken Hand seinen Holzschläger. Mit der rechten warf er einen Baseball in die Luft. Er ließ ihn auf den Schläger fallen, schlug ihn noch einmal hoch und fing ihn wieder. Er war auf dem Weg zu Frank und Dottie, um Henry zu besuchen. Vor der Treppe der Haustür blieb er stehen. Drinnen hörte er das Telefon klingeln, er öffnete die Fliegengittertür und klopfte an. Dann öffnete er die Haustür. Henry, Mrs. Willis? Das Telefon klingelte weiter. Zacky trat ein und sah sich um. Mrs. Willis? Eine schwarze Katze kam die Treppe heruntergelaufen und blieb auf der drittuntersten Stufe stehen. Zacky rief noch einmal, dieses Mal lauter. Mrs. Willis? Das Telefon hörte auf zu klingeln und Zacky hörte ein Geräusch aus dem oberen Stockwerk. Er trat auf die unterste Treppenstufe und lauschte. Die Katze rührte sich nicht vom Fleck. Wie bitte? Er hatte das Gefühl gehabt, eines der Mädchenrufen gehört zu haben. Er bückte sich, um die Katze am Ohr zu kraulen, aber da entdeckte er eine große kahle Stelle und eine eiternde Wunde auf ihrem Rücken, die sich bis auf die Brust hinunterzog. Ach, ich glaube nicht, dass du hierher gehörst, sagte er. Mrs. Willis würde dich bestimmt zu einem Tierarzt bringen, wenn wir hier einen hätten. Aber ich bin nicht so nett wie sie. Die Katze öffnete das Maul und fauchte ihn an. Zacky trat einen Schritt zurück, schob dann aber seinen Schläger über die Katze hinweg und gab ihr einen Klaps aufs Hinterteil. Verpiss dich, sagte er und versetzte ihr einen weiteren Klaps. Die Katze wollte die Treppe hinauflaufen, aber Zacky brachte sie mit seinem Schläger zu Fall und schob das zappelnde Vieh auf dem Bauch die Treppe hinab. Unten rollte sich die Katze schnell auf die Füße und wollte an ihm vorbeischießen, aber Zacky trieb sie mit den Füßen und seinem Schläger Richtung Haustür. Dann beugte er sich über sie, stieß die Fliegengittertür auf und setzte die Katze mit einem weiteren Fußtritt an die Luft. Die Fliegengittertür fiel zu, während die Katze erneut auf das Haus zusprang. Zacky hatte erwartet, dass sie abhauen würde. Stattdessen aber stellte sie sich nun auf die Hinterbeine, krallte sich in das Fliegengitter und fauchte ihn wütend an. Hallo? rief er die Treppe hinauf. Kann ich raufkommen? Jetzt hörte er wirklich irgendwo eine Stimme, gedämpft, aber viel deutlicher als zuvor. Komm nicht herauf! Penny, bist du das? fragte Zacky, aber jetzt begann das Telefon erneut zu klingeln. Ich kann ja warten! Dann setzte er sich auf die unterste Treppenstufe und lauschte dem Klingel des Telefons. Als das Klingeln aufhörte, stand er wieder auf und sah die Treppe hinauf. Ich komme jetzt hoch! rief er. Und dann gehe ich gleich durch zu Henrys Zimmer. Tu das nicht! Das war Anastasia. Ist Henry nicht da? Nein, ist er nicht! Das war Penelopes Stimme. Anastasia? Ja? Ist eure Mutter irgendwo? Sie ist auch hier oben. Ist alles okay bei euch? Anastasia antwortete nicht und Penelope auch nicht. Dann schrie plötzlich eine von ihnen. Zacky schoss die Treppe hinauf nach oben. Penelope und Anastasia hockten neben ihren Eltern auf den Boden. Dottis Atem ging rasselnd. Frank atmete leicht, aber auf dem Teppich neben ihm bildete sich ein See aus Blut. An der Tür rüttelte und donnerte es wieder. Ihr seid recht jung, um zu wissen, wie man eine Tür so gut schließt. Anastasia schließt zur Tür und legte ihre Augen an das kleine Loch. Sie blickte hindurch und sah direkt in die Augen der schwarzen Katze. Die Frau hielt sie an die Tür. Sie lachte. Ich kenne euer Blut, aber es ist nicht stark genug für diese Art von Magie. Ich habe eure Schwester getroffen und sie war schwach. Ist sie bei dem jungen Henry? Anastasia öffnete den Mund und wollte antworten, aber Penelope kniff sie und legte den Finger auf ihre Lippen. Ihr müsst mir nicht antworten, sagte die Hexe barsch. Henrys Blut ist stärker. Eine Winzigkeit seines Lebens hat mir so viel gegeben. Die Tür wackelte und der Putz an der Wand bekam Risse. Und ich kenne eure Mutter. Ich habe sie kennengelernt, bevor sie alt und fett wurde. In euren Adern fließt ihr schwaches Blut. Francis war kühner. Wir werden sehen, ob sie aufwacht oder ob der Schlaf sie behält. Ich erinnere mich an euren Großvater. Ich habe sogar für kurze Zeit den Großvater eurer Mutter gekannt. Es ist lange her, dass eure Familie die Ruhe meiner Mutter in der kühlen Dunkelheit gestört hat. Aber es ist und bleibt eure Familie. Ich dachte, der Weg sei verschollen. Aber dann wurde ich gestört. Wo ist der junge Henry, der auf mich eingestochen hat? Ich rieche ihn nicht. Sie schwieg plötzlich. Unten konnten die Mädchen das Telefon klingeln hören. Anastasia legte wieder ihre Augen an das Loch. Sie sah, wie die Frau sich bückte und die Katze auf den Boden setzte. Sie weiß nicht, was ein Telefon ist, flüsterte Anastasia Penelope zu. Und jetzt hat sie die Katze nach unten geschickt, um es herauszufinden. Dann hustete die Frau und Anastasia sah ihr Gesicht. Sie besaß. Keine Augen. Wo ihre Augen hätten sein sollen, hatte sie entzündete Wunden. Um die Wunden herum waren tiefe Kratzspuren von Nägeln zu sehen. Ihr Kopf war so gut wie kahl geschoren, doch ihre Haarstoppel waren schwarz. Anastasia hörte, wie die Haustür geöffnet wurde und die Fliegengittertür zufiel. Jemand rief. Das ist Säcki, flüsterte Penelope. Er darf auf keinen Fall heraufkommen. Bleib unten, schrie Penelope. Er hat dich nicht gehört. Komm nicht, schrie Penelope. 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 Meinst du, sie hat gelogen, als sie gesagt hat, dass Mom vielleicht nicht mehr aufwacht? Die Mädchen sahen zu Dottie, die auf dem Rücken lag und langsam und schwer atmete. Blake saß auf ihrem Bauch. Ich glaube, Mom wird sich wieder erholen. Nur bei Dad bin ich mir nicht sicher. Er verliert so viel Blut, auch aus dem Mund. Und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Dann hörten sie wieder Säcki. Irgendwo fauchte die Katze. Blake ging zur Tür und Anastasia stand auf und drückte ihr Ohr daran. Doch schnell zuckte sie zurück. Die Tür ist ganz heiß, flüsterte sie und bückte sich, um wieder durch das Loch zu sehen. Aber dieses Mal sah sie nichts. Das Loch war zugestopft. Penny rief noch einmal, während Anastasia sich nach etwas umsah, mit dem sie das Loch durchstoßen konnte. Penny, ich glaube, sie will die Tür abbrennen. Komm nicht herauf, schrie Penelope. Hör auf dir Sorgen, um Säcki zu machen. Wir müssen überlegen, was wir tun können. Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Weil du in ihn verknallt bist. Hör auf, Anastasia. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich komme jetzt hoch. Ich gehe gleich durch zu Henrys Zimmer. Du es nicht, rief Anastasia. Warum nicht? Ist Henry nicht da? Nein, ist er nicht, rief Penelope. Anastasia? Ja. Ist eure Mutter irgendwo? Sie ist auch hier oben, antwortete Anastasia. Alles okay bei euch, rief Säcki. Eine Frau stand auf dem Flur und lächelte ihn an. Sie hatte lange, schwarze Haare, die alles Licht auf sich zogen. Ihre hellen Augen waren vom schönsten Grau, Grün oder Blau, das er je gesehen hatte. Aber irgendetwas an ihnen war seltsam. Ich bin die Patin der Mädchen, sagte sie. Er hätte ihr ewig zuhören können. Und ich werde ein wenig hierbleiben. Säcki stieg eine Stufe weiter hinauf, aber ihre Augen folgten ihm nicht, jedenfalls nicht gleich. Warum haben sie nicht geantwortet? Ich habe die ganze Zeit gerufen. Tatsächlich? Sie sah wunderbar aus, aber er hatte das Gefühl, dass er sich nicht gern von ihr berühren lassen würde. Ich habe die Mädchen schreien gehört, darum bin ich heraufgekommen. Warum wollten sie, dass ich unten bleibe? Oh, sie wurden gebadet und die Katze hat sie erschreckt. Das leuchtete Säcki ganz und gar nicht ein. Ist Henry da? Ich suche ihn auch, denn ich habe etwas für ihn. Komm zu mir, dann gebe ich es dir. Säcki? Penelopes Stimme drang durch die Tür. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, antwortete Säcki. Ist die Hexe weg? fragte Anastasia. Säcki sah zur ramponierten Tür an Großvaters Zimmer. Eure Patin ist hier. Sie ist nicht unsere Patin, schrie Anastasia. Lauf, Säcki, schnell, sie ist deine Hexe. Mom und Richard hat sie schon verhext und Dad ist verletzt. Säcki ging eine Stufe zurück. Wieder nahm die Frau es nicht wahr. Sie wandte sich von der Schlafzimmertür ab und lächelte zu der Stelle, wo Säcki zuvor gestanden hatte. Wir haben heute schon alle möglichen Spiele gespielt, sagte sie. Ihr Lachen war außerordentlich reizend. Säcki mochte sich nicht trennen. Aber dann hustete sie und mit einem Mal sah Säcki es ganz deutlich. Das Haar der Frau war verschwunden und er konnte sich nicht erklären, was mit ihren Augen geschehen sein mochte. Dann lachte sie wieder und war wunderschön. Säcki lief schnell die restlichen Stufen hinauf auf den Flur. Er drückte sich mit dem Rücken an die Wand ihr gegenüber, gleich neben der Treppe zum Dachboden, hielt den Atem an und wartete. Seinen Schläger hielt er fest in der Hand. Die Frau lächelte noch ein wenig breiter, legte einen Finger auf die Lippen und blickte erneut zu der Stelle, wo Säcki vorher gestanden hatte. Kennst du zufällig? begann sie flüsternd. Ihre Nasenflügel bebten ein wenig. Dann drehte sie langsam ihren Kopf, sah zu Säcki und lächelte einen Punkt an der Wand an, unmittelbar neben seinem Kopf. Kennst du zufällig einen anderen Weg, wie man in dieses Zimmer kommt? flüsterte sie. Sie haben mich ausgesperrt. Ob Henry wohl helfen könnte? Wir könnten ihn zusammensuchen. Sie machte einen unsicheren Schritt auf Säcki zu, danach noch einen. Sie war schon viel zu nah bei ihm, aber er wartete noch immer ab. Einiges, sagte sie und lächelte immer noch, erfordert das Blut eines Jungen. Sie hielt ein kleines Messer. Säcki sprang auf die Dachbodentreppe und hinterrücks an ihr vorbei. Im Sprung rempelte er sie an und ihr Arm holte aus und schwang rundherum, aber sie war nicht schnell genug. Sie schnüffelte, bis sie ihn wieder vor sich hatte. Schuft, sagte sie. Meine Katze zu quälen, meine Augen. Ein Schnitt in den Finger ist alles, was ich brauche. Aber ich werde es nicht bei einem Schnitt bewenden lassen. Ich werde dich tief in die Dunkelheit verbannen, wo man sich nur von Feen ernährt. Dir wird genügend Leben bleiben, um es zu spüren. Säcki umfasste seinen Schläger mit beiden Händen. Dieses Mal wollte er zuschlagen. Er ließ es aber. Feen, sagte sie zu sich selbst. Mein Geist ist wohl so lange umhergeirrt, dass ich einen Bannspruch der Feen, der Fähren, übersehen habe. Sie ließ Säcki stehen und ging zurück zu Großvaters Tür. Henry schlug die Augen auf und spuckte Henriettas Haare aus. Wind strich über sein Gesicht. Dies war nicht mehr vorgekommen, seitdem die beiden in das Fach in Großvaters Zimmer gekrochen waren. Henrietta, die neben ihm lag, schlief noch und wälzte sich ein wenig herum. Es war nicht mehr ganz so dunkel wie zuvor, aber hell war es trotzdem noch nicht. Henry war vollkommen steif. Er stützte sich auf einen Ellbogen und drehte sich ein wenig weg, um an seinen gekrümmten Körper entlang sehen zu können. Seine Füße befanden sich noch vor der offenstehenden Fachtür. Durch sie sah er den zerstörten Saal, leer und verfallen und von Tageslicht erhellt. Aber das war nicht die Stelle, wo er den Wind gespürt hatte. Der war über seinen Kopf gestrichen am dunklen Ende des Fachs. Henry drehte sich zurück und streckte seine Hand aus. Sie verschwand vor seinen Augen. Er ließ seine Finger spielen und fühlte die Luft. Sie war kühler als die Luft im Wandschrank. Er rutschte ein Stück nach vorn und Henrietta stöhnte. Das Fach stand offen, aber nicht zu Großvaters Zimmer hin. Die Öffnung war kaum groß genug für seinen Kopf. Henrietta versetzte ihm im Schlaf einen Tritt. Er trat zurück und schob sich mit aller Kraft nach vorne. Seine Stirn und seine Augen tauchten in Licht. Es war sehr eng, trotzdem gelang es ihm, sich ein bisschen zu bewegen, gerade genug, um sein Bett zu erkennen. Sein Kopf lugte durch die Wand in sein Zimmer und er sah auf Richard hinab. »Hey, Richard!« rief Henry. »Wach auf, du Stoffel!« Richard rührte sich nicht. Alle Fächer, die Henry sehen konnte, standen offen. Alle. Die Türen unten am Boden konnte er nicht erkennen, aber er hatte ein deutliches Gefühl im Magen. Endor war offen. Er blickte noch einmal zu Richard hinunter. »Das stimmte etwas nicht.« »Richard!« rief er leise. »Anneby kommt! Schnell! Wach auf!« Richard bewegte eine Hand. Henry sammelte allen Speichel in seinem Mund zusammen, neigte seinen Kopf und spuckte. Ein paar Spritzer trafen Richards Kinn. Henry sammelte wieder Spucke und versuchte es erneut. Die Spucke landete auf Richards Stirn. Richard wälzte sich ein wenig und begann zu schnarchen. Henry spuckte noch mal. Die Spucke streute. Dafür landete aber alles in Richards Gesicht. »Richard!«, flehte Henry. »Wach auf!« »Bitte!« Richard schlug die Augen auf und sah Henry genau ins Gesicht. »Oh, ich fühle mich krank.« »Bring mich hier raus. Dann hole ich dir Medizin.« »Warum ist mein Gesicht so nass?« »Keine Ahnung. Jetzt steh auf und hilf mir hier raus.« Richard schloss wieder die Augen. »Nicht, Richard. Bleib wach. Ich habe Henrietta gefunden.« Richard setzte sich auf. »Was soll ich denn tun?« »Du musst die Kombination wieder auf dieses Fach einstellen. Dann kommen wir unten heraus.« »Ich kenne die Kombination aber nicht.« »Du warst doch dabei, als ich sie eingestellt habe. Warte, ich hole sie aus meinem Rucksack.« Henry rutschte den Weg zurück in den Saal und sah sich um. Dann zog er Großvaters Notizbuch hervor und studierte die Liste, bis er die Kombination wiedererkannte. Henrietta erwachte. »Was machst du?« »Ich bringe uns hier weg. Warte mal. Geh mal kurz raus, damit ich wieder rein kann.« Henrietta gehorchte. Henry kletterte zurück ins Fach. »Wach auf, Richard. Aufwachen!«, hörte sie ihn sagen. »Hier. Hier ist sie. Nein, nicht jetzt sofort. Sonst bin ich meinen Kopf los.« Henry schlüpfte aus dem Fach heraus, stellte sich neben Henrietta und lächelte. »Wir gehen jetzt,« sagte er. »Ich will diesen Ort niemals wiedersehen.« Henrietta schwieg. Henry kletterte als erster ins Fach. Und Henrietta folgte ihm, so dicht es ging. Die Hexe ließ ihre Finger über das Türblatt und den Rahmen gleiten. Säcki machte einen Schritt Richtung Treppe. »Ihr habt eure Tür von den Fähren verschließen lassen.« »Eine Kraft, so viel geringer als meine, dass ich sie beinahe übersehen hätte.« Ein einziges Wort verließ langsam polternd ihre Kehle. Die Tür flog auf und versetzte Anastasia einen solchen Stoß, dass sie über ihren Vater stolperte. Penelopes Mund öffnete sich, aber schreien konnte sie nicht. Henry kam ins Zimmer gekrochen und erstarrte. Die Hexe stand im Türrahmen und atmete tief. »Der Junge, Henry«, sagte sie und schnüffelte. Dann lächelte sie. »Dein Blut wird mit mehr Kraft durch meine Adern fließen.« Henrietta schob Henry von hinten weiter und erschien neben ihm. »Mom?« Sie beachtete die Hexe nicht und krabbelte schnurstracks zu ihrer Mutter. Dann fiel ihr Blick auf ihren Vater. »Ist er etwa tot?« schrie sie. »Penelope, ist er tot?« Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern rannte geradewegs auf die Hexe zu und sprang sie an. Die Hexe stolperte rückwärts und stieß ein Keuchen aus. Henry trat zwei Schritte nach vorn und warf sich ebenfalls gegen die Hexe. Zu dritt standen sie nun unter der Tür und kämpften. Mit aller Kraft schleuderte Henry seinen Kopf gegen die Hexe und schwenkte wie im Rausch die Fäuste. Er fühlte, wie zwei nichtmenschliche Hände seinen Hals zudrückten. Ein heftiger Schlag durchzuckte ihn und in einem gleißend hellen Moment barst sein Schädel und die Kraft wich ihm aus Körper und Geist. Penelope und Anastasia sahen, wie die Hexe einen Schritt zurücktrat und sich dabei mit der Ferse in dem Teppichnest verfing, das durch die Kettensäge entstanden war. Sie stürzte und Henry und Henrietta mit ihr. Zackys Schläger hatte seine Schulter schon verlassen. Seine Knie waren angewinkelt, seine Hüfte kreiste. Seine Arme streckten sich, der Eschenholzstab schwang nach vorn, schneller als je auf irgendeinem Spielfeld. Bevor die drei Körper den Boden berührten, pfiff Zackys Schläger durch Henrys Haar und traf die Hexe an der Schläfe. Es war still im Haus. Henrietta kämpfte sich unter Henry hervor und stand zitternd auf. Tränen flossen ihr über die Wangen. »Henry?«, fragte Zacky. Er ließ seinen Schläger fallen. Das Ende qualmte. »Henry!« Die Hexe lag reglos auf dem Boden, so wie sie wirklich aussah. Ein verschrumpelter Körper, ohne Augen und kahlköpfig. Henry lag auf ihr, Wange an Wange. Zacky packte ihn, zog ihn hoch und legte ihn im Schlafzimmer auf den Rücken. An seinem Kinn rauchte ein Spritzer Hexenblut. »Herr atmet!«, sagte Zacky. »Irgendetwas polterte die Dachbodentreppe herunter und purzelte auf den Flur. Zacky fuhr herum und griff nach seinem Schläger. »Wer ist das?« »Richard«, sagte Anastasia. »Hier ist die Treppe runtergefallen.« Draußen vor der Abstellkammer, an deren Tür sie gekratzt hatte, saß die schwarze Katze. Sie wusste nicht, dass sie versklavt gewesen war. Sie wusste nur, dass sie etwas trinken wollte. Sie wusste nicht, dass sie besessen gewesen war. Sie wusste nicht, dass die Vorgänge in ihrem Kopf nicht ihre gewesen waren, dass es eine Frau gegeben hatte, die die Welt durch ihre Augen gesehen hatte. All das wusste die Katze, die keinen Namen hatte, nicht. Sie drehte sich um, streckte ihren Rücken und lief auf die Wiese, um etwas zu trinken zu suchen und ein Plätzchen, wo sie sich hinlegen konnte. »Was sollen wir jetzt tun?«, fragte Anastasia. »Wir müssen die Polizei rufen«, sagte Penelope. »Aber doch nicht mit ihr hier«, sagte Henrietta. »Das können wir doch niemandem erklären.« »Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt läuft«, stellte Säcki fest. »Diese Frau wollte mich erstechen. Sie muss wirklich eine Hexe sein.« »Na, jetzt ist sie ja tot«, meinte Penelope. »Besser wäre es zwar, aber ich habe sie nur K.O. geschlagen«, antwortete Säcki. Die drei sahen auf die Gestalt, die mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden lag. Ihre Brust unter dem grauen Mantel hob und senkte sich langsam. »Wir sollten sie töten«, sagte Anastasia. »Was? Kommt überhaupt nicht in Frage«, Penelope war entsetzt. »Immerhin hat sie ein Messer und sie hat damit auf Dad eingestochen und auf Säcki wollte sie auch losgehen. Darum sollten wir sie auch einfach erstechen, in den Hals oder so.« »Wir können sie nicht töten«, sagte Penelope. »Säcki, sag Anastasia, dass das nicht geht.« Säcki betrachtete die Bewusstlose auf dem Boden. »Also, ich weiß ja nicht, was hier genau läuft, aber auf alle Fälle brauchen wir jetzt einen Krankenwagen.« Säcki legte Henry neben Frank. Dann trug er den stöhnenden Richard herein und platzierte ihn neben Dottie. Er hatte sich das Handgelenk gebrochen. »Die Hexe ist drauf und dran, wieder aufzuwachen.« sagte Säcki. Anastasia zog geräuschvoll die Nase hoch. »Na, du musst ja nicht hinsehen, Penny. Ich ersteche sie jetzt.« »Das tust du nicht«, antwortete Penelope. »Geh und ruf die Polizei an. Sag einfach, es hätte ein paar Unfälle gegeben und auf einen Mann sei mit einem Messer eingestochen worden.« Henrietta hatte schweigend neben ihrer Mutter gesessen. »Wir sollten sie durch ein Fach schieben«, meinte sie leise. Penelope sah sie an. »Ich finde nicht, dass wir das tun sollten«, entgegnete sie. »Wir wissen ja nicht, wo wir sie hinschicken würden, und plötzlich haben irgendwelche armen Leute eine Hexe am Hals.« »Also ich finde entweder das, oder Anastasia soll ihr in den Hals stechen«, meinte Henrietta. »Zacki runzelte die Stirn und seufzte.« »Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was soll sie denn in einem Fach?« »Das Fach führt an einen anderen Ort«, antwortete Henrietta. »Wir sind auch durch eins gekommen.« »Gut«, stimmte Penelope schließlich zu. »Schieben wir sie durch ein Fach.« Henrietta stand auf. »Ich gehe hoch und verstelle die Knöpfe.« »Warum?«, entgegnete Penelope. »Ihr seid doch gerade von irgendwo gekommen. Können wir sie nicht einfach da hinschicken?« Henrietta überlegte, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich will nicht, dass sie dorthin kommt. Da ist es schon traurig genug.« Dann eilte sie aus dem Zimmer. Zacki packte die Hexe am Arm und zog sie zum Fach. Penelope versuchte zu helfen. Anastasia war unten am Telefon. Als Henrietta in die Dachkammer kam, sah sie sich um. Es war sehr kalt und äußerst komisch hier, nachdem nun sämtliche Fächer offenstanden. Durch ein Fach fiel ein kleines, quadratisches Stück Sonnenlicht. Durch ein anderes schimmerte der Mond. Die meisten aber waren einfach dunkel. Sie trat an das schwarze Fach, fasste seine Tür, schloss sie und schob das Bein des Betts wieder davor. Dann schlug sie nacheinander jedes Fach zu, an das sie heranreichte. Die Tür mit den Kompassschlössern stand ebenfalls offen. In ihrem Inneren lag etwas Dickliches, etwas, das anthrazitgrau war und schnauft. Henrietta griff hinein und zog das kleine Tier heraus. Es ließ sich wie ein molliger kleiner Hund in ihre Arme sinken und es hatte Flügel. »Mach schon!« brüllte Zacki von unten. »Was immer du da auch tust!« Henrietta legte sich das Tier wie ein Baby in die Armbeuge und schloss die Tür. Dann verstellte sie mit ein paar schnellen Handgriffen die Knöpfe. »So ist es gut, glaube ich!« rief Zacki. »Es scheint keine Rückwand zu geben!« Henrietta drehte sich um und lief mit dem Tier im Arm die Treppe hinunter. Als sie Großvaters Zimmer betrat, buxierte Zacki gerade den Kopf der Hexe in das Fach hinein. Niemand beachtete sie. Anastasia stand neben der Frau und hielt das Messer der Hexe in der Hand. »Was machst du da, Anastasia?« fragte Penelope. Anastasia lächelte. »Ich passe bloß auf, falls sie doch noch aufwacht.« »Du darfst das Messer aber nicht behalten«, sagte Penelope. »Warum nicht?« »Weil es vielleicht verhext ist oder so?« »Kannst du sie mal an den Beinen schieben?«, fragte Zacki. Penelope bückte sich und fasste die Hexe an den Beinen. Sie erschauderte. »Die ist eiskalt«, sagte sie. »Weiß ich«, sagte Zacki. »Ich denke, sie ist so gut wie tot, sofern sie nicht immer so kalt ist. Anastasia, fass mal mit an!« »Ich würde lieber auf Nummer sicher gehen«, sagte Anastasia. Penelope warf ihr einen wütenden Blick zu. »Leg das Messer weg und fass an!« Als sie dachte, die anderen würden nicht hinsehen, legte sie das Messer auf ein Bücherbord, dann bückte sie sich, um zu schieben. Sie hatten die Hexe bis zur Hüfte durchgeschoben, darum ließ Zacki jetzt los, stellte sich hinter die Mädchen und fasste sie an den Knöcheln. Er nahm alle Kraft zusammen und schob die Hexe wie eine Schubkarre voran. Als er fertig war, stand er auf, nahm das Messer vom Bücherbord und warf es in das Fach. »Manno«, sagte Anastasia. Ein Stück weit entfernt hörten sie Sirenen. »Sie ist drin, Henrietta!« Henrietta wandte sich ab und lief hinauf zu den Fächern. Einen Moment lang stand sie davor, betrachtete die Kompassschlösser und versuchte, sich ihre Position einzuprägen. Dann stellte sie die Schlösser zurück und lief die Treppe wieder hinunter im Großvaters Zimmer. Das heulende Sirenen kam näher. Siebzehntes Kapitel Die Ärzte in dem kleinen Provinzkrankenhaus hatten alle Hände voll zu tun. Francis H. Willis musste wegen einer Stichverletzung im Bauch behandelt werden. Wegen einer schweren Gehirnerschütterung und einem drohenden Lungenkollaps. Dorothee S. Willis wurde wegen Blutvergiftung behandelt. Henry P. York hatte Verbrennungen im Kieferbereich, einen leichten Schädelbruch und eine Gehirnerschütterung. Richard Hutchinson musste wegen eines komplizierten Bruchs des Handgelenks behandelt werden. Penelope, Henrietta und Anastasia Willis wurden einzeln befragt, ebenso Jackie Johnson. Sie erzählten alle dieselbe Geschichte. Frank Willis hatte ein Messer bei sich getragen und war am Kopf der Treppe gestürzt. Dabei hatte er seinen Neffen aus England, der zu Besuch war, mitgerissen. Er selbst verletzte sich dabei an seinem Messer. Alle im Haus eilten zu Hilfe, so auch Dorothee, die gerade in einer Bratpfanne Schinken briet. Dorothee nahm die Bratpfanne mit und als sie das Messer im Bauch ihres lieben Mannes sah, fiel sie in Ohnmacht. Henry, ebenfalls ein Neffe, versuchte sie aufzufangen, bekam dabei aber nur das heiße Fett ab und, zu seinem Pech, die Türklinke an den Hinterkopf. Trotzdem war es für Dorothee ein Glück, dass sie ohnmächtig geworden war, sonst wäre ihre Blutvergiftung nicht entdeckt worden. Frank wurde als Letzter aus dem kleinen Provinzkrankenhaus entlassen. Dorothee holte ihn mit dem Truck ab. An jenem Abend brachte der Wind schwarze Wolken und der Regen peitschte herab. Säcki erschien pitschnass zum Abendessen, Penelope hatte ihm alles erzählt und die Familie setzte sich um drei Hackbraten herum. Als sie mit dem Essen nahezu fertig waren, sah Dorothee zu Frank und hob die Augenbrauen. Also, sagte er und sah von einem zum anderen, dies ist eine offizielle Zusammenkunft. Wir haben alle miteinander ein Abenteuer erlebt und dies ist nun sein Ende. Schluss damit, in Fächer hineinzusehen, Schluss damit, durch Pforten hindurchzukriechen. Ich bin sowieso nie durch eins hindurchgekrochen, sagte Anastasia. Frank lächelte. Und so soll es auch bleiben. Er sah zu Penelope. Penny, du bekommst jetzt ein eigenes Zimmer. Deine Mutter und ich ziehen in Großvaters Zimmer. Die Kinder blickten auf ihrer Teller und Dottie wurde rot. Frank, sagte sie. Keiner weiß, wie es passiert ist, aber während des ganzen Tamtams ist die Tür wieder zugeschlagen. Großvaters Tür, fragte Frank. Sie ist wieder zu? Dottie lächelte. Ja. Henrietta hat den Schlüssel, sagte Henry. Er setzte sich aufrecht hin und sah sie an. Ich hatte ihn, bestätigte Henrietta. Aber das ist sehr lange her. Hat ihn vielleicht jemand irgendwo gesehen? Anastasia beugte sich über den Tisch. Sie hält sich in der Scheune ein kleines Nashorn. Henrietta seufzte. Das ist kein Nashorn. Es sieht ein bisschen so aus, aber es ist viel kleiner. Und es hat Flügel, ergänzte Anastasia. Ich bin ihr gestern gefolgt. Sie füttert es mit Katzenfutter. Säcki sah Henrietta an. Ist es das, was du auf dem Arm getragen hast? Henrietta nickte. Tja, meinte Frank. Dann geh doch und hol das Nashorn. Völlig durchweicht kam Henrietta zurück ins Esszimmer. Auf dem Arm trug sie ein dickes, graues Tier mit wachsamen kleinen Augen. Sie setzte es auf den Tisch und nahm wieder Platz. Das Tier stand auf allen Vieren, schüttelte ein paar grau gefiederte Flügel aus und sah sich auf dem Tisch um. Es hatte tatsächlich ziemlich genau die Figur eines Nashorns, nur, dass es knapp 30 Zentimeter lang war und Flügel besaß. Es besaß ein kurzes, stumpfes Horn, das am Ende gesplittert und gebrochen war. Sein Bauch hing tief herab wie bei einem Bessethund. Ich habe ihm noch keinen Namen gegeben, sagte Henrietta, und es will einfach nicht fliegen. Du glaubst doch hoffentlich nicht, dass wir dieses Tier behalten, sagte Dottie. Frank beugte sich vor und versuchte, dem Ding in die Augen zu sehen. Du suchst doch wohl nicht mich, oder? fragte er. Was ist denn das für ein Tier? wollte Säcki wissen. Frank richtete sich wieder auf. Das ist ein Ragant. Ich habe in meinem Leben bisher nur zwei zu Gesicht bekommen. An manchen Orten schickt man sie los, um Leute zu suchen. Man kann sie nur ein einziges Mal zum Einsatz bringen. Wenn sie den, den sie suchen sollen, gefunden haben, bleiben sie bei ihm, bis sie sterben. Er sah zu Henrietta hinüber. Was denn her? Er saß in dem Fach mit den Kompassschlössern, hatte von innen dagegen gestoßen und sich sein Horn kaputt gemacht. Als ich ihn herausgeholt habe, konnte er sich kaum noch rühren und war so gut wie tot. Henry lachte. Du hast den Putz an meiner Wand kaputt gemacht. Was? Du hast mit der ganzen Sache angefangen. Der Ragant sah Henry in die Augen und schnaubte. Er machte einen Schritt auf ihn zu, hob eines seiner Vorderbeine, zeigte damit auf Henry und reckte sich ihm entgegen, bis sein Horn fast sein Gesicht berührte. »Ha!«, rief Frank. »Herr willst du Henry?« »Was?«, schnaubte Henrietta. »Herr gehört mir. Ich habe ihn gefunden und ihn gefüttert und mich um ihn gekümmert.« »Wir werden ihn ohnehin nicht behalten«, sagte Dottie. Frank grinste. »Henry aber schon.« Der Ragant drehte sich um und ging rücklinks auf Henry zu. Er setzte sich vor ihn hin, legte die Flügel an und guckte ins Leere. »Jemand sucht dich, Henry«, sagte Frank. Henry merkte, wie er nervös wurde. »Oh, keine Angst«, fügte Frank hinzu. »So viel ich weiß, sind Raganten noch nie in böser Absicht eingesetzt worden.« »Das ist gemein«, rief Henrietta aus. »Frank«, sagte Dottie, »wir sind noch nicht fertig.« »Stimmt«, sagte Frank. »Ich werde an diesem Wochenende die Fächer neu verputzen. Und wenn ich mitten in der Nacht herumgehusche höre, geht es ab in die Scheune. Und wenn jemand den Schlüssel zu Großvaters Zimmer findet, soll er ihn augenblicklich und ohne jegliches Murren bei der Mutter der Den abgeben.« »Und das bin ich«, sagte Dottie. Als alle die leeren Teller von sich geschoben hatten, sagte Dottie den Mädchen, sie sollten den Tisch abräumen. Säcki stand ebenfalls auf, um zu helfen. Richard zog es vor, zuzusehen, und folgte Anastasia in die Küche. Frank erhob sich langsam, legte Henry den Arm um die Schulter und ging langsam mit ihm vor die Haustür. Der Ragant folgte ihnen stolz. Frank machte es sich in einem alten Korbsessel bequem. Henry setzte sich auf die oberste Treppenstufe und sah sich nach dem Raganten um. Er spreizte die Flügel im sanften Wind. »Ist er gerade geflogen, Onkel Frank?« »Geflogen ist er auf jeden Fall. Gesehen habe ich es allerdings nicht. Raganten sind sehr stolz, vor allem, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Darum mögen sie es nicht, wenn man sie fliegen sieht. Vielleicht finden sie, dass es unwürdig aussieht. Warum sollte denn jemand nach mir suchen?« »Na ja«, meinte Frank, »weil du verloren gegangen bist. Ich habe dir doch gesagt, dass Phil und Ursula nicht deine richtigen Eltern sind.« »Ich weiß, ich bin adoptiert worden.« »Ja schon«, sagte Frank, »aber nun ja, es war keine normale Adoption. Dein Großvater hat immer behauptet, du hättest vor der Tür gelegen. Aber er hat es mit der Wahrheit nie so genau genommen.« »Ich habe da etwas in Großvaters Notizbuch gelesen«, sagte Henry, »so in der Art, dass ich durch eine Pforte gekommen bin. Glaubst du, ich stamme von einem anderen Ort?« Frank räusperte sich. »Henry, eigentlich hatten Dotz und ich dich haben wollen. Aber die Adoption ist Phil und Ursula zugesprochen worden.« Henry sah seinen Onkel an. Die Wolken zogen über sie hinweg. Dann sah er zum Raganten. Der Wind roch wie in Baden Hill. »Ich stamme nicht von hier«, sagte er. »Du nicht und ich auch nicht«, antwortete Frank. »Aber wir sind nun hier zu Hause.« Schweigend lauschten sie auf das Schnaufen des Raganten und das Gelächter aus der Küche. In dieser Nacht lag Henry auf seinem Bett. Er betrachtete die 99 Pforten an seiner Wand und dachte an die hundertste in Großvaters Zimmer. Er hatte sich vergewissert, dass das Bett vor dem schwarzen Fach stand. Aber mit dem Raganten in der Nähe fühlte er sich ohnehin besser. Der lag zu seinen Füßen und schnarchte. Henry drehte sich auf die andere Seite, sodass er nicht mehr zur Wand sah und reckte den Arm, um die Lampe auszuknipsen. Als er sie ausgemacht hatte, blinzelte er. Ein gelber Lichtstrahl fiel in sein Zimmer. Henry setzte sich auf und sah ins Postfach. Ein neuer Brief lag darin. Henry blickte kurz zur Tür, dann begann er den Schlüssel zu suchen, der noch immer unter seinen Socken lag. Er öffnete das Fach und zog den Brief heraus. Dann bückte er sich und starrte eine Weile in den gelben Raum, mit der Hoffnung, einen Blick auf die Hosenbeine zu erharschen. Sie waren aber nicht zu sehen. Schließlich machte er die kleine Tür wieder zu und setzte sich auf. Der Ragant spreizte im Schlaf einen Flügel und scharrte mit den Hufen über die Decke. Ich stamme aus einem dieser Fächer, erklärte Henry dem Tier. Aber das weißt du ohnehin, nicht wahr? Vielleicht weißt du ja auch aus welchem. Henry kniete sich hin und streckte seine Hand nach Baden Hill aus. Frank hatte zwar gesagt, es sollte Schluss sein mit den Fächern, aber er würde doch Verständnis dafür haben. Henry öffnete die Tür und setzte sich davor. Er wollte bloß die Luft einatmen und das Rauschen der Bäume hören. Aus der Dunkelheit kam etwas herausgeflattert und landete auf seinem Bett. Henry hob es auf. Es war noch ein Brief. Zusammengefaltet und mit dem Siegel des grünen Mannes versehen. Zwei Briefe waren es jetzt also. Henry schloss das Fach und betrachtete die nebeneinanderliegenden Umschläge. Sie sahen genau aus wie die ersten beiden. Oh, ich will das nicht mehr, sagte er laut. Ich bin fertig damit. Den länglichen Umschlag öffnete er zuerst und seine Augen hatten Mühe, die Handschrift zu entziffern. Sir, ich ergreife diese Kühle, um die Übergelungenigkeit unserer Befehligung zu verstampeln, denn Eurer Händen gebeut Ehrenpreis. Befreiheiteten sie das letzterdings bliebende endorische Blut. Die alte Tochter des zweiten Gebieters hat wiederhaftet ihre Kraft von Geist und Wuchs. Wir verinnerlichteren ihr Anweisungen. Dank Bratzigi und Brudrigkeit Darius, erster unter den letztgeborenen Magici, Hexenhund von Byzantamu. Henry ließ den Brief fallen, als wenn er sich die Finger verbrannt hätte, und trat ihn vom Bett. Es war wieder ein ziemliches Kauderwelsch, aber dieses Mal verstand er es. Er hatte die Hexenhunde erlebt oder zumindest in einem gespenstischen Albtraum gesehen, was sie taten. Er verzichtete auf ihre Dankbarkeit. Henry berührte das grüne Siegel auf dem anderen Brief. Es sprang auf und er faltete das Pergament auseinander. Die bekannte Schreibmaschinen-Schrift sah ihm entgegen. Verlautbarung des Zentralkomitees von Fähren zur Vorbeugung gegen Ungemach, Klammer auf, Bezirk, RRK, Klammer zu. Er stellt und autorisiert vom Vorsitzenden des Komitees nach den Ausführungsrichtlinien, Klammer auf, B.F.X.VII, Klammer zu. Zugestellt über den Inselberg der Sektion Baden, Klammer auf, Bezirk, A.P.Klammer zu. An die benachrichtigte Stelle. Das Komitee hat feststellen müssen, dass das fiepende Kind, Klammer auf, im folgenden FK, Klammer zu, dem Wiedererwachen und der möglichen Wiedereinsetzung alten Übels zugeholfen, es begünstigt und es ermöglicht hat. Und dass es daher eine Gefahr darstellt für die Bewohner von Fähren, sich selbst und die Bildwirkerei der Wirklichkeit. FK soll von nun an für alle Fährens in allen Bezirken, Welten und auf allen Fährten als Feind, Gefahr und menschliches Ungemach betrachtet werden. Personenbeschreibungen sind ausgegeben und der Wechsel des Status dokumentiert worden. Das Komitee ordnet an, ja, es befiehlt, dass FK, wo und wann immer es angetroffen werden mag, gestoppt, festgehalten, verhaftet, verwundet oder vernichtet werden soll. Eine solche Behandlung, ausführbar durch jedweden Bewohner Fährens aus allen Bezirken, Fährten oder Welten, soll als gerecht, notwendig und unumgänglich betrachtet werden. Henry ließ sich auf sein Bett fallen und starrte auf das Poster an der Decke. Dann trat er gegen die Wand. Er hatte nicht darum gebeten. Er hatte keine Hexe befreien wollen. Er hatte in Wirklichkeit sogar sehr wenig mit dem Ganzen zu tun. Gut, er hatte den Putz von der Wand gekratzt und die Fächer freigelegt. Das war nicht von der Hand zu weisen. Aber auch das war im Grunde nicht seine Schuld. Du bist schuld, sagte er zu dem Raganten und stieß ihn mit dem Zeh an. Du musstest unbedingt da drin herumpoltern. Die Haut des Raganten zuckte, wie bei einem Pferd, das seine Fliege abschüttelt. Er setzte sich auf und sah Henry mit seinen dunklen Augen an. Dann gehänte er und kletterte auf Henrys Beine. Henry ließ sich wieder zurücksinken und der Ragant kletterte ihm auf die Brust und rollte sich zu einer schnaufenden Kugel zusammen. Henry lächelte. Du bist schuld, sagte er noch einmal. Im Stockwerk darunter schlug Dottie die Augen auf. Frank? Frank grunzte. Sie setzte sich auf und angelte nach ihrem Bademantel. Henry York, wenn du das vorhast, was ich ahne, das solltest du lieber nicht tun. Franks Hand zog sie wieder aufs Bett. Er wird schon klarkommen, sagte er. Der Kater war sehr dick. Er war daran gewöhnt, sich von den Abfällen und den Resten zu ernähren, die aus dem Küchenfenster geworfen wurden, und hier und da von einer ebenfalls überfressenen, faulen Ratte. Er war schwarz, mit einem weißen Gesicht und einem weißen Schwanz. Soweit er wusste, hatte er keinen Namen, aber dennoch rief ihn jemand. Dieser jemand brauchte ihn. Dringend. Der Kater, der den Thronsaal erreicht hatte, ließ ihn die Verlockung erbeben. Sie erfüllte seinen Geist und all seine Sinne. Und dort, unter einem, der mit dicken Vorhängen drapierten Durchgänge und einem jungen Mann zugewandt, einem Laufburschen, der noch aufrecht stand, war eine Frau. Dem Kater erschien sie zugleich alt und jung, schwach und stark, allwissend, aber seiner Kenntnis und seiner Sicht bedürftig. Er sprang der Frau in die Arme, und augenblicklich war sie in seinem Inneren. Sein Geist verband sich mit ihrem, und einen Moment später war sein Geist vollends verschwunden. »Wie heißt du?«, fragte die Frau den Mann. Der junge Mann blickte sie unverwandt an. »Mon Mouth«, antwortete er. »Und wie lautet euer Name?« Die Frau lachte, erfüllte die steinerne Halle mit ihrem Echo. »Du bist noch nicht mal ein Zauberlehrling und stellst mir diese Frage? Ich habe mich gelabt, am Leben deiner Meister, die erkaltet unter dir liegen, und du wagst es, meinen Namen zu erfragen?« Sie trat näher zu ihm. »Ich wage es«, antwortete er, ohne nur eine Spur zurückzuweichen. Sie kam noch näher und streichelte dabei den mächtigen Schädel des Katers. »Dann wecke deinen vertrottelten Meister Karnassus und sage ihm dies, sofern dein Mund die Worte hervorbringt.« Nymiane, die gefürchtete Königin von Endor, die letzte in der Nachkommenschaft Niax, dessen Stimme die Magie Fitzphärens zerstörte, der das Meer aufkochen ließ, um die Macht Amrams zu zerschmettern, und der in den Wäldern Merlinis zur Ruhe schickte, einst gebannt durch Mordecai, den Sohn Amrams, hat ihre Ketten abgeschüttelt, wie ihr Vater das Blut Adams. Und sie kommt, um zu sehen, ob sich ein alter Mann an die Gelübde erinnert, die er ablegte, als er jung war. Neue Beute wartet auf die Hexenhunde. N. D. Wilson. Das Geheimnis der 100 Pforten. Gelesen von Martin Baltscheid. Produzent und Regie Oliver Fersch. Ton David Braun. Eine Produktion von Spotting Image für Random House Audio.